Kurz ein bisschen ruhiger. Warum ist das denn so laut gerade auf dem Ohr? Warte mal. Irgendwie ist die Musik heute so laut oder höre ich mich nicht? Okay, also. Ist es schon da? Boah, die ist so gemein. Ich glaube... Ich glaube, es ist noch nicht da, oder? Warte mal. War das hier schon immer da? Nee, warte mal ganz kurz. War das hier schon immer da? War das schon immer da? Also, gibt es Gruppen-SMS jetzt oder nicht? Was ist das hier? With the news. Anrufliste war schon immer da? Echt? Ich habe das erste Mal draufgeklickt. Ähm, ja, jetzt ist ja die Frage. Scheiße, gibt es die? Genau, Mikrofon-Icon sieht anders aus. Aber kann man schon die Gruppen-SMS machen? Ich kann hier keinen einfügen. Ich glaube, Gruppen-SMS geht noch nicht. Nein, die Gruppen kommen erst. Scheiße. Okay, ein bisschen heiß darauf. Also, Lia hatte geschrieben, ähm, naja, Ariane, David geht es gar nicht gut. Was ist passiert? Er hat fast geweint, weil seine Schwester ihm nicht glaubt. Kannst du vielleicht nochmal mit ihm reden in Ruhe? Du bedeutest ihm noch so viel, Ariane. Boah, ihr Schweine, ich hasse euch so sehr, ne? Natürlich wird Ariane da voll weich werden, ne? Boah, David ist so ein Lügenbaron, ne? So, oh, zieh, bringe ich mich so auf, ne? Aber wir müssen nachher durch, ne? Okay. Äh, genau, Gerard hat noch geschrieben, Ariane, ich habe noch ein paar Sachen, die wir, äh, die wir denen, äh, auch noch sagen können. Lia verhält sich auch sehr komisch, gerade wegen der Beschuldigung zu David. Aber ich weiß nicht, äh, wie ich darüber generell denken soll. Die, die gehen weitestgehend dem Ganzen aus dem Weg, wir sollten darüber nochmal reden. Machen wir morgen, ich ruf dich an, habe ich dann geschrieben. Diese emotionale Manipulation, ja voll. Dann hat Blanche, Blanche, hat nochmal geschrieben, salut, Ariane, ich bin es, ne? Wollen wir auch noch in style. Ich wollte dich fragen, wie die Situation bezüglich des Vorfalls... Warum ist die Musik heute so laut? Ich kann mich nicht konzentrieren. Bin das nur ich? Ähm, warte, ich wollte dich fragen, wie die Situation bezüglich dem Vorfall gestern ist. Ich hoffe, da, äh, dass nichts Schlimmeres geschieht und die Situation gelöst werden kann. Wie auch immer, äh, das dann aussieht. Diese Ungewissheit macht mich ein wenig fertig. Ich hoffe, dir geht es gut. Schau mal, hey. Oh. Voll, voll Gaslighting, also voll. Hey. Oh, sch... Weiß nicht, ob man schreibt, man müsste. Ja, okay. Ähm, äh. Ich habe noch keine Neuigkeiten, aber werde mich heute mit Gerald unterhalten. Mach dir erstmal keine Sorgen. Der Laden wird... Ähm, ja, nee, das kann ich hier nicht sagen, der Laden wird bewacht. Ähm. Wir kümmern uns drum. Solltet ihr was Auffälliges sehen, ruft uns direkt an. Falls ein Auto vorbeifährt, versucht, versucht mit viel Abstand und unauffällig, falls es geht, das Nummernschild zu erkennen. Aber begebt euch dabei nicht in Gefahr. Aber begebt euch dabei nicht in Gefahr. Ich habe zu viel durchgemacht. Ich vertraue ihm doch. Und das tut mir alles, tut mir alles so leid. Ich bin mir im letzten Stream ja schon super sicher, dass auf jeden Fall Barbara mit drin hängt. Bei David aber, der hat mich rumgekriegt. Der hat mich tatsächlich rumgekriegt. Oh. 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 Was ist das denn? Das ist ja neu. Cool. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall eine andere Frisur vorher. Scheiße. Ähm. Ähm. Der ... Öh. Ähm. Hallo. Hi, Gerald. Ähm. Ja. Ja, der ... Ist Herr Gowalski denn noch da? Äh. Also ich bin gerade nicht oben, aber eine Kollegin hatte mit dem geredet, ich glaube, der ist jetzt nicht mehr da. Hatte ich dir einen Termin ausgemacht? Ähm, ja, einen festen Termin noch nicht. Ich wollte das irgendwann mal donnerstags machen, weil er meinte, er hätte donnerstags Zeit. Ähm, ich melde mich da auf jeden Fall nochmal bei ihm. Ich wollte mal kurz zum Mirror Park fahren, weil da der Juwelier gleich aufmacht. Oh, dieser X-Chan? Genau, genau, der macht gleich auch. Geil. Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Ich glaube, sie haben andere Schmucksachen. Ich gucke mal kurz. Ja, warte, jetzt gucke ich aber auch nochmal ganz kurz. Müsst'n ja eigentlich, ne? Weil, weiß nicht, wieso sollte man dann nicht zu Kronjuwelen gehen? Doch, stimmt. Heute von 20 bis 20. Also jetzt gleich. Oh, da will ich eigentlich... Vielleicht gehe ich da auch hin. Ja, soll man... Vielleicht haben die neue Sachen. Sollen wir uns da treffen? Und hast du irgendwelche Neuigkeiten? Oh, ich habe richtig viele Neuigkeiten. Echt? Also mir hat Lia gespielt. Sie hat geschrieben, sie hat geschrieben, ich glaube, David, sie hat geschrieben, dass er hat fast geweint, weil seine Schwester ihm nicht glaubt. Kannst du vielleicht nochmal mit ihm reden in Ruhe? Du bedeutest ihm doch so viel. Da habe ich geschrieben, ich habe doch gesagt, dass ich ihm glaube, er würde mich ja nie anlügen. Dafür haben wir gemeinsam einfach zu viel durchgemacht und sowas alles. Ja, das verstehe ich auch. Aber ich habe mit Atkins geredet nochmal. Und Atkins findet das alles so komisch, weil David mag ja Atkins gar nicht so wirklich. Und auf einmal ist er super nett zu ihm. Und Lia mischt sich auch ziemlich ein. Also sie ist auch sehr sauer, weil ich gesagt habe, vielleicht war es David, das können wir noch nicht ausschließen. Und also für ihn war das ganz komisch, weil er hat dann gesagt, so kennt er Lia auch gar nicht. Also wenn sie dann immer so eine dunklere Stimme bekommt und sowas, dann ist da immer irgendetwas im Busch. Und er hat halt gesagt, dass Lia halt, er geht davon aus, entweder sie weiß gar nichts darüber, aber sie hat dann auch so ein bisschen nachgefragt, weil er dann so ein bisschen gesagt hat, dass wir Beweise haben. Und dann war sie so, oh, was für Beweise und sowas. Deswegen war es ein bisschen komisch. Und da stand auch echt so im Raum, also wo sie gestern oder vorgestern dann bei uns im Laden war. Aber niemand hat mir was gesagt. So ein bisschen unangenehm, ja. Oh, ich denke, ich habe noch ein bisschen, so ein bisschen Nachforschung getrieben. Also das Doofe ist halt, also ich weiß, dass die davor mit dem roten Auto unterwegs waren, bevor das alles passiert ist. Ich habe die ja oft gesehen, als ich tanken war. Genau. Und ich habe sie ja auch vorher noch im Stadtpark gesehen, wo sie Max ja auch noch beim Stadtpark rausgelassen haben, um Juh diese Figur zu geben. Ah, in dem roten Auto? Ja, in dem Shiborek. Ja, wer saß denn in dem roten Auto? Konntest du das sehen? Nee, nicht direkt. Ah, okay. Das heißt, Max hat auf jeden Fall mit den Leuten zu tun? Ja. Ja, okay. Also wir können ja Max mal, wir könnten ja so ausspielen und fragen, wart ihr überhaupt an dem Tag mit dem roten Shiborek überhaupt unterwegs? Barbara meinte ja, sie wäre schon länger nicht mit dem unterwegs gewesen. Genau. Und wenn wir dann Max fragen und Max sagt, nö, dann ist es halt schwierig. River hat halt gesehen, dass drei Personen im Auto waren. Okay. Dann habe ich mich noch so ein bisschen umgehört. Gerhard, kurze Frage. Ich muss, wenn ich das mit dem Schmuck gleich anprobieren mache, brauche ich eine andere Frisur. Kannst du mir die kurz zu Hause zusammenbinden? Ja, kann ich gleich machen. Ich mache gleich Feierabend und fahre ich runter. Ja. Und was wir halt auch noch machen könnten, ist halt dadurch, dass das jetzt auch beim PD war. Also ich würde halt nicht so weit gehen, wenn es halt Freunde sind. Ja, es ist schwierig. Aber jetzt sind sie ja schon involviert. Aber ich gebe halt... Also was wir halt auch noch... Hörst du, ich habe mit Larry geredet, habe ich gesagt, dass ich tatsächlich vermute, dass sie das sind. Ich glaube, er wird das jetzt nicht weiter befeuern oder so. Ja. Nämlich, also so als Bluff könnten wir halt sagen, dass halt Fingerabdrücke genommen werden vom Auto, weil wir ja wissen, wo es steht. Oder wir waren ja da und ich habe es halt auch noch gecheckt, ob der Motor halt warm war, ne? Ah. Und das kann man halt dann schon checken, wenn das lang unterwegs war, dann ist es noch so ein bis eineinhalb Stunden halt warm. Ja. So, ne? Ich... Ich... Ach, du... Ja, du bist ja Mechaniker, ja. Ja. Und da kann man dann halt auch immer mal nachgucken. Also schön blöffen einfach. Einfach schön blöffen. Auch das mit den Fingerabdrücken, dass wir die halt abgenommen haben von der Polizei. Ja. Ähm, dass da keine anderen Fingerabdrücke gefunden wurden, falls die dann sagen, ja, das wurde geklaut oder so. Es kann nämlich einfach nicht geklaut werden. Und wenn sie uns da mit irgendwas anderem ankommen, ich bin Mechaniker, ich kann das gerne in die... äh... in die... äh... in... äh... in... äh... in... äh... in... äh... in die Werkstatt bringen und das noch untersuchen lassen. Ja, ja. Ob da irgendwie Fremdeinwirkungen waren oder so. Und damit kommen die uns halt nicht... davon. Ja. Oh, Elva hat... Oh, okay. Das ist aber interessant. Weißt du, mit welchen Leuten... Ich mein, es muss ja... es muss Barbara sein. Es ist doch... es ist doch ihr Auto gewesen. Ich... ja... Das Rücklicht war auch kaputt, dann genau der gleichen Stimme. Das Rücklicht... ja, Rücklicht könnte halt auch kaputt sein und ich hab mir halt jetzt... was wir halt auch bluffen könnten, wäre halt, ne... ich hab mir von, ähm... von Atkins halt die ganzen... ähm... die ganzen Zeiten aufschreiben lassen. Also, ich hab komplett... aufgeschrieben, wann das alles passiert ist, in welchem Zeitraum... und... um wieviel Uhr... und danach könnten wir das halt... sie halt auch noch fragen, ja, was habt ihr da und da gemacht? Aber das sind doch ungefähre Uhrzeiten. Ich mein, der hat sich ja bestimmt keine Uhrzeiten aufgeschrieben, als er... äh... Naja, weil... im Telefon sieht man ja, wann sie angerufen haben. Ach, die Uhrzeiten! Ja, bekannte Anruf. Ich dachte, die Uhrzeiten, wann das Auto vorbeigefahren ist. Ne, das ist ja dann kurz unmittelbar danach passiert. Da können wir dann ja, äh... sagen, 20, 30 Minuten. Wiebe hat gesagt, die sind dann eigentlich fast direkt aufgetaucht danach. So, ne... also, da müssen wir uns nochmal irgendwie... also, zusammensetzen. Und dann, äh... ja... Das Problem ist, jetzt stell dir vor, die waren das nicht und die Leute laufen hier noch frei rum und wir... kümmern uns die ganze Zeit jetzt um unsere Freunde und setzen das auf. Das kann halt auch sein. Und deswegen... Ich will's... ich will's halt nicht aufs Spiel setzen, so, weil... Ich weiß selbst, dass es richtig scheiße ist, wenn man Freunde verdächtigen muss. Ja, das ist ja... das hatten wir ja damals bei dir auch. Das war auch scheiße, weißt du? Und ich war in so ein Zwiespalt, als es mit den Mayhems war und dachte ich... Und ich hab mir halt immer die Gründe gesucht, so, würde Gerhard das machen? Was hätte er davon? Das macht gar keinen Sinn. Es hat einfach keinen Sinn gemacht. Und wenn ich jetzt daran denke, dass, äh... ich verstehe... da verstehe ich den Sinn nämlich auch nicht. Warum sollten die das machen? Das ist so krass. Also ich hab halt... ich hab halt mit Lia auch geschrieben gehabt, ne? Und... ich find halt, wie sie halt reagiert, ist es halt so krass. So, also ich hab ihr halt erzählt, dass das mit den Drohanrufen... und das halt... meine Mitarbeiter haben wirklich Angst gehabt. Die eine hätte gesagt, hätte sie die Drohanrufe bekommen, hätte die im psychischen Zusammenbruch gehabt, weil sie einfach schon mal so was miterlebt hatte und so. Ach du Scheiße. Ja. Und wir haben es halt recht klein gehalten, also niemand hat es jetzt nach außen getragen. Ich hab gesagt, da redet auch niemand drüber oder wird jetzt drüber informiert. Und hab das auch oben mit den Leuten schon alles geklärt, dass es halt sich nicht so aufbauscht, weißt du? Ja. Und dann hab ich halt Lia das alles so geschrieben und dann hat Lia mir geschrieben, das klingt ja schrecklich. Atkins hat mir schon ein bisschen was erzählt und Atkins geht wirklich sehr, sehr schlecht damit. Also, dem geht es so schlecht damit. Guck mal, wenn das wirklich Barbara und Maxton, das waren drei Personen, das war immer an, David war dabei, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber dann würde David doch quasi... Lia ist gut mit Atkins befreundet, dann würde David doch etwas machen, was Lia voll Scheiße finden würde. Das ist ganz komisch irgendwie. Ja, das ist ganz komisch. Und dann... Was wärst du denn dann für ein Typ Mensch einfach? Dann hat Lia halt geschrieben, das klingt halt schrecklich, Atkins hat mir halt auch ein bisschen was erzählt. Und warum sollte David damit halt was zu tun haben? Also, ich weiß, dass David nicht gut auf ihn zu sprechen ist, das hat er mir unverständlich klar gemacht. Ja. Also, David mag Atkins nicht. Und ich hab dann geschrieben, ja, muss er halt mal schauen. Und dann hat sie halt direkt geschrieben, aber du beschuldigst hier meinen Freund. Nein, und ich hab ihr halt geschrieben, ich will es nicht, aber ich tue es gerade zum Zeitpunkt, was halt nicht heißt, dass es hundertprozentig feststeht. Ja. Und dann hat sie mir geschrieben, dann mach es nicht. Du, wir machen das ja für den Laden. Ja, aber... Ja, toll, aber... Ja, dann mach es nicht. Und dann hab ich geschrieben, nein, es geht um meinen Laden, um meine Kollegen, um alles, was ich mir aufgebaut habe. Und sie sollten halt die Eier in der Hose haben, wenn sie es waren, es mir zu sagen. Ja. Und dann hat sie mir nur drauf geschrieben, wieso bist du so? Ich verstehe ja dann. Und ich hab ihr geschrieben, ich glaube, du würdest genauso das gleiche tun, wenn es um deinen Laden geht, um David geht, um deine Mitarbeiter geht. Auf jeden Fall. Und es geht auch um die Freundschaft einfach. Ja. Das ist so wichtig. Und sie so, nein, ich würde David nicht für so etwas beschuldigen und wenn doch, dann würde ich ihm glauben und vertrauen. Wie, warte mal, wenn sie ihn beschuldigen würde, würde sie ihm glauben? Ehe? Ja, sie würde ihm halt eher glauben, als ihn zu beschuldigen. Ja, okay, das Problem ist aber auch Freundschaft hin oder her, trotzdem glaube ich doch nicht sofort alles, wenn mir die Leute was sagen. Ja, ja. Ne, das finde ich halt auch so. Man muss es halt auch hinterfragen. Ja, natürlich. Dann hat sie noch geschrieben, er ist gestern echt fertig gewesen und traurig und hab ich ihm geschrieben, es ist mir egal, ob das David war oder jemand anderes, wenn es meine Freunde waren, ist es halt ein doppelter Schlag ins Gesicht. Ja, ist es auch. Und mir geht es darum, dass ich ehrlich behandelt werden will und es geht mir nicht um diesen scheiß Vorfall, sondern dass sie einfach ehrlich zu mir sein sollen. Also die Sache ist die, ich glaube schon David, ich werde mich auch heute mit ihm unterhalten, aber bei der, wo ich mir am meisten Sorgen mache, ist tatsächlich Max. Weil Max ist Co-CEO von dem Laden und würde gegen ihre Mitarbeiter handeln und das ist dann halt eine andere Nummer, ne? Ja. Weil da müssen wir uns was überlegen. Mhm. Da kam von Lia halt noch, dann ist es auf eine andere Stine geswitcht bei Lia. Warum vertraust du deinen Freunden und deiner Familie nicht? Mit wem bist du verwandt? Ja, also Barbara und so ist ja Familie irgendwie so. Weißt du? Wie du halt sagst, David ist dein Bruder. Anscheinend. Denk ich mal. Ja, ist er auch. Deswegen ist das ja... Oh, hier ist Atkins. Ich bin jetzt doch bei Mirror Park eben, ja? Ja. Ja, die kommen dann später auf jeden Fall. Ja, ich guck mir das einfach bei anderen Leuten an. Oh, hier ist ein getunter Kalahari. Was? Hier ist ein getunter Kalahari und das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Wow. Nee, aber du verstehst meinen Punkt. Es geht mir wirklich nicht darum, dass wir überfallen wurden oder sowas. Sondern es geht einfach darum, Atkins geht's damit wirklich schlecht. Er ist so am Zweifeln, wer ihm jetzt anlügt oder nicht. Mhm. Dem geht's richtig schlecht und er hat richtig Angst, dass ihn Lia anlügt. Er versteht nicht, warum David jetzt so nett zu ihm ist. Der schreibt ihm ja quasi die ganze Zeit Text und ja, wenn du darüber reden willst, ich bin da für dich und dies und das und jenes. Und das ist total komisch. Also wenn David das gemacht hätte und sowas das tun würde, dann wäre er halt ein Psycho. Also wirklich. Ja. Aber so schätze ich ihn nicht ein. Er ist ein herzensguter Mensch. Ja. Und Atkins weiß gar nicht, wie er halt damit umgehen soll, aber Lia redet halt auch noch auf ihn ein und sagt, David wird das niemals machen und das findet er so komisch einfach. Weil so, weißt du, wenn mein Laden so überfallen werden würde, warum ist die erste Reaktion, hat er mich persönlich gefragt, warum fühlen die sich direkt angegriffen? So. Hm. Ja. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht und Lia ist halt auch jetzt sauer auf mich, weil ich jetzt David beschuldigt habe und das ginge ja gar nicht. Warum würde ich das tun? Aber ich verstehe ihre Reaktion halt darauf nicht wirklich. Ich verstehe auch nicht, wie so Lia da jetzt so drin ist. Ja. Aber ich verstehe auch nicht, wie so Lia da jetzt so drin ist tatsächlich. Das verstehe ich halt auch nicht. Und ich verstehe David nicht. Ich habe ihr noch gesagt, ich glaube dir. Was ist denn jetzt das Problem, weißt du? Ja. Was ist das Problem? Ich verstehe es halt auch nicht. Und, ähm, also, ich habe auch mit Millie geredet und Millie hat gesagt, der schwächste Glied ist Barbara. Ja. Das schwächste Glied ist doch Barbara, habe ich ja auch gesagt. Barbara ist ja tatsächlich, also, ich hätte, ich wollte die beiden ja warnen. Aber als Barbara so reagiert hatte, als ich gesagt habe, ich habe das Nummernschild weitergegeben. Also, was ist, weißt du? Hm. Das müsste sie mir erklären, warum sie da so reagiert hat. Ja, aber dann wird sie das wieder abschreiten oder cholerisch werden und dann wird es halt gehen. Ja, die ist entweder cholerisch oder die ist halt so richtig so... So abgefragt einfach. Ja, so richtig abgefragt. Ja. Und dann denke ich mir, das ist doch dann, ich finde, das ist ja dann auch keine zielgebende Diskussion, die man dann hat, sondern wir wollen ja eigentlich, eigentlich ruhig mit der Person reden und darüber reden, was da vorgefallen ist. Und sie nimmt das halt direkt als persönlichen Angriff. Aber es geht nicht, wir wollen doch nur die Freundschaft retten. Weißt du, wir wollen eigentlich, stell' mal vor, das wird immer zwischen uns stehen und irgendwann kriegen wir raus, in drei, vier Wochen, fünf Wochen, die waren's. Wie sollen wir uns da fühlen? Also da sehe ich tatsächlich die Freundschaft nicht nur in Gefahr. Dann gibt's keine Freundschaft mehr. Dann gibt's keine Freundschaft mehr. Weil wie soll ich jemals danach wieder vertrauen? Ja, und das ist halt auch mein Problem einfach. Wieso sollte man mich anlügen? Guck mal, wir haben so viel Scheiße zusammen durchgemacht. Wir haben so viele Sachen vielleicht, vor allem Barbara. Barbara, ich und David. Wir haben Sachen gemacht, die heute auch nicht so ganz... Naja. Nee, und deswegen... Es macht keinen Sinn. Es macht halt wirklich gar keinen Sinn, warum sie's halt tun sollten. Aber ich muss halt auch, ich muss halt da auch aufpassen. Weil ich will... Ich hab denen auch gesagt, ich will halt da auch ehrlich behandelt werden. Aber guck mal, in der Zeit, jetzt bis heute, niemand hat nachgefragt, wie's den Leuten, wie's meinen Mitarbeitern geht. Niemand. Ja, Blaunch hat ihn geschrieben. Der geht's halt gar nicht gut. Niemand. Ja, aber so... Ich weiß nicht. Barbara hat sich nicht gemeldet bei mir, wie's mir geht. Wie's... Sorak geht's der P, Mann! Max hat auch sich nicht gemeldet. David hat sich auch nicht gemeldet. Und Mitch hat sich bei mir auch nicht gemeldet? So... Ich weiß nicht. Ich find's komisch. Einfach alles. Ich werd mal... Ich werd mal mit David kurz ne Runde telefonieren. Ja, mach das mal. Kommst du zum Juwelier? Genau. Oder brauchst du... Wie lange brauchst du denn da? Ich geh jetzt... Ich komm zum Juwelier. Ich hab jetzt kurz noch ein Bewerbungsgespräch oben. Bis Wochenende, dann komm ich noch. Aber ich glaub, dann bin ich nicht mehr da. Ich glaub, das wird alles ein bisschen dauern, ne? Nee, nee. Also, vorerst war alles schon getroffen. Ich stell dir einfach nur ein. Okay. Okay. Ja, dann vielleicht sehen wir uns gleich, ja? Wenn irgendwas ist, dann ruf ich dich nochmal an. Ja, mach ich. Okay. Ja, und, äh... Ja, red mal mit David. Ja. Mich nimmt das auch ziemlich mit. Ich hab da auch ne ganze Woche jetzt dran rumgeknabbert gefühlt. Und das fühlt sich echt nicht gut an. Ich hab einfach so ein Angst-Bauchgefühl, weil... Ja. Das wäre ja schön, wenn die uns einfach... Ich... Ich kann mir keinen Grund vorstellen, wieso die uns anlügen würden. Aber wenn... Was macht man dann? Ich glaub, es wäre einfach viel besser gewesen, hätten sie einfach am Anfang gesagt, sorry, dass... Wir hätten nicht gedacht, dass das so Auswirkungen hat. Ja, natürlich wäre das dann... Wir hätten das irgendwie hinbekommen. Wir hätten einfach... Ja, klar. Man setzt sich hin und redet einfach drüber. Dann hätten wir uns überlachen können irgendwie auch. Ja, auf jeden Fall. Weißt du so, ja, mach das bitte nicht wieder. Das ist scheiße für die Kunden. Und das wäre so einfach gewesen. Und jetzt steht das wie so ein dicker Elefant im Raum. Ja. Komisch. Naja, bin gespannt. Bin gespannt. Gut. Dann red mal mit David und wir sehen uns dann gleich nochmal, ne? Okay, bis gleich. Alles klar. Danke. Nein. Die Sache ist, ich kann natürlich auch jetzt nicht mit Ariane so komplett von ablassen. Dann... Nee. Jeder muss sich halt um seinen Charakter kümmern, ne? Ah... Okay, machen wir. Pass auf dich auf, ja? Mach ich... Hier... Auch, auf euch. Scheiße. Ich weiß ja, ich würde es halt gerne auch aus der Welt schauen, weil ich weiß nicht wie, ne? Ich wünschte wirklich, die hätten das vorher einfach schon so aufgeklärt. Aber die haben es halt leider sehr, sehr schlimm gemacht. Deswegen, weiß ich nicht. Aber wie das auch entstanden ist, es muss so schnell gegangen sein. Es muss so verdammt schnell gegangen sein, dass die halt nicht mehr die Chance hatten, da jetzt irgendwie, dass sie an einem Punkt waren, wo die halt nicht mehr zurück konnten. Ich komme jetzt mal aufs Konto. So. Hallo. Okay. Oh. Guten Abend. Guten Abend. Um sie reinzulassen, müssen wir sie einmal kurz abtasten, beziehungsweise durchsuchen. Wäre das in Ordnung für sie? Das wäre in Ordnung. Kann ihre Kollegin das machen? Äh, ja. Ich frage sie eben kurz. Okay. Einen Moment. Ja. Ja, natürlich. Ja, gar kein Problem. Guten Abend. Oh, guten Abend. Soll ich mich an die Säule stellen? Sehr gut, zu uns. Äh. Äh. Die Frage, haben Sie scharfe oder spitze Gegenstände dabei? Äh, nein, habe ich nicht. Okay, dann werde ich einmal nachschauen, wenn das in Ordnung ist. Das ist in Ordnung. Sieht schon mal gut aus. Mhm. Sehr schön. Dann darf ich Sie gerne einmal weiterschicken. Okay, danke schön. Viel Spaß beim Einkaufen. Danke. Viel Spaß. Angenehme Aufenthalt. Danke. Kann ich jetzt, soll ich jetzt hier einfach warten? Sie können gerne reingehen. Die linke Tür. Die linke... Oh, danke schön. Ich glaube, ich warte jetzt erstmal, ne? Wie macht man das denn jetzt? Ich glaube, die sind alle im Gespräch, ne? Wir können ja nicht einfach irgendwo hingehen. Gut gemacht. Heute Fettveröffnung, äh, Eröffnung angekündigt. Auf Venture und drei Mitarbeiter nur hier. Wie kannst du nicht von den Mitarbeitern? Echt? Sehr schön. Achso, die, die in den Hemden hier. Oh, sehr schön. Ach, schön. Ja, schön. Die Dame steht ja auch da. Dann hängen wir an, die drei hier vorne. Ja, warten wir mal. Der Typ, der da mit den verschränkten Armen da steht, der kommt so bedrohlich rüber. Das ist mein Schmucki, kommt hier nicht dran vorbei. Das ist mein Ohrring. Wenn ihr die Ohrringer wollt, dann müsst ihr euch mit um die Kloppen. Feiter. Oder er ist auch Statist, denn er steht da auch nur so. Ja, wir sind alles so Statist, die den Lahn voll erwürfen lassen. Ja, guck mal, die beiden hier gegenüber auch. Ja, was ist denn? Das ist ein Satz, das ist schon nach rechts. Das ist ein Satz, das ist schon nach rechts. Warum? Wir kriegen das erste Mal einen guten Abend. Wir sind doch keine Statist. Hallöchen. Bist du ja fertig? Äh, hallo. Wann ist mein Name? Äh, Sie haben angerufen? Ja, genau. Äh, ich hatte angerufen wegen... Äh, ich arbeite bei Untenlands da kurz als Info. Achso, oh mein Gott, Entschuldigung. Ja, ich habe Probleme mit den ganzen Namen mittlerweile. Tut mir leid. Nein, nein, alles gut, alles gut. Äh, es hatte ein, äh, es war vor Ort ein Herr Tom Kowalski und wollte Sie bitten wegen einem Termin, wegen Enthaarung am Rücken. Ja, ja, hab, genau, da hatte Gerard mir Bescheid gesagt. Ähm, also, ja, äh, pfuh. Bei der Enthaarung am Rücken bräuchte ich tatsächlich Hilfe. Das müsste ich zu zweit mit einem von euch machen. Ja, äh, der wollte irgendwie erstmal einen Termin machen. Keine Ahnung, dass sie sich dann irgendwie bei ihm melden. Achso, okay, ja, dann mach ich's so, dann mach ich's so. Ich dachte, er wollte das direkt dann so über den Laden machen, aber okay. Ja, ich kümmere mich rum. Ich kümmere mich rum. Alles gleiche. Okay, dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich Donnerstag kann, ne? Ich kann grad keine Termine machen. Ach nee, warte mal, wir haben Sonntag. Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch. Unbekannt? Oh nein, ich hab schon wieder unbekannten Anruf gekriegt. Soll ich da rangehen oder soll ich da lieber nicht rangehen? Würde das nicht rangehen? Lieber nicht rangehen? So. Ich weiß halt nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Was ist, wenn das die Leute sind? Was ist... Also ich würde da glaube ich erstmal nicht rangehen, je nachdem, ob die jetzt nochmal irgendwie anrufen oder so, weiß ich nicht. Aber wenn sie es waren, dann müssen wir das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie am besten irgendwie regeln. Mal gucken, ob die Leute mich vielleicht auch anrufen, weil eigentlich bin ich der Chef, so, dann sollten sie eigentlich bei mir anrufen. Ja, das ging jetzt genau an meine Nummer. Ich hab keine Leitstelle, gar nichts. Ja, das ist halt noch komischer eigentlich. Deswegen, ja. Vielleicht hat es auch gar nichts zu tun mit dem Laden und eher mit was anderem. Ich muss sagen, ich hab natürlich immer Angst, was ist das, wenn das irgendjemand ist, der zum Beispiel irgendwie Larry hat und mich unbekannt anruft und so, weißt du, dafür hab ich immer Angst. Beziehungsweise vielleicht, ich überleg's mir gleich. Vielleicht rangehen, wenn jemand anruft und dann, ja, ich bin gleich auch da. Okay, dann bist du da, jetzt ist ja echt voll hier. Ich hoffe, ich kann dir gleich schon die Sachen sehen. Okay, bis gleich. Okay, dann bist gleich. Tschüss. Kann ich vielleicht hier schon mal gucken, irgendwie, gerade selber gucken? Nee. Hey, jetzt kann ich vorfudeln. Hallo? Das hier mit Bettino, oder kann man das? Bisschen, was am Pinkeln. Oh, das ist ganz viel Pinkeln. Sieht so aus, als wären es wirklich nur drei Mitarbeiter. Leute können die auch nicht erscheinen, ne? Mhm. Die reden so laut. Mhm. Kommt, vor allem, es kommen immer mehr Leute, ne? Es sind immer noch die ersten drei Gruppen, die am Anfang da waren. Shit, mit den Haaren wird das gleich richtig beschissen werden, ne? Ach nee, ihr alt. Leute, bitte, ich muss bald arbeiten. Ich will auch gerne arbeiten. Das ist jetzt hier irgendwie so eine Warteschlange oder so einen Scheiß, oder? Ja, ich glaube eine inoffizielle. Also auf jeden Fall war die Dame vor mir da. Okay, alles klar, dann stelle ich mich auch einfach unauffällig hierzu. Okay. Als letztes gekommen und dann... Boah, ich habe das Pinkeln kann, ne? Oh, 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 oh. Diese wunderschöne männliche Stimme. Gleich nochmal angucken. Oh Gott, ich muss mir das Video nochmal angucken. Oh, hast du die neue Straßenumfrage schon angeguckt? Ähm, was denn? Kam heute? Ja, heute kam eine Straßenumfrage. Ach ja, 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 ja. Wir können alles hören. Das, wie die Polizei wirkt, ne? Ich finde die beiden Typen so witzig, die... Hallo, ist das hier die Flange? Ja, scheinbar irgendwie. Oh, stimmt. So was in der Art. Wo die Schlange ist, deswegen... Ja, aber ausgepiept und hier mit Blur-Effekt. Oh, das war so gut. Oh, ich habe das Pickel. Oh, jetzt stehe ich auch in der Schlange. Oh, oh, oh. Man hat ja sonst nichts zu tun, ne? Mein Gott, der landet gerade aufgemacht, Leute. Wird Ariana natürlich nicht sagen. Aber der landet gerade aufgemacht. Chillt mal an Nuggets. Ein Mitarbeiter. Oh Gott. Aber ich muss pinkeln. Ich will auch, dass es schneller geht. Scheiße. Okay, ich gebe dir noch acht Minuten, dann muss ich zur Arbeit. Acht? Okay. Oh, wir sind gleich dran. Bis halb warten wir noch. Dann gehen wir wieder. Bis halb, ja. Okay. Schön, wenn man einfach commuted ist. Warum seht ihr da oben? Warum seht ihr da oben ohne? Scheiße, ich meine... Ich brauche auf jeden Fall ne Dame, die den Schmuck irgendwie zeigt. Ich meine, kann ja auch niemand ahnen, dass Leute kommen bei der Neueröffnung eines Ladens. Ja, stimmt. Bei der Neueröffnung ist immer alles total leer und schuld und... Ja, keine Kunden. Überhaupt gar keine. Nee. Geht man eigentlich nur rum und wird dafür bezahlt und Kunden kommen überhaupt nicht. Ja, wir sollten hier lieber anfangen, statt bei Knussmann, ne? Deswegen ist jetzt was los. Ja, komm, in den ersten Wochen, ersten zwei Wochen ist ganz viel los und dann ist wieder Stille, Leere. Eigentlich schon. War ja eigentlich das gleiche mit Trix Empire. War ja auch Anfang so viel los und jetzt ist ja auch nicht mehr so dolle. Immer, der Hype ist immer da und irgendwann ist er dann auch schnell wieder weg. Ja, ja, genau. Bei Trix hat wirklich schöne Klamotten teilweise, aber war jetzt seitdem nie wieder da. Weiß ich jetzt nicht, ob die noch was Neues reinbekommen haben. Ja, also... Nee, die 800 Dollar... Drei Mitarbeiter sind immer noch schwerer. Völlig ausreißend. Man muss halt nur Geduld mitbringen und die Termine sich irgendwie legen, ne? Aber die mussten sein. Weil gerade wenn ein Laden startet und ihr habt schon recht, Security ist sauteuer, das wissen wir ja, es ist sauteuer, wenn ein Laden gerade startet, wird er noch nicht so viele Mitarbeiter haben. Du musst das ja auch gegenfinanzieren können. Du musst das ja auch gegenfinanzieren können. Ich war so... Ihr habt mich doch schon gesehen. Wer geht? Ich hab mir einen Energy geholt, Mann. Wer redet denn da? Wird jetzt ein Mitarbeiter frei oder geht er in den Feierabend? So, 20 Minuten gearbeitet, ich bin weg. Gleich geht's weiter nach einer Werbepause. Oh, nee. Man weiß nicht, wie viel dann wirklich kommt. Ja, ja. Die Gruppchen hier haben die ganzen Laden leer gekauft. Der Rest kann wieder gehen. Jetzt kommt vielleicht so eine Ansage. Okay, Leute, wir machen Schluss für heute. Wir haben nix. Wir haben schon genug eingenommen heute. Entschuldigung. Und jetzt ist sie auch frei. Ja, ja, klar. Ist alles AP. Auch wenn sie ungeduldig sind, ist alles AP. Also ich schieb's immer alles aufs AP bei anderen und denke immer, ja, das ist eine AP. Ich hoffe. Sicher, dass es rechts ein Mitarbeiter ist? Ich glaube ja. Ich hoffe es. Ich hoffe es, ja. Sonst fehlt kein Mitarbeiter hier drin. Okay, Sam. Wir haben jetzt genau zehn Sekunden, um zu kontrollieren, ob die ganzen Vitrinen offen sind. Äh, ja? Bis der Alarm losgeht. Ich bin der Marvin und ich arbeite bei Tricks Empire. Ja, guck mal, hier kannst du es doch unter deinen Hemms und nicht unter meinen Rock und dann rennen wir ganz schnell aus. Oh, ich habe leider keine Zeit. Ich habe schon zu viele Jobs. Aber man hat uns gesagt, wir sind ein Plus Size Model. Wer hat das denn gesagt? Ein Herr Pinner Skinner. Ja, das glaube ich aber nicht, dass er sowas sagt. Dann hat ihn wohl jemand einen Bären aufgebunden. Nein. Ja doch. Nein. Wer immer das ist, ich bin gerade bei einem neuen Juwelier. Ich kann nichts nicht. Das ist unsere Chance, kein Mitarbeiter ist im Raum. Sam. Du die linke Seite, ich die rechte Seite. Oh, verdammt, der ist wieder da. Aber ist das Sam Sam Sam? Oh mein, nee, warte mal, Tricks Empire? Obwohl, nee, Sam 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 jetzt nicht, oder? Keine Ahnung. Wo ist denn jetzt der andere? Ich weiß nicht, wie die aussieht. Dennis, ey. Wir müssen ihn anstrengen. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ja, danke. So, dürften die zwei Damen, die dürfen mir gleich einmal folgen. Ja. 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 Ja, der unbekannte Anrufer. Ich habe da gerade abgenommen. Ich musste gleich davon erzählen. Aber ich glaube, das betrifft eher weniger den Laden. Okay. Wie lange brauchst du noch ungefähr? Äh, noch so 10, 15 Minuten. Oh, ich stehe in der Schlange jetzt ganz vorne. Okay. Also ich bin gleich irgendwann dran. Ja, ich kann auch noch dahin gehen, wenn weniger los ist, glaube ich. Lass dir alles zeigen. Ja, mache ich. Das Böde ist halt nur meine... Du weißt ja, ich kann mit meiner aktuellen Haarpracht so schlecht umgehen. Ähm. Ja. Und ich habe mir ja so nach vorne, ich will meine Haarfe so gerade nicht ruinieren, weißt du? Das mit den Ketten... Glaubst... Glaubst du, äh... Glaubst du, dass, äh... Hä? Ähm. Glaubst du, dass ich mich da einfach nach vorne drehe? Ähm. Du hattest gestern angerufen. Wolltest du... Oh? Weil ich brauche jemanden, der mit der Kette noch vorsichtig hinten zumat. Da vertraue ich natürlich nicht jedem. Ja. Also ich weiß, du wolltest mir noch irgendwas geben oder so. Ja, ich fahr gleich mal los. Okay, fliege, ja? Alles gut. Ja, alles klar. Ich glaube, wir haben noch bei diesem Scheiß neuen Jubilier irgendwo. Also, ich bin später aber im Yellow. Ja, es gibt einen neuen Jubilier. Keine Ahnung, ob die irgendwas Tolles haben. Ich weiß selber noch nicht. Warte noch. Warum nicht in deinem Satz davon? Äh, achso, X Gems oder irgendwie so ein Scheiß. Oh Gott, ich muss so ein bisschen... Was sind da hinten, was ist denn da vor? Was ist denn los? X Gems Jewelry. Jewelry. Ja, du kannst es auch nicht aussprechen, Sam. Ich will eigentlich gar kein Geld ausgeben, aber ich will gucken, was hier ist. Ja, keine Ahnung, ich kann dir sagen, ob es was Gutes gibt. Armbänder hätte ich mit ihr gerne, aber wieder so ein Zeck, Arme und Kette. Das ist ja nichts, was man nicht regeln kann. Du bist so cool! Ich bin viel größer als du. Ansonsten, ja, ich bin eh später arbeiten, also da kannst du dann noch was kurz vorbeikommen. Jo, alles klar, perfekt. Ich hätte eigentlich gerne bei den beiden da mal zugeguckt, bei den beiden Mädels. Okay, okay. Mist, mit den Haaren jetzt. Mit den Haaren ist natürlich die Frisur bei den Ketten, weil die Ketten halt echt nicht gut sind. Bitte nachs Traum, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ich piekere jetzt alles voll. Pieppi! Oh, kann ich da reinpinken gehen? Oh, kann ich da reinpinken? Hä, das da hinten ist aber die normale schwarze Kette, die kenne ich ja. Ich würde einfach nur wissen, ob die andere Sachen als Kornjubin haben, dann kann ich eigentlich wieder rausgehen. No, scheiße, die haben bestimmt die gleichen Sachen, oh nein. Gerald! Cassie, vielen Dank, 50 Monate! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Ah ja, ne Kratzer auf und ihr Tattoo ist so pixelig auf einmal. Hier geht's, hier geht's. Irgendwie fühle ich die Hose nicht so bei ihr. Ich weiß nicht, oder fühle ich die doch? Ich weiß nicht, ob ich die fühle. Was ist das für ein Auto da hinten? Oh, mein Gott! Boah! Ich denke mal, wenn ich bei sowas nicht gemutet bin, ne? Ja. Was ist denn so los? Boah! ιο Mama, 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 Miau. Boah, ich hätte doch irgendwie später kommen sollen. Ich mache mir gleich sowas von in die Hose, Leute. Ist das nicht hier? Ah, mir entfallen alle Namen. Wenn ich vor allem nicht täglich oder alle zwei Tage einlogge, mir entfallen alle Namen. Weil ich in Real Life auch so viele Namen lernen muss. Und ich kann mich im RP einfach nicht an alle erinnern. Der war zuerst da, Max oder der Busch? Max kackt in einen Busch. Ich will nicht, dass sie gefeuert wird. Ich will auch nicht, dass unsere Freundschaft leidet. Warum machen die so eine Scheiße? Wir kommen wieder wieder raus. Ohne dass jemand sein Gesicht völlig verliert, wie ich wahrscheinlich. Du hast übrigens Ariane im RP-Pan. Vielen, vielen Dank. Ich bin Ariane. Ich bin Ariane. Ich bin Ariane. Guten Tag. Ich bin Ariane. Gerold. Gerold. Wo bist du? Gerold, bist du da? Bist du das mit der Brille da hinten? Gerold, bist du da? Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ja, ich bin hier, weil ich mir so ein paar Ketten angucken wollte. Ketten. Halsketten. Ja, Halsketten. Wenn möglich im Set mit Armband. Set mit Armband. Da müsste ich tatsächlich mal nachgucken, ob wir sowas überhaupt haben. Ein Moment, bitte. Oder allgemein einfach mal ein bisschen stöbern. Und weiß ich nicht, sie haben ja gerade aufgemacht. Ich weiß ja noch gar nicht, was sie alles hier haben. Stöbern ist schlecht. Also ich kann es ihnen ja nicht lieben. Ich hole sie ihnen raus, gebe sie ihnen und dann, genau, okay. Also Ketten, Halsketten. Genau, genau. Jawohl, dann einmal folgen. Ja. Wir haben von den meisten Modellen, ja, also von den meisten haben wir Gold und Platin. Wir warten und dann ein Aufmerksamkeit. Manchmal dann halt noch Schwarz oder Silber. Okay, ich wusste jetzt gar nicht, ich dachte, ich kriege irgendwas. Okay. Scheiße, Geralt, meine Haare. Ist das da Geralt? Geralt? Gute, Geralt. Ey, lieber nicht winken. Ja, Geralt, komm mal zu mir. Bist du da vorne? Ja, ja, ich bin da vorne. Ah, okay, da bist du. Hey, ich habe gerade nach Ketten gefragt. Und wollte mal schauen. Hallo, Misha. Geralt. Na ja. Du kennst auch jeden, das ist ja unfassbar. So. Dann reiche ich da mal rüber. Ja. Ah, okay. Ja, die habe ich tatsächlich schon. Okay, vielleicht hätte ich ihm auch sagen sollen, was. Ich gebe ihm die mal wieder. Inwieweit unterscheidet sich denn ihr Sortiment von Kroniwälen? Achso, wir möchten jetzt nur unsere besonderen Artikel wissen. Ja. Für die Halsketten. Ja, das kriegen wir auch hin. Okay, ein Moment. Bitte da. Wo ist denn unsere Liste? Da ist es. Und zwar. Geralt, kannst du mir vielleicht einen Seitentopf machen? Würde das gehen? Ja, einen Haargummi habe ich dabei. Okay, ich setze mich mal ganz kurz hier irgendwo. Jawohl. Ganz kurz auf die Couch. Auf die Couch. Jawohl. Dann gleich wieder. Das wäre super. Die Halsketten mit 122. Genau. Meine wunderschöne Cappuccino-H-Farbe mit der 122. Dankeschön. Also, ich habe immer so, wie nennt man das? Assasni. So, A-Gummis an der Hand. Sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen, ne? Dass ich ein paar Zipfe flechten kann. Das ist jetzt auch nicht so krass. Ja, aber das Problem ist, ich habe so viel Haarspray drin. Ich hätte jetzt einen verkrümpelnden Zopf gemacht. Ja gut. Nee, das nicht. Ich will dann dafür lieber deinen fähigen Händen. Ist ja auch jetzt... Es ist nicht geil geflochten, aber... Ja, aber... Es soll ist nix. Ja. Mach ich später noch ordentlich. Okay, dankeschön. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, was die hier so anderes haben. Interessierst du dich für die Hals? Ja, also, ich habe gehört, dass die hier andere Kriolen oder sowas haben. Nicht Kriolen. So. Ich bin ja eher so der Typ für Ketten. Weißt du, Ketten am besten mit Armbändern zusammen und sowas alles. Oh, es gibt auch ein neues Armband hier, habe ich gehört. Oh, okay. Ja, so ein Silber-Armband. Ja, denn dieser komische Anruf, der war wirklich weird. Oder von Ava. Irgendwie Trix Empire, die wollen mich einstellen, weil die Plus-Size-Models suchen. Und die Info hätten sie von einem Herr Skinner. Da habe ich gesagt, ja, das glaube ich aber nicht. Da hat ihm wohl jemand einen Bären aufgebunden. Super weird. Was? Hey? Papa, wirst du anders, ne? Und wegen kann man sowas kommen. Keine Ahnung. Oh, da ist Jo. Meinst du ja, will was du Barbara holen? Weiß ich nicht. Hast du Jo eigentlich schon mal ausgefacht gegen der Sache? Nee, sollte man vielleicht auch mal machen. Ja. Genau, ich habe ihnen jetzt nur die Exklusivstücke mitgebracht. Perfekt. Und ja, es fehlen zwar noch die schwarze Variante von diesem Herr Kett. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ist hier irgendwo ein Spiegel oder so? Da vorne sehe ich einen. Ich stelle mich einmal da vorne. Hast du auch was Neues für Männer? Haben wir auch, ja. Was denn? Das kann ich dir dann gleich zeigen. Okay. Ladies World. Okay. Der Anfänger verschwindet hier so ein bisschen in der Falte von meinem Oberteil. Da ist unser Maskott. Entschuldigung. Müsste ich jetzt gar nicht, hätte ich was anderes anziehen sollen. Okay, das ist schon schön, aber ich glaube, die Farbe wäre tatsächlich nicht meins. Genau, davon habe ich noch eine silberne Variante und wir haben davon auch eine schwarze Variante. Und eine schwarze Variante. Genau, die schwarze Variante ist gerade Wonders auf Abwiegen. Die ist ja nicht ganz schön. Die sind ja auch irgendwie sehr speziell alle, die Anhänger. Aber ich muss gleich sagen, ich habe eine weiße und eine schwarze Halskette mit passendem Armband. Deswegen wäre mir so ein bisschen too much, weil ich ja sowas in der Form schon habe. Und eher so feinere Ketten, bisschen dünner als die Kette, die meine Freundin von anderen anprobiert hatte. Und ich denke mal, das ist jetzt nicht so ihr Fall, aber das wäre dann sowas hier. Das wäre dann auch ein exklusiv, stimmt. Bin ich aber mal gespannt. Ja gut, dann... Ja gut, Oberteilung verschwunden. Ja, das ist schwierig. Aber ich sehe ja den Anhänger, das ist ein schöner Tonkopf-Anhänger. Irgendwie. Genau. Welche Farben haben Sie die Kette denn? Also auch nur in Gold? Gold und Klartel. Gold und Klartel. Ich meine... Boah, da sehe ich dich. Ja, das hat ich. Ariane, so richtig big boss. Das hat was. Ich trage manchmal auch ein bisschen sportlichere Autos von deinem. Ja, und dann einfach den Totenkopf. Ja, sehr gerne. Öffnungsraten finden Sie auf unserer menschliche Seite. Genau, genau. Das hatte ich schon gesehen. Musst du erstmal gucken. Okay, die merke ich mir für später erstmal vor. Oh, genau. Dann müsste ich nicht wirklich meine Garderobe nochmal vorher durchziehen. Aber ich weiß, dass du in der Seite. Bitteschön. So, Armbanduhren. Habt ihr die auch? Das wäre dann die Amethyst-Halskette. Das wäre es erstmal für heute und dann komme ich irgendwann nochmal wieder. Oh, die ist aber schön. Sehr gerne. Höhen und froh. Ja. Oh, wow. Dann. Schönen Dank. Genau, danke für die Beratung. Das fand ich eine schöne Farbe. Ja, stimmt. Aber so eine habe ich schon in schwarz. Oh mein Gott, ich bin ganz schwierig. Tut mir leid. Alles gut. Also Sie sehen, Sie haben in Zukunft auf jeden Fall eine Kundin gewonnen, weil ich kaufe sehr viel Schmuck. Aber irgendwie ist es das noch nicht. Das ist es noch nicht. Nee. Das sind leider unsere Exklusivstücke für Frauen, was Ketten betrifft. Okay. Hm. Und das silberne Armbändchen? Da gucke ich gleich mal nach. Ein und weg. Ich finde die Kette war mega schön eigentlich. Aber die, keine Ahnung, die erinnert mich immer an so eine Hexe. Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Dieses. Wie red. Mythische Magiewaldhexe. Das ist wirklich so. Sag mal, willst du hier gleich noch irgendwas gucken? Ja, ich gucke mal, ob es für Männer irgendetwas gibt. Trägst du Ketten eigentlich? Ja. Sag ich auch. Ich habe ja eigentlich immer diese schwarze Perlkette an. Aber da erkennen mich die ganzen Leute immer wieder mit. Ach du Scheiße. Dann muss er bald mal wieder die Frisur wegnehmen. So, dann einmal mitkommen. Ähm. Jetzt einfach rein. Ja, Entschuldigung. Alles klar. Dann. So. Und da auch die Exklusivstücke, ne? Genau, genau. Schau mal meine Jacke aus. Gerhard, sagst du die 81 bei dir, die sehe ich. Die 81? Du? Ja. Also dich würde keiner erkennen. Komm, das muss ich schon sagen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich dachte auch nicht. Ich dachte auch zuerst, das wäre jemand anders. Aber... Ja, nee. Dann hat er gesprochen. Ich bin halt schon... Ich bin schon... Äh, bin wandelbar. Ne? Das bist du wirklich, ja. Wie einfach jeder Mann hier die gleiche Frisur hat da hinten. Eins, zwei, drei, vier. Die haben alle die PD-Frisur. Fünf. Da vorne auch. Alle Männer haben hier die gleiche Frisur. Ah, so in der Versicht. Silberner Armreif. Wir haben ja Zeit. Oh. Hi. Oh, dann hätten wir einmal hier den silbernen Armreif. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, oh. Ich weiß nicht, bis wann... Ach, der. Ja, den... Entschuldigung, den habe ich schon. Was? Ja, das hat sie nicht... Äh, ich glaube... Ich glaube, da gehst du mir eine kleine Flächsung. Weil den habe ich definitiv zu Hause. Bitte schön. Okay. Haben Sie den etwa von Konjubil? Äh, ja. Tatsächlich, ja. Okay. Jetzt bin ich leicht verwirrt. Okay. Ja. Okay. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Ich habe das Gefühl, im ganzen Laden gibt es gerade eine Frisur, die sehr oft vertreten ist. Dann hätten wir hier noch etwas anderes. Okay. Und wenn Sie jetzt sagen, das haben Sie auch, dann weiß ich auch gleich nicht mehr weiter. Nee, die habe ich tatsächlich nicht. Die ist auch ganz hübsch. Okay, dann vielleicht bespielen. Die würde ich mir auch schon davor merken. Wie sind denn so Ihre Öffnungszeiten? Unsere Öffnungszeiten, wir haben die überarbeitet. Da brauche ich in meinem Katalog nicht mehr gucken. Montag 19 bis 21 Uhr. Mhm. Mittwoch 20 bis 22 Uhr. Oh, das ist gut, ja. Donnerstag 19 bis 21 Uhr. Mhm. Und Sonntag 20 bis 22 Uhr. Okay, das ist super. Ähm, gut, dann würde ich mir die einfach auch für mich schon mal vormerken, weil ich muss wirklich zu Hause nochmal ein bisschen überlegen. Ich würde mir erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Äh, wie teuer wäre denn, äh, wie günstig wäre denn dieses Armbändchen? Dieses Armbändchen für Frauen kostet sagenumwobene 450 Dollar. Ach, das geht ja. Ja. Finde ich auch. Ja, dann, Gerard, möchtest du noch was gucken? Ja, ich würde mir auch gerne die Exklusivsachen angucken für Männer. Das geht. Exklusiv für Armwände oder Halskippen? Äh, beides. Und Stecker vielleicht auch. Egal. Ja, ich muss mir das ja mal angucken, ne, wenn man mal hier ist, ne, bin ich so oft in so, äh, Juwelierläden, ne? Eventuell ein weiteres Modell. So, Exklusivstücke für Männer. Also von dem Modell habe ich natürlich unterschiedliche Ausführungen noch, unterschiedliche Materialien. Das wären halt jetzt die Goldmodelle gewesen, die, äh, sagen wir mal, meines Erachtens. Armreifen. Ich hab da natürlich auch in Silber, in, ähm, äh, äh, ziemlich unterschiedlich. Ja? Okay. Hast du mal mit Jo geredet seit der Sache nach? Bestimmt, immer. Ne, hab ich noch nicht. Sollen wir den mal ausfremden? Können wir gleich mal machen. Aber unaufwendig? Ja. Ah, okay. Ich bin jetzt mal gespannt, was es Neues für Männer gibt. Ich auch. Okay, ähm, soll ich den von dem Moran-Modell? Ich muss der Pinsel. Oh, Entschuldigung, das, äh, ich hab kurz laut gedacht. Wollt es eigentlich gerade ins Ohr sagen? Hier gibt's doch bestimmt auch ne Toilette, oder nicht? Weiß ich nicht, haben Sie ja ne Grundentoilette? Ich glaub nicht, oder? Nein, da tatsächlich nicht. Ja, ich ne gedacht. Ah, ich heiz noch einen. Okay. Ähm, äh, ich, doch, da, da hab ich was. Da hab ich was, rechts oder links? Ähm, beides mal. Beides mal. Nun müsste ich mir mal angucken. Ja. Dankeschön. Das würde tatsächlich voll gut zu deinem Outfit gerade passen. Jetzt da? Irgendwie schon, ja. Aber das ist schon, das ist schon echt fett, ne? Ja. Guck mal. Er hat dann, wie so eine Superhelcht. Da könntest du auf jeden Fall jemanden mit vermöbeln. Ui, warte mal, dann zieh ich mal meine, so, sieht man's gar nicht mehr. Oh. Okay. Äh, ich glaub, die sind ein bisschen zu, äh, heftig. Zu heftig? Hm. Dann guck ich mal weiter. Jetzt ist das, wenn man sich so, äh, so dramatisch von den Fesseln so befreit hat und das sind die Überbleibsel. Ja, aber ich hab mir tatsächlich so zwei, äh, zwei Lederanbinder, ja gut, die sehen auch so aus. Aber ich mag das tatsächlich. Also siehst du, wie, wie, wie verschiedene Geschmäcker sind, weil, zum Beispiel bei so, bei so einem Armkettchen würde ich's auch sehr, sehr schlicht mögen, wie dieses, ähm. Du magst auch eher schlicht und filigraner dann so. Aber diese, diese Totenkopfkette, ich weiß ja nicht. Boah, aber die kostet, glaub ich, 5000, oder? Ja, die ist hundertprozentig sehr gut. Aber die sah schon geil aus. Die verschwindete nur in meinem demonströsen Boden. Das hab ich jetzt gekonnt überhört. Ja. So, dann muss ich mal kurz, äh, heen. Genau. Aber das wäre dir wahrscheinlich dann auch wieder zu fett, ne? Hm. Oh, die haben das. Ja, also die finde ich gar nicht mehr so schlecht. Aber so, ähm, sowas, äh. Aber in ein Arm nur, ne? Ja, nee, die haben beide. Ähm, aber so, wo nur so Ketten, also nicht diese riesige Kette, sondern so nur die, äh, filigralere Kette habt ihr jetzt nicht, oder? Meinst du, schlanke, schmale? Hm, genau. Hm, ich könnte mal gucken, muss ich gucken. Die einfach, die sind einfach zu fett. So, weißt du, das... So, Geralt, nächste Kataloggrafik. Och nein, du nicht. Nee. Aber ich glaub, ich glaub, so würd ich's machen. Ja. Vielleicht wär das mein neues Konzept, monatelang immer an ihm im Katalog erweiten. Ja, da sind wir auch grad bei. Nächste Woche soll unser Katalog online gehen. Ah, super. Dann kann man auch alles nachgucken. Das ist toll. Okay, gucken wir uns das mal an. Das find ich eigentlich besser, muss ich sagen. Ja. Oh, ja. Find ich besser. Ja. Rechts oder links, warte. Naja, ich würd rechts nehmen, weil du links eventuell ne Uhr trägst. Eventuell. Stimmt, eventuell träg ich ne Uhr. Es stimmt. Ich hab dich noch nie mit ne Uhr gesehen, glaub ich, denk ich. Ich hab zu viele Uhren zu Hause. Ich trag das nie, weil ich das immer vergesse. Rechts, links. Warte mal, du hast gesagt, rechts trägt man die Uhren, oder? Nee, nee, links trägt man die Uhren. Mhm. Ja, dann würd ich das mal nicht kaufen. Ja, jetzt möchtest du, also die für rechts, ja? Ja, genau. Gut, allerdings müssen wir heute nur auf Bestellung machen, weil wir von jedem Ding nur eine Ware haben. Ja, jetzt kein Problem, ich kann's ja dann abholen. Richtig, du kriegst dann ne Nachricht und dann kannst du's abholen, sofort. Perfekt. Wie teuer wär das? Du bist gleich dabei, Sekunde. Gerhard, du kannst kaum abholen. Ich habe gerade... ...nach und das... Also die Uhr würde ich auch rechts tragen, aber ich hab... Grundsätzlich ist bei mir immer das Verkehrste. Telefonnummer trage ich auch gleich nach. Wären vier und auch, also vier und fünf. Perfekt, ja. Ja, hallo? Frau Barth, ich hab meine Frage, ein wunderschön, sind Sie heute oben bei Herrn Mountain Hermes Styles? Dann bist du ein... Mountain Hermes Style. Ja, noch einen, äh, umgangssprachlichen Namen hätte man nicht wählen können. Jetzt aber mal ne Frage, sind Sie heute dort? Ich hab nämlich, äh, ein Anliegen, ich brauch ne Frisur. Achso, ja, ähm, wir können aufgrund der Bedrohungslage im Moment dort nicht arbeiten, aber, äh, ich kann den, im Citydienst auf jeden Fall vorbeikommen. Ja, aber wir, aber wir sind ja, äh, sind ja die Polizei. Ja, dann fahr ich heute nicht nach oben, mach extra in den Laden. Äh, Herr Weiß, äh, Sie bezahlen aber? Ja, natürlich bezahle ich's. Ist okay, wann denn? Ja, ich heiße auch. 1 von 2, 30. Ja, okay, schaffe ich. Dann bis gleich. Okay, bis gleich. Tschüss. Aber ich hab vier Kapseln. Warte. Gut. Ich geh mal ganz kurz ins Auto, mal kurz mein Oberteil zurecht machen. Ja, mach das, mach das. Bin ich hier gleich babusig. Alles klar. Hallo, Jo. Kommen Sie raus. Ich muss pinkeln. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halt's nicht mehr aus. Hilfe, Hilfe. Ah, so viel Kaffee. Dennis wird uns wieder verarschen, aber, äh, ja, ey. Marianne muss mit Skinner reden. Guck mal. Hm. So, ich geh kurz pinkeln. Ich hole mir ganz kurz auch noch was zu essen und zu trinken unten. Ja? Moment. Okay. Also. Wie geht's? Wow. Wie geht's? Wie geht's? Hals? こうczywiście? Vielen Dank. 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 Ja, ich pickele ins Auto. Sag ich, was du trinkst? Moment. Ich habe nichts zu essen, was ich im Stream essen kann, weil ich von einem Bauch sperrens kriege. Scheiße. Also nichts da, was ich mal eben zu essen kann. Hallo? Hallo, ich warte draußen am Wagen, ne? Also kein Schlüssel und so. Alles klar, ich bin gleich fertig. Okay, bis gleich. Tschüss. Ich glaube, die Haarfarbe ist doch die Haarfarbe, ne? Die Klamotten, ich glaube, ich muss da etwas anderes anziehen. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Aber irgendwie ist es auch cool. Scheiße, ich weiß nicht. Irgendwie ist es cool, irgendwie auch nicht. I don't know. Guck mal, so zum Beispiel mag ich das voll. Der Kalahari, ne? Das ist doch einer. Die Farbe ist ja, die Farbe ist so geil. Holy shit. Ariane hat ein Foto von gemacht. Also jetzt auch IC, ne? Achso. Ähm, ist der da grad? Ist der da grad? Hochgeglittert? Äh. Auf jeden Fall Arianes Blickfeld. Gerald? Ja? Da war grad ein schwarz gekleideter Mann. Ich weiß nicht, ob ich es ihm kann. Ich bin mir grad nicht sicher, aber ich glaube, der stand da die ganze Zeit da hinten an der Mauer. Ist dann so ein bisschen in meine Richtung gekommen. Und ist dann hier bei Digital Ding, so auf der, hier auf dem Gebäude auf der linken Seite hochgeklettert. Mhm. Ein bisschen. Hochgeklettert? Achso, geklettert, ja. Meint er hochklettern? Ich weiß es nicht, aber das war irgendwie komisch. Schon gruselig. Ja. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen und nirgendwo reingezogen zu sein. Ja, ich glaub, das ist das Beste. Ja. So, Herr Weiß hat angerufen, um 21.30 Uhr will er eine Frisur im Laden haben. Ja. Ich mein, ich wollte eh nochmal ein bisschen hochfahren. Mhm. Willst du, will er von dir die Frisur haben? Was? Ne, ach, ich bin zufrieden. Ich lass die jetzt einfach so. Ich mach mir den Zopf dann später nochmal zu Hause. Ich bin dann gesucht, ich soll mir überlegen, wo ich mich um... Aber irgendwie fühle ich das Outfit, aber irgendwie fühle ich es auch nicht scheiße. Also ich find's jetzt so... Also ich find's eigentlich geil. Schade, dass man die Ketten jetzt nicht so gesehen hat. Aber das ist wirklich schade. Jetzt bin mir wieder in den Hausten gerutscht. Aber, äh, ja. Ne, äh, du kannst gerne, äh... Also ich komm auch gleich nach oben, dann mach ich jetzt noch... Äh, fahr ich gleich fürs wahrscheinlich mit. Ich muss nur kurz noch mit, äh, Dings, mit, ähm... Jetzt mit, äh, einer Kollegin noch reden, die wir einstellen fürs Wochenende. Okay, äh, Geri. Und, ja. Wenn die Polizei um 1,5 Uhr 30 im Laden ist, ja? Ja, 22 Uhr 30 oder 21 Uhr. Äh, 21 Uhr 30. Ich überlege gerade, ob wir, ähm, das im Bluff mit einbauen und sagen, die Polizei ist hier und nimmt, äh, Reifenspuren, kann man das? Geht das so? Ja. Kann man Reifenspuren nehmen? Ne, wir können ja auch sagen, die Polizei ist hier, äh, um, ach, na, wir dürfen ja keine interne rausgeben, so, deswegen... Ach, Kacke. Ne, wir können aber sagen, sie sind nochmal hier, um es dramatisch zu wirken, zu dachten, um nochmal nachzufragen, was denn jetzt da alles nochmal vorgefallen ist und so. Wir können auch sagen, weil wir wahrscheinlich unseren Laden jetzt schließen müssen, es gab zu viel Bedrohung. Ne, das geht auch nicht, scheiße. Okay, ne, das ist zu dramatisch. Kacke. Ne, ne, ich will ja auch nicht lügen, ich hab ja schon gelogen mit dem Nummer 2. Ne, aber wir wollten ja eigentlich Jo noch ausfragen. Ja, dann musst du das dann mal eben machen. Ja, wusste ja. Aber der ist gerade im Laden. Ach shit, der war gerade noch drinnen. Ach, Kacke, der wird wahrscheinlich aber erstmal drin bleiben, ne? Ja, ich denke auch. Weißt du was, vielleicht machen wir es so, wir suchen einfach, wir gucken einfach mal, vielleicht können wir unsere Freunde einfach ausschließen. Die ganze Zeit verdächtige ich die. Vielleicht können wir es ja so machen, dass Barbara und Max es gar nicht sein könnten, weißt du, dass wir dafür die Gründe suchen. Aber ich wüsste nicht, wo ich da anfangen sollte. Wie meinst du das? So, zum Beispiel, okay, welchen Grund hätten die, ne? Würde ich jetzt sagen, kein. David hätte einen Grund, aber Barbara und Max hätten keinen Grund. Wieso sollte Max das machen? Max ist Co-CEO von dem Laden. Ja, das macht ja nichts. Die würde eine Menge riskieren, warum sollte sie das tun? Hm. Also solche Sachen halt. Weil das macht wirklich keinen Sinn. Allerdings, wenn Max aus dem Auto raus, wenn Max aus dem roten Cheburek raus, also wenn es aber wirklich zu ihm geht. Wir können Eva fragen. Eva, wie das ist? Ja, Eva war auch drin. Weil, guck mal, wie wollen die das denn erklären? Barbara meint, ihr Cheburek ist ja irgendwie, ne? Die hat ewig lange nicht mehr gefahren. Ist okay, Gerard. Glauben wir das mal, ja? Ja. Ist okay? Gut, warum steigt Max aus dem roten Cheburek raus? Genau, wer war im roten Cheburek drin? Ja. Dann müsst ihr uns eigentlich dann Max erklären. Soll ich mal Max anrufen und fragen, ob wir heute vielleicht alle gemeinsam reden können? Ja, aber da würde ich gerne auch noch Eva nochmal kurz. Nämlich die war mit mir im Stadtpark. Jo hat das eigentlich auch gesehen. Dann lass Jo erstmal davon weghalten, weil ich weiß ja nicht. Wir fragen erstmal, wir fragen am besten erstmal Eva. Ja, willst du sie vielleicht kurz anrufen? Ich ruf sie kurz mal an. Ja. Rausziehen ist ein bisschen schwierig, ne? Mhm. Dann kommst du da gleich nicht mehr rein. Bitter oral. Ach, das. Ach, Entschuldigung. Oh, die schauen für Jo, ob er sich was Schönes kauft. Wenn nicht für Barbara. Oh. Soll sie mal gehen. Oh ja. Aber geht gerade nicht dran. Scheiße. Aber wenn wir das sagen, dann kommen sie ja eigentlich in Not, weil sie ja gesagt haben. Oh, jetzt ruft sie an. Warte kurz. Ja, dann Max hat mit den Typen zu tun, wenn es Typen sind. Na, schmeckt die Breze? Ist Schokolade, ach so. Ey, ich hab ne Frage. Du erinnerst dich doch noch an den Tag, wo wir zu After Hours gefahren sind, ne? Da ist doch Max im Stadtpark ausgestiegen in dem roten Shiborek, ne? Das war an dem Tag. Weißt du noch, wer da drin saß? Ach, das hat Jo interessiert wegen Barbara. Was? Ja, aber warum steigt... Also, aber sie ist... Also, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie aus diesem roten Shiborek rausgestiegen ist, ne? Max. Ja. Ja, sie hat's Jo gegenüber bestätigt. Und was haben die vorher gemacht gehabt? Die haben doch diese Figur da gekauft gehabt, ne? Bei Masquerade. Weil, ich glaube, ich weiß es nicht. Weil Jo ja irgendetwas zugesteckt bekommen hat oder so. Ich muss mal Jo fragen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal. Ich muss eine andere Hose, glaube ich, später anziehen. Aber erst mal Geheimheiten, Ava. Wir müssen erst mal ermitteln. Deine Lippen sind verschlossen. Ja, Nadel und Faden und einmal zu. Das wird schnell Spaß. Okay, gut. Okay, dann bis später. Okay, tschüss. Also, sie hat's bestätigt. Vor allem Jo hat's ihr bestätigt. Und wir waren zu dritt. Wir haben alle drei gesehen, dass sie aus diesem roten Shiborek rausgestiegen ist. Also, Max ist tatsächlich... Also, was ist Fakt, dass sie aus dem roten Shiborek rausgestiegen ist? Ja. Dann macht das ja gar keinen Sinn, dass Barbara sagt, sie ist schon länger nicht gefahren. Also, wer das... Meinst du, Max hat irgendwas mit irgendwelchen kriminellen Leuten zu tun? Ich glaube, eigentlich nicht. Wieso auch? Ich meine, sie verhält sich in der Zeit ja so ein bisschen... Ja, aber das würde man... Aber das würde man... Ich glaube, das würde man schon so ein bisschen mitbekommen, wenn sie so mit... Weil sie ist ja eigentlich immer bei uns dabei. Sonst wäre sie ja immer mal weg und dann... Ich glaube nicht. Gerhard, weißt du was? Ich fahre mal kurz nach Hause, ziehe mich um und fahre dann zum Laden. Ja, mach das. Aber das ist... Ich fahre dann schnell zur Neueingestellten, erkläre dir das noch alles und dann fahre ich nach oben, aber Walter Weiß ist ja da. Und, ne, bevor... Bevor wir ihm die Haare schneiden, ne, sagst du dem, der soll erst bezahlen. Nämlich, der ist zweimal davon weggekommen. Aber deswegen hätte ich dich gerne oben im Laden. Deswegen hätte ich dich gerne mit im Laden. David ruft an. Moment. Hallo, David. Hallo. Wie geht es dir? Ähm. Wääh. Ich sag mal ab, wie du so drauf bist. Lia hat mir geschrieben. Ich verstehe das nicht, David. Ich habe dir doch gesagt, dass ich dir glaube. Weil ich... Wollen wir denn nicht an Telefonen besprechen? Denn das ist so besser. Ja, ich habe gleich zu tun. Ich muss gleich in den Laden. Wir haben da massive Probleme gerade. Wieso Probleme? Äh, die Polizei kommt gleich nochmal vorbei. Was passiert? Ne, alles gut. Ähm. David. Also jetzt mal wirklich titten auf den Tisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du damit was zu tun hast. Das macht keinen Sinn. Und ich glaube auch tatsächlich, dass du damit wirklich nichts zu tun haben kannst. Und ich wollte... Es tut mir wirklich leid, dass ich dich da verdächtig fand. Aber wieso hast du dann... Ja, weil das alles so gut... War das alles so gut zusammengepasst? Ja, natürlich war das mein... Das ist nicht mein Laden. Gerard steht gerade neben mir. Aber doch, es ist mit natürlich auch... Ich bin Cosi. Oh, natürlich bin ich mit auch. Da hängt mein Herz dran an den Laden. Wenn er Mitarbeiter und Blanche... Ja, aber dann gehst du doch nicht sofort davon aus, dass es... Sein eigenes Brot auch war. Es hat so gut... Es hat so gut gepasst mit Edgins. Weil... Ich weiß, Edgins sind echt unseren... Problem... Also, was heißt Probleme? Ich zähle ihn einfach nur gern auf. Und eigentlich finde ich ihn auch cool. Aber ich... Aber ich konnte das nachvollziehen. Ich wäre genauso stinkig gewesen. Wenn Larry das gemacht hätte, ich wäre richtig festig gewesen. Ja, nee, das macht ja dann auch keinen Sinn. Du bist ja auch kein Psycho oder sowas. Weil, wieso auch? Ja. Findest du dich noch an Pascal? Ja. Denn er hat auch sowas gemacht. Also, wieso soll ich auch sowas machen? Weil dann ist doch... Also, vor allem Edgins sind es so... Weich. Weißt du, wie ich meine? Du meinst, weil... Ja, Edgins wird wahrscheinlich sowieso einen richtigen Film schieben. Weil... Deswegen. Also, denn... So hätte ich den auch eingeschätzt. Ich weiß nicht, wie du denn drauf bist, aber... Nee. Nee, alles gut. Ich glaube, ich habe da jetzt auch eine... Äh... Ja, eine gute Sicht auf... Auf die Sache und kann mir vorstellen, wer das war. Echt? Ja. Ach, du Scheiße. Okay, dann sagen wir nicht, das sind Leute, mit denen wir schon zu tun hatten oder so. Und in negativen Sinn. Ist ja auch egal, David, ich will dich da ja nichts mit reinziehen. Ich möchte mich nur entschuldigen, es tut mir wirklich leid. Und ich möchte nicht, dass du wegen mir traurig bist. Aber du glaubst mir wirklich oder sagst du denn... Ich weiß nicht, ich bin verwirrt, weißt du. David, mal ganz im Ernst. Was haben wir alles für Scheiße zusammen durchgemacht? Ich glaube, ich kenne dich mittlerweile gut genug. Sowas würdest du mir nicht antun. Das ist ja blöd. Du würdest... Ich glaube, du würdest mich eher einweinen. Ganz im Ernst. Und mir die Scheiße zusammen mit durchmachen, ja. Doch, gut. Ja, natürlich würdest du mich einweinen. Okay, dann stimmt. Bei den einen und anderen Sachen. Well, doch, doch, hast schon recht. Ich sag nur, Bananasbid. Guck mal, wieso solltest du mich da... Also, alles gut. Mach dir da keine Gedanken mehr, ja? Ich bin nicht sauer auf dich. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ja. Okay, und jetzt wein nicht mehr rum, weil sonst werde ich nämlich richtig weich. Und dann weine ich gleich noch nicht. Weil ich wusste einfach nur nicht, was ich denken soll. Und deswegen wollte ich dies auch... Ich wollte auch diesen Gespräch mit dir suchen. Deswegen, ähm... Ja, der ist sehr erwachsen von dir. Okay. Ja, mach dir keine Sorgen, ja? Ich muss jetzt los. Ich muss hochgeladen, wenn ihr willst. Okay, dann... Okay, dann... Dann wir sehen uns dann, okay? Okay, bis dann. Tschüss. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Tschüss. Ja. Ja, gerne. Oh, wait. Warte. Ist das... Hat das irgendetwas mit... Gerhard, ich geh schon mal... Ich geh schon mal nach Hause. Masken und Blut und sowas zu tun? Ja, mach das, Ariane. Okay. Du bist gleich im Laden, ja? So, wir ziehen uns kurz rum. Ich liebe Epi. Äh, Ariane, ähm... Glaubt aber tatsächlich David. Also, es ist jetzt nicht, äh, ne? Ich... Ariane glaubt ihnen. Das hat sie aber letztens schon gesagt. Das hat sie letztens schon gesagt. So, hey, David, ich glaub dir. Weil er wirklich gesagt hat, hier, hey, und, ne? Und Ariane findet auch keine Gründe dafür, dass es David halt hätte sein können. Bei Barbara eigentlich. Aber jetzt vor allem bei Max. Hm. Bin gespannt. Naja, Ariane glaubt David auf jeden Fall. Also, mal ganz im Ernst, er hat's gut gemacht, ne? Und das hat die Sache, man muss auch verlieren können im Epi. Und er hat's halt wirklich gut gemacht. Sehr, sehr gut sogar. Also, ich hätte ihm in Real Life nämlich auch geglaubt. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und er hat sich auch gut rausgehalten, sodass man ihn nicht... Also, von allen hat er sich am besten da rausgekantet, finde ich. Oh, shit. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Shit. Und so ist das halt so. Ich würde jetzt auch nicht nachbohren bei David, weil wenn das jemand halt gut gemacht und so, dann gut. Dann ist es so. Hat er es auch verdient. So sehe ich das. Das hat er so ein bisschen vom Dennis übernommen. Der macht das halt auch so, ne? Wenn er irgendwie so Verfolgung sagt und jemand macht das gut und so, dann sagt die Polizei auch irgendwann so, ja komm, den kriegen wir nicht mehr. Weil dann belohnt du halt den anderen dafür, dass er das halt so gut gemacht hat. Man muss ja nicht immer gewinnen müssen, ne? Also, ich hoffe, er wird es Ariane nie sagen, weil das dann echt zum Problem werden wird zwischen den beiden. Weil die wird jetzt... Jetzt wird die halt wirklich so gut wie alles für ihn tun, ne? Und das wäre dann... Hat dann doch ein bisschen anders. Ich kann nicht mehr Auto fahren hier. So, David ist also schon mal fein raus. Was machen die anderen beiden? Was machen die anderen beiden? Trotzdem hat sie natürlich, äh... Ja, mit der Polizei... Ariane hat halt nicht gesagt, wieso. Nur gesagt, dass die Polizei da gleich kommt, ne? Wir wollen natürlich nur gucken... Oh shit, warte mal. Kacke, ich fahre hier wirklich wie Schwein, ne? Ich muss kurz zitieren. Trotzdem, Gerald meinte ja, sag nicht zu viel, sag nicht zu viel, sag nicht warum und so. Und daran haben wir uns jetzt gerade noch gehalten, ne? Sag mal, ich hab mal ausgeschrieben. Hä? Guck mal. Oh. Irgendwas ist gerade ein bisschen... So. Oh nein. Oh nein. Oh, irgendwas ist gerade im Team-Speak. Ich seh's gerade. Es sind, glaube ich, gerade mehrere Leute rausgeflogen. Kann das? Ist ja los. Ich glaube, es sind gerade mehrere Leute rausgeflogen aus dem Spiel. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin gespannt. Ah, Nico ist wohl auch rausgeflogen. Irgendwas ist gerade mit dem Licht komisch. Ich fahre mich, ob einer für alle anderen den Kopf hinhält. Oh, die blöde Hose auf jeden Fall weg. Irgendwie, weiß nicht, funktionierte gar nicht damit. Ich glaube, wir ziehen wieder unsere normalen lila Klamotten an. Wobei ich da ja auch immer noch diese Special-Schuhe habe. Warte mal, wir haben... Das hier können wir eigentlich... Warte. Moment, wo war das? Das habe ich schon nach oben gepackt. Das habe ich nämlich gerade bei einer anderen Dame gesehen. Ja, das... Nee, ach shit, wir haben nicht lila. Wir haben pink. Hä? Aber wir hatten doch eigentlich lila. Hä? Okay. Irgendwie sind die Farben alle komplett anders. Okay, wir können aber was anderes machen. Warte, warte. Ich habe eine Idee. Eine ganz schnelle. Ja, wir nehmen das hier mit... Wo sind sie? Nee, mit den Schuhen hier. Let's go. Fertig. Und natürlich mit einer Kette trotzdem noch. Nee, Arianna weiß nicht, dass zum Beispiel Barbara mit dem Auto ist. Und dann, nee, das weiß sie nicht. Aber Max... Max hat mit den Leuten wohl zu tun. Und demnach hat Max wohl... Nee, Arianna denkt so... Okay, hat Max vielleicht das Auto von Barbara gesnackt? Und Barbara weiß davon gar nichts. Ich bin gespannt jetzt. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir halt wirklich Zeugen. Das ist jetzt eine Wendung, mit der ich nicht gerechnet hätte. Oh, Chaos Ombu. Äh, Ombu. Chaos Oma. Wo habe ich denn Ombu jetzt gelesen? What the fuck? So. Ja, ich mag das auch. Mit den blauen Schuhen und so. Das sieht ganz cool aus. So. Jo wird gegen Barbara, glaube ich, nichts sagen. Und Jo jetzt einzubeziehen... Hm. Schwierig. Dann wollen wir mal. Ich brauche da gar nicht mehr das Navi irgendwie, aber... Oh, guck mal hier war eine schöne Treppe da hinten hochgekommen. Ja, ich hoffe auch, dass die Freundschaft nicht darunter leiden wird. Aber ich kann natürlich jetzt auch nicht nur, was ich mir wünsche, anders spielen, ne? Ich hoffe, wir kommen alle da irgendwie raus. Ja. Schade einfach, ey. Ich wünschte, es wäre anders... Ich wünsche, wir wären früher eingeknickt. Nette Ariane ist sogar alles dafür getan, dass es halt nicht rauskommt. Also auch nochmal irgendwie anders mitgeholfen. Aber gemeckert hätte sie. Und bei Max hätte sie irgendwie... Max, du kannst kein Co-CEO mehr bei uns. Warum machst du das? Warum? Gegen den Laden, gegen den du arbeitest. Du weißt, was für Konsequenzen das jetzt mit sich trägt. Und sowas alles. Die Konsequenz müsste... Man müsste Max dann halt... Also wenn das alles rauskommen würde, müsste man Max rauskanten. Und das will ich nicht. Weil Max soll Co-CEO sein. Aber die macht, glaube ich, auch nicht mehr viel mit dem Laden, ne? Das ist trotzdem scheiße. Ich finde nicht, dass die da irgendwie... Was müsste ich halt mit Ariane dann irgendwie sagen? Und das wäre halt scheiße. Wie damals bei Larry... Was war denn bei Larry? Wuppi dann? So, hier darf ich ja schnell fahren. Ich muss mal ganz kurz auf Fahren konzentrieren hier. Wer kann einen Unfall bauen. Wisst ihr, sind gerade zu viel rausgeflogen? Wahrscheinlich irgendwo wieder... Ein Fest oder sowas? So, bitte nicht metern, ne? Ich frag mich da die Sachen einfach selber. Ja, das ist Skinner. Das ist eigentlich mit Skinner. Ja, aber wir haben jetzt erstmal den Kram hier. Wir überlegen, die Gutscheine können wir eigentlich auch nehmen und mit Ariane einfach so das Teuerste von der Karte bestellen beim La Casa Mar, heißt das glaube ich, oder Meer? La Casa Meer. Und einfach so ganz alleine alles essen. Einfach so ein Gönnungstag. So ein Selfcare-Tag mit Ariane. Dann einfach zum Afrodonis und das Teuerste... Ne, lieber doch nicht. Lieber doch nicht. Lieber ein bisschen Geld sparen. Nicht zum Afrodonis das Teuerste Kleid tun. Und das werden wir eh nie anziehen. Frodonis dürfte heute auch nicht aufhauen. Ich glaube, die haben erst Mittwoch. Sonntag und Montag haben die, meine ich, zu. Buppi. Bupp, bupp. Bupp, bupp, bupp. Sag mal, habe ich gerade... Ist irgendwie gerade... Seht ihr, dass das auf einmal so dunkel ist? Warum ist das gerade so komisch dunkel die ganze Zeit? Weil ich habe hier nichts gemacht? Verstehe ich nicht. Meine Hand ist so kalt. Ich frage mich, ob Max tatsächlich Ava auf der Lüge bezichtigen würde. Oder da irgendwie mit in diese Lüge reinzieht. Das wäre halt krass. Weil, ich glaube, Ava würde Geralt nicht anlügen. Ja, wie gesagt, man muss auch verlieren können. Deswegen... Wenn es für die anderen gut ausgeht, dann ist es auch okay. Dann ist es natürlich gut. Müssen wir gucken, was für Schritte die anderen da jetzt heute machen. Schritte machen. Schritte gehen werden. capabilities sein. Nashville geht. Auch wenn man wieder in sich von dieser Dart will be. Jetzt schüchter ich erst. Und weiter weiß es uns jetzt wieder verarscht, ne? Um erst mal was zu essen und zu trinken. Oh, wie geil das aussieht, Leute, guck mal. Oh, wie cool. Oh, lecker. Ich will das jetzt alles irgendwie in der Farbe. Ich hab trotzdem wieder Bauchschmerzen, wenn ich nur daran denke. I hate it so much. Ich bin mal gespannt jetzt. Hallo? 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 드�ig? Wie? Ja, Gerald? Ach, ja, ne? Ich verspäte mich, glaub ich, bisschen. Ich bin gerade... Musste gerade kurz auf die Toilette. Ja? Und ich bin gedanklich durch Raum und Zeit geflogen. Oh. Und ja, mein Auto ist gefühlt auch durch Raum und Zeit geflogen. Ich weiß nicht, wo es ist. Oh, ja. Ich glaube, irgendwie überstehe ich, weiß ich nicht. Ich habe gerade auch ganz komische Probleme. Ich glaube einfach, dass... Irgendwie, ich glaube, dass dieser blöde Wetterumschwung schon wieder... Gerade war es noch warm, jetzt wird es schon wieder kalt. Jetzt ist es schon wieder warm. Scheiße. Ja, ich muss mal suchen gehen, ne? Okay. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich weiß Bescheid. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Was hat er denn gerade bei Ariane? Du hast gesehen. Oh, der hat geile Töne. Einsam. Einsam und alleine hier oben. Ja, was war denn? Ariane hat sich einmal so um ihre eigene Achse gedreht. Ja. Ja. Auf. Ich weiß, was hat zur Te correlation. Ja. Ja. Oh. Ah. Na, er ist hier oben. Was hatverteant. Ja. Was hat weiß nicht. Tja, das ist ja blöd, wenn ich in der Zeit halt kein RP dann hier hab, also wirklich so gar nichts. Ich bin sofort da, Frau Barnes, ich bin noch kurz im Gespräch, zwei Minuten, ja, ich bei mich. Ja. Was? Dieb, 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 dieb. Dieb, 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 dieb. Dieb, 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 Und ich finde das so geil in der Mikrowelle. Schon ganz süß. Da vorne ist noch eine. Howdy, Lady, nochmal. Wie geht's dir? Wie läuft das Geschäftsimperium? Wie kann man eigentlich nur so ein schönes Auto haben? Nach Sherry natürlich. Howdy, Howdy, Cow. Howdy, Cowboy. Ich stehe alleine im Laden oben bei Herr Weiß einen Termin gemacht hatte. Wenn Herr Weiß einen Termin gemacht hatte, hoffe, er kommt gleich. Und danke. Da freue ich. Da freue ich mich. bin auch wirklich nun glücklich mit dem Auto. Er müsste dich auch pass mir gut auf dich aus auf dich auf auf dich auf Läden kann man leider nicht selbst gestalten. Also man kann viele Sachen hier so mit so Mappings und sowas das ist aber alles nicht so einfach. kleiner als drei kommt noch dramatischer Komma Larry Alter, ich frie mir gerade so den Arsch ab die Sache schaffe ich das? Warte schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Wenn ich jetzt keine Ahnung den hier mache. Okay. Warte mal. Ganz kurz. Ich ziehe mir nur den Pulli an. Ey, mir ist so schwein kalt hier. Ich habe richtige Eisfinger. Moment. Das war's für heute. ich hoffe das wird gleich besser so jemand wollte ich aber gerade noch sagen irgendwas wollte ich gerade noch sagen i don't know what ich hab wirklich auch weiter weiß noch kommt ich muss halt auch was ich kann jetzt auch nicht irgendwie jo anrufen david und so ich muss immer auf gerald warten weil wir uns da wirklich mal absprechen müssen aber der hat jetzt erst mal zu tun deswegen stehe ich hier erst mal und kann nichts machen außer jetzt halt auch weiter weiß zielstuhl lang warten ja ich muss grad was checken ja was denn ich wusste es was denn hat heute wieder einen anruf bekommen und bekannten anrufen noch ein okay diesmal von einer lagerin ich er glaube männerstimme der hat und es ist wieder ein rotes auto die ganze zeit rumgefahren wo genau ist das auto rumgefahren oben anscheinend hier beim laden ja nicht beim laden er war bei der schokolaterie oder so und er hat dann so gesagt ja was magst du denn zum essen und sowas ich werde dich irgendwann mal einpacken oder so irgendwie so das ist eine direkte entführung oder irgendwie so und hat jetzt noch mehr angst weil er jetzt sagt vor allem wir haben jetzt so viele projekte am laufen barbare und max waren natürlich da david war nicht da er hat dann ja auch erzählt die er kümmert das nicht ist so ja ganz gechillt jetzt habe ich mal geguckt das rote auto von barbara steht nicht mehr da in der gasse wo es war wann wann war das gerade vorhin jetzt gerade vorhin ja weißt du was ich werde auf jeden fall heute glaube ich mal hier drauf ich bin gerade im laden drin ja pass bitte auf ja nämlich ich bin jetzt nämlich schnell runter gefahren da wo wir das auto von barbara zuletzt gesehen haben und das ist halt nicht mehr da es wurde bewegt ok gut zu wissen ich muss auf jeden fall mein handy griff bereit haben um ein foto zu machen oder mir ganz schnell das kennen warte mal eine sekunde ja und Edkins ist jetzt gerade schon wieder richtig fertig und hat einfach keine lust mehr auf sein leben gefühlt weil er halt echt angst hat dass er eingepackt wird in den nächsten tagen ok da muss er aber auch eigentlich also nehmen wir mal an die sind es jetzt nicht weil das ist jetzt nicht weitermachen die sind doch nicht dumm weil er sollte auf jeden fall zur polizei gehen ja also barbara und max sind halt da aber Edkins hat gesagt vielleicht ist das so fürs alibi oder irgendwie so ich weiß es halt auch nicht nur er hat halt dann jetzt gesagt dass er findet halt super komisch warum rufen die heute wieder an so und dann auch wieder unterdrückt und ja aber lia und so die rasten komplett nicht aus sondern sind total so total gelassen und vor allem ist sie ja nicht eine gute freundin von Edkins sollte sie sich gar nicht in Sorgen machen ich weiß nicht und lia hat gesagt irgendwie mir also ich soll erst mal davon nicht erfahren irgendwie das soll dann nicht telefonisch sein sondern ich soll irgendwie hochkommen und Edkins hat gesagt nee natürlich erzählt er mir dafür sind nämlich super gute Freunde David wollte auch dass ich das nicht am Telefon mit ihm kläre was da heute war ja aber wer fährt denn das rote auto hier einfach wieder weg ja das ist halt jetzt wirklich die frage wer sitzt im roten also wenn die das sind wer sitzt in dem roten auto wenn Max und Barbara da sind in der Chocolatrie ja David ist halt nicht da warte 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 hier kommt grad jemand mit dem Motorrad angefangen bei Mountainhead also ich werde die Augen hier offen halten nach dem roten Fahrzeug ja das ist wirklich alles seltsam ja warte mal das ist ja mit dem Motor wir räumen wieder auf die Privatnummer so ja dann ist es auf jeden Fall direkt gegen Edkins ne ja ich werde jetzt gleich mal Edkins anrufen ich habe jetzt hier ein Foto gemacht dass das Auto hier unten nicht mehr steht ja aber ich habe auch Angst dass die Freundschaft nicht mehr zu retten ist es können ja so die Leute eigentlich die den Schlüssel haben ähm das bewegen das check ich halt nicht hast du jemanden zum Schutz grad zum Laden geschickt? nee oh da kommt die Polizei ich glaube da kommt Herr Weiß ja oh man ähm na wir ich komme jetzt gleich auch nach oben und dann ich habe mein Auto jetzt endlich gefunden ähm hier ist eine blonde Frau mit kurzen blonden Haaren alter Katalog vielleicht will sie zum Friseur sie hat aber sehr absehnt na ok ja gut äh äh kommst du gleich noch hoch? ich komme jetzt hoch ich wollte nur weil äh weil Edkins mich jetzt angerufen hatte wollte ich jetzt nur kurz noch mal gucken ob unten das Auto steht nämlich dann wären sie es nicht gewesen weißt du wie ich meine ja stimmt wenn jetzt oben oben nämlich man braucht eine Zeit von oben nach unten zu kommen ja und ähm wenn wenn die jetzt das Auto nicht bewegt hätten dann hätte ich gesagt ja dann ist es jemand anderes hundertprozentig äh äh gerald 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 die Person steht da gerade und guckt mich die ganze Zeit an warte mal eben hier ja bleib dran ähm entschuldigung kann kann ich helfen? äh bestimmt gleich ich bin grad noch am telefonieren oh entschuldigung tut mir leid alles gut kein Problem ich wollte so gleich zu ihnen in den Laden ich muss nur grad kurz telefonieren okay alles gut alles gut ja das recht war eine Kunde die gleich in den Laden wollte ähm ja jetzt also nicht an mir weiß kommt ne jetzt hab ich ja gleich eine Kunde ja ich hab ein bisschen Bammel hier um alleine zu sein muss ich ganz ehrlich sagen ja ich komm also ich bin in fünf Minuten da ich hole Edkins auch direkt mit dann reden wir auch mal mit Edkins noch mal drüber nämlich er hatte jetzt halt Bammel auch wenn man so sagt aber unterdrückt ja ich nehme dich zum Mittagessen mit oder so finde ich jetzt auch nicht so geil um ehrlich zu sein nein das ist eine Bedrohung und dafür kannst du ja auch in den Knast kommen denke ich mal oder? ich weiß nicht wenn das mit einer Stockerei Bedrohung und so weiter und so fort also keine Ahnung ne es ist alles ein bisschen ähm ja jedenfalls weiß ich jetzt aber okay Max und Barbara sind auf jeden Fall es ist sehr safe ne die sind in der Schokolatterie die sind in der Schokolatterie genau aber das erklärt alles nicht was Max mit diesen ja wenn es Barbara nicht ist was Max mit diesen Leuten zu tun hat Max ist im Moment mein Hauptfokus die hat mir was mit irgendwelchen Leuten zu tun die Edkins drohen das macht doch gar keinen Sinn ja das macht halt für mich auch keinen Sinn ich finde es schwierig aber ich finde es irgendwie komisch dass jetzt auf einmal wieder ein rotes Auto auftaucht während die beide dann da sind so ich weiß nicht Edkins soll sich unbedingt das Nummernschild angucken unbedingt das ist ganz wichtig ja ich werde dann auch mal in Palito ich werde in Palito bisschen rumfahren jetzt und mal gucken ob ich es irgendwo sehe okay hier ist gerade eine Kundin gerade dann bis gleich ja okay bis gleich tschüss tschüss hallo ach jetzt habe ich sie gestört um Gottes Willen das tut mir jetzt aber leid ach alles gut wir haben eigentlich gar nicht geöffnet aber da ich hier eh gerade nichts zu tun habe ich will sie jetzt nicht zum arbeiten deswegen ne alles gut ich habe tatsächlich einen Kunden der wollte schon um halb da sein da hat sich jetzt noch nichts getan deswegen das ist schon okay deswegen stehe ich auch hier ja gut dann springe ich ein haa okay dann mal rein in die gute Stube und das Schloss klemmt heute ein bisschen äh ja ich merke das schon ja die Tür kenne ich bisschen schwierig heute ja die Tür kenne ich das ist manchmal ein bisschen komisch okay so dann ähm ja sitzen sich dahin wo es ihnen am genehmsten ist alle Sitze sind gleich scheiße gebaut ja ja ich äh war schon ein paar mal hier tatsächlich echt? ja was darf es denn so was darf es sein ich war tatsächlich heute Vormittag in dem Citydienst und habe ihre Kollegin in den Beschlag genommen die liebe Blanche und habe mir die Frisur machen lassen jetzt ist es so ich habe gerade richtig schlechte Laune ah okay beste Kunden nein ja Männer fragen sie nicht ähm ja ja wollen wir uns treffen und dann stehst du da und weißt gerade in deinen Döner ja ich muss zur Arbeit wie du musst zur Arbeit jetzt? echt jetzt? also war das Treffen war das Treffen jetzt nur ein paar Sekündchen oder was? ja zwei Minuten also er schafft es immer irgendwie nur zwei Minuten dann muss er arbeiten ja ich krieg die Krise ich krieg die Krise das ist ein bisschen seltsam ja da brauchst du auf jeden Fall erstmal ne äh guck mal was du hier verpasst Frisur ja genau so ungefähr also im Endeffekt ich keine Ahnung ich bin grad gefrustet ich brauch irgendwie und naja was will man als Frau machen entweder man geht shoppen man geht futtern oder man geht zum Friseur hm? man kann natürlich auch alles gleichzeitig machen aber Friseur ist auf jeden Fall schon eine gute Wahl das fühle ich beim Essen im Katalog nach Klamotten und gleichzeitig die Haare schneiden lassen oder wie machen wir das? wüssten sie was das neues Konzept das merke ich mir auf jeden Fall ja gut okay ich notiere mir das dann direkt also wie ist ihr Name wann wollen sie im DOL vorbeischauen? wüssten sie was so ähnliches Konzept haben wir schon mal eingereicht wurde leider nicht angenommen aber oh okay ja gut jetzt haben wir erstmal einen Haarnotfall ähm ja was schwebt ihnen denn dann sofort lange Haare eher eine wildere Frisur eher wir haben tatsächlich ein paar Signature Frisuren bei uns im Laden ähm mit Signature Farben die es sonst vielleicht in der Kombination sehr selten nur gibt in Los Santos okay ähm wollen sie ein bisschen mehr vorbeischauen oder? überwaschen sie mich okay einfach mal ein bisschen mir ist gerade wurscht hauen sie einfach mal was rein okay dann muss ich ganz kurz mal hier in den Katalog gucken Sekunde Sekunde ich wissen sie was ich öffne mir mal unseren digitalen Katalog das ist viel besser so dann scrolle ich hier mal nach ganz unten ich würde ihn tatsächlich nämlich da unseren äh Berry Mix den kann ich ihm mal hier auf mein Handy gleich zeigen Sekunde ich lege es immer der Berry Mix okay hier vorne hin genau so das ist nämlich in Kombination mit der Frisur und so kommt es nämlich richtig toll raus das ist tatsächlich etwas äh eher wildes ich zeig ihm das mal so das hier wäre zum Beispiel unser Berry Mix da haben sie quasi drei Farbvorläufe in den Haaren wow und ist wie gesagt sehr wild also wirklich da ähm mhm ja wild trifft es ja also wenn ihr das nicht zusagt wir haben noch ein paar andere also so ein paar andere Frisuren die so 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 und da ging es halt um diese Drohanrufe dann wurde verstanden aber äh also im blond würde ich glaube ich am Ende des Tages dann doch bleiben weil sonst erkennt mich meine Chefin wieder nicht und dann kriege ich Probleme ähm okay ich kann Ihnen natürlich dann auch mal unsere 124 also ich zeig Ihnen die Frisur jetzt einfach nochmal wie es aussehen würde wenn ich Ihnen die Haare einfach so ja ich müsste ich müsste halt leider ein paar Extensions reinpacken weil sie wirklich kurze Haare haben ja alles gut die Kollegin hat mir heute morgen die Haare abgeschnitten jetzt rauchen sie mal wieder Haare rein das passt ist das drück wissen Sie was die Extensions gehen dann aufs Haus machen wir das so ja alles gut ich kriege das schon bezahlt ja trotzdem trotzdem dann machen wir das so ja ähm und wenn wir da jetzt noch irgendwie ein bisschen bisschen streng oder sowas reinknallen geht das weiß ich jetzt nicht ja das geht ob das da vielleicht noch das geht da müsste man nur gucken äh sie wollen ja blond bleiben ne immer so ein ja blond Richtung ja ja muss jetzt nicht hellblond bleiben ne ich hab ich hätte da tatsächlich sogar etwas was vielleicht ein bisschen was also was ja wir nennen es Cappuccino deswegen da müsste ich mal gucken äh ich kann das ja alles bei dieser App ganz toll machen das wäre also schon ein blond Ton aber ein bisschen mit Pfiff würde ich sagen das wäre einmal ja okay das ist natürlich bei der Frisur wirkt das wegen dem Licht sehr sehr hell mhm ja das wirkt leider sehr sehr hell jetzt kann ich mal ganz kurz noch schauen die Kollegin hatte mir heute Morgen so ähnlich wie sie eine Frisur und Zopf aber ich glaube auf der anderen Seite so ein bisschen äh leicht geflochten auf der anderen Seite auf der anderen Seite ich glaube ich glaube andere Seite hier nabend 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 eine Sekunde Mitte achso das sind kleine Kunden nabend 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 Ich bin, ist egal, ist ganz, ganz verwirrend. So, das wäre, so, wäre das etwas für Sie? Irgendwann ist es noch vielleicht ein bisschen sehr, ein bisschen abmeldern, das ist sonst sehr, sehr erschlagend. Ja, so, so, bisschen Goldblatt mäßig, genau. So, da könnte ich jetzt auch noch ein bisschen, wir können, also so wird Ihnen das gefallen, das ist tatsächlich ein sehr schönes warmes Blond. Was meinten Sie jetzt gerade noch? Also ich könnte das Ganze, genau, ich könnte es zum Beispiel noch ein bisschen heller machen, zum Beispiel so, dann wäre es auch nicht zu, ja es ist halt immer noch warm, aber es ist so ein Mittelding einfach, finde ich. Ich finde sowas tatsächlich schöner, obwohl, ich glaube, das ist ein minimaler Unterschied jetzt. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe das auch gerade gar nicht. Müssen wir mal gucken, also das hier wäre jetzt die wärmere Variante, das hier wäre jetzt noch mal ein bisschen abgemildert. Ah, okay, ja gut, der Unterschied ist wirklich minimal. Okay, da können wir aber tatsächlich noch ein Stück, oh, wie gefällt Ihnen das? Also, ich würde ihn eher dazu raten, wenn ich ehrlich bin. Ich würde ihr raten, dann annehmen, also. Ja, dann machen wir das doch. Ja, so wie. Wollen Sie dann einfach kurz, ich sitze hier gerne und trinke, ich habe noch einen Kaffee, Sie können sich da gerne informieren, was da jetzt ganz genau los ist. Ich habe Zeit. Okay, ich muss ja eh drüben die Farbe anmischen, das heißt, ich spiele mal Mäuschen einfach nur. Oh, ja, am Mäuschen spiele ich gut, dann machen Sie das. Okay, gut, dann bereite ich die Farbe vor und dann setze ich die Extensions rein und flechte ihm noch schön die Haare. So, und dann hat der Typ wohl hoffentlich ein bisschen mehr Zeit für Sie. Ja, dann gehe ich gleich noch shoppen und dann schmeiße ich ihn von Pia oder so, keine Ahnung. Gute Idee. Wow. Hallo. Hallo, ich vermisste einmal. Oh, ja, Entschuldigung. Dankeschön, Entschuldigung. Ja, alles gut. Auf zum Lüfter. Nein, das ist die DTU, DTU. Oder? Nein! Jetzt ist die Kacke aber am Dampfen, okay, jetzt ist die Kacke halt wirklich am Dampfen. Ähm, da hat Ariane Contest, oh mein Gott. Alter, die kriegen so am Arsch. Das ist jetzt echt wegen Edg... Tja. Wir sind gerade eben jetzt. Was war das für ein Auto ungefähr, das rote? Oh, ein was? Das ist dann ein Barbara-Auto. Ariane, was für ein Auto hat Barbara, wie nennt man das Modell? Äh, äh, Ceburek. Ah, so eine Russenkarre. Ja. Ja, schon kurz. Das ist noch ein Spitzname für das Auto bei uns. Egal. Dönermann, bla bla bla. Ich mach Feierabend. Ist ja nicht so, dass ich noch etwas machen könnte. Fahr zum Stadtpark, komm da hin, bestell mir Döner, beiße gerade in meinen schönen, frischen, leckeren Döner und er kriegt einen Anruf. Ja, ich muss jetzt los arbeiten. Oh, wer ist das? Wer ist der Typ? Das Schlimmste ist... Sie müssen jetzt keinen Namen nennen, aber... Also, grundsätzlich, äh, meine Arbeitskollegin, die hatten, die hatten Friela als Freund. Also, ne, wenn da ein Notfall ist, verstehe ich ja noch. Aber der Mensch arbeitet bei der Waschstraße. Bei der Waschstraße? Ja. Ach der Scheiße. Also, das kann mir doch keiner erklären, so dringend kann das doch nicht sein. Oh, wer... Um wen geht das denn? Ist er der Einzige, der arbeitet, oder was? Nein! Okay, das ist wirklich komisch. Oh. Oh, das ist natürlich ne... Das ist deprimierend, deswegen würde ich Ihnen vielleicht eventuell... Haben Sie nicht gehört. Die Polizei... Ja, super, die Polizei steht da. Habe ich nicht gesagt. Ja. Nee, alles so. Wir hören hier gar nichts. Wir hören nur zu was. Wir sind Therapeuten, sie hören nur zu was. Ja. Ja, so in echt war. Ja, so ist es. Ja, nee, aber wenn das so ist, ne? Weißt du, was ich da machen würde? Ich würde auf den Tisch hauen und sagen, entweder es ändert sich was, oder ich bin weg, mein Lieber. Ja. Ja, vor allen Dingen ruft er dann noch an, sagt von wegen, ja, ich muss jetzt los, ist dann da und sagt mir dann, ruft mich an von wegen, ja, ich hoffe, du bist nicht sauer, oder so. Ich höre das ja schon. Sei doch bitte nicht sauer. Ja, wir müssen... Ja, wir müssen... Ja, wir müssen... Ja, ganz ehrlich, da würde ich sagen, nein, ich bin nicht sauer. Sie müssen da ganz ruhig bleiben, ne? Sonst kann er wieder sagen, ja, du bist jetzt wieder aufgebracht, und... Ja, du bist jetzt so fünf Minuten totnehmen. Ja. Alles Gute. Nö, also das ist halt... Ich glaube, in einem aufgebrachten Zustand bringt das nicht so viel, einfach zu agieren, sondern Sie müssen Ihnen einfach ganz normal und ganz, in einem ganz normalen Ton sagen... Das habe ich ja zum Glück eben geschafft. Ja. Ich bin ganz ruhig geblieben und habe gesagt, ja, ich bin nicht sauer, ich beruhige mich schon wieder. Also ich würde Ihnen seine eigene Medizin schmecken lassen. Ja, doch, doch, das geht nicht anders. Also... Also das ist das Falsche, ne? Sie... Also Sie dürfen... Also Sie müssen zwar ruhig bleiben, aber Sie dürfen schon das sagen, was Sie meinen, ne? Wenn Sie sagen, ja, ich beruhige mich schon wieder, weißt du, was das in dem auslöst? Ja gut, die Ampel von Rot ist wieder auf Grün gesprungen, jetzt kann ich wieder weitermachen. Sie müssen sagen... Nee, ich denke voll auf Gelb. Ja, oder auf Gelb, ne? Aber durchgelnd bei dem Typen. Durchgelnd bei dem Typen. Ja. Aber auf Dunkel. Ich bin ja noch nicht mal mit ihm zusammen, das ist ja noch nicht mal eine Beziehung, wir sind in der Flirtphase. Ja, weißt du, was ich da machen würde? Entweder ihn abschließen oder, ne? Willst du gelten, mach dich selten. Ja, das würde ich tatsächlich auch sagen. Willst du gelten, mach dich selten. Dann mal schauen, wie er reagiert. Guck mal, guck mal. Ja, das macht er ja. Ja, und das Problem ist dann, das ist immer so, ne? Wenn... Ari Angelic, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Oft so, wenn Leute dann denken, sie haben dich an den Haken, ne? Dann wirst du uninteressant. So, dann ist es nicht mehr und das muss auf gleicher Ebene passieren, ne? Das sollte nicht auf einer hohen und einer tiefen Ebene sein, sondern man sollte schon auf einer gleichen Ebene sein. Hä? Grüß mal den Schi. Ich fahre zum SDI, werde heute nicht so lange bleiben. Werde nicht so lange bleiben heute. Hast du was geplant heute? So, werden wir uns noch mal sehen und nicht verstehen. Es hört sich einfach scheiße an, wenn man einfach stehen lassen will. Ich bin natürlich dem Jetnet gerade noch so entgangen. Ja, nochmal Zweisamkeit, oder? Die, ähm, weiter weiß ist natürlich, natürlich nicht da. Geht es dir gut? Ja. Seit wann schreibst du Ari mit Y? Mit Y. Hä? Okay. Nee, da würde ich auch einfach mal, ne? Nee. Schreiben, nee, am besten, ne? Rufen sie den am besten an. Ganz, ganz normal sagen, wir müssen reden. Und das hat jetzt Priorität Nummer eins. Sonst weiß ich, was du vor mir hältst. Und dann wirst du ja sehen. Also es tut natürlich weh, ne? So. Aber sie müssen auch, weißt du, sie müssen auch auf sich achten. Weißt du, sie sind wirklich ein wundervoller Mensch. Ja. Dann kriege ich, glaube ich, dann fühle ich mich alt. Ja. Sagen wir mal, du bist es auch wert, gut behandelt zu werden, ne? Das ist nichts, was jemandem vorenthalten ist. Sondern jeder hat das Recht, gut behandelt zu werden. Und das ist scheißegal, wer das ist, ja? Und wenn er es nicht ernst meint, dann soll er es lieber sagen. Damit kann man besser umgehen, als wochenlange mal und herziehen. Ne? Das macht dich ja auch kaputt. Ja, also momentan habe ich Nerven auf halb, 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 ne? Ja. Du machst dir Gedanken, du machst dir Sorgen, du weißt gar nicht, wo du stehst. Du hast gestern noch Kuchen gebracht. Ja. Kuchen! Oh mein Gott, sie sind aber kein People Pleaser, oder? Warte, solche Leute werden so schnell ausgenutzt immer, weil es so viele Idioten gibt. Ich habe das nämlich auch lernen müssen, ich war früher ein People Pleaser. Nein! Tatsächlich gar nicht! Ich bin eigentlich auch ein People Pleaser. Ich bin hilfsbereit, ja, weil ich weiß, wo meine Grenzen sind. Das wäre so schlimm, wenn ich das nicht wünschte. Ich war mal Sozialarbeiterin, wenn ich da keine Grenze ziehe, dann hätte ich mich direkt schon verbuddeln gehen können. Also so ist es nicht. Okay. Alles. Ey, wir können schon mal zum Waschen gehen. Oh, okay. Na dann machen wir das mal. Wir verlegen das Gespräch mal nach hinten. Wasser und so, na gut. Das kriegen wir schon hin. Bringen sie hin. Wir müssen einfach ein bisschen lauter reden. So! Ne, aber, ne, also sie müssen immer erst von sich aus gehen, das hört sich zwar egoistisch an, ne, aber sie sind die wichtigste Person in ihrem Leben, ne? Ja, wenn sie nicht. Und immer ein anderes. Das wäre schlimm, genau. Und danach kommen erst die anderen, ja. Und wenn ihnen das wichtig ist, dann würde ich ihm auch sagen, ich würde gerne auch heute nochmal mit dir darüber reden. Sonst, jetzt, im späteren Verlauf, es brennt sich ja ein. Man füllt es ja immer mehr in sich hinein. So, ne? Ja. Das ist halt das Problem. Und dann lieber jetzt sagen, hey stopp, eine Grenze ziehen, die nicht überschritten werden soll. Und einfach zu sagen, so, hier und nicht weiter. Und jetzt regeln wir das anstatt jetzt. Nämlich, ich habe das Gefühl, so von den Erzählungen, ich kenne sie ja noch nicht lange. Dich nicht lange. Ähm, dass du, wenn er schreibt, dann springst. Und das ist eigentlich das, was es nicht sein sollte, sondern. So, Entschuldigung. Und wieder nach vorne. Auf gleiche Ebene. Ich hol kurz die Extension. Ich mach mal wieder das andere, wo sie sich so ein bisschen duckt. Weil ich fand das eigentlich ganz cool, dass es jetzt sowas gibt, wo man so aufrecht steht. Aber ja. Und der hat aber so eine Art, er schreibt mir was. Wie heißt der denn? Alter, es ist wirklich die DTU, das ist voll nicht gut, ey. Er schreibt mir was und, ach, das ist schlimm. Ich mache Migräne am Ende des Tages. Ja. Oh, ich kann ja gleich auch noch mal eine Kopfmassage machen. Dann stehe ich aber heute nicht mehr von diesem Stuhl auf. Das wäre kontraproduktiv. Also, ich würde einfach sagen, ne? Also, bleiben Sie sich treu. Bleiben Sie Ihrer Linie treu, ne? Und irgendwann einfach Nein sagen, ne? Das Ding ist, ich hab Ihnen dann gestern geschrieben. Das war dieses Autokorrektur-Dings. Nach einem Update muss ich das wieder ausstellen. Das ich Ihnen im Prinzip schon abgehackt habe. So nach der Eurie. So, du bist jetzt einfach... Okay, du bist jetzt Schublade-Freund. Weißt du so? Ja. Und dann wirft er mir vor, dass ich aufgebe. Ähm. Ja. Aber er sollte sich mal anstrengen. Meine Güte, Sie sind ein Trophäe. So müssen Sie das sehen. Oh. Für dich hab ich immer Zeit. Und nicht jemand, der springt, wenn jemand mal Interesse hat und dann fallen gelassen wird, wenn man ihn nicht mehr braucht. Cowboy. Das ist doch... Das ist doch... Also... Das hat halt niemand verdient. Egal wer es ist. Ne. So, ne? Ja. Und deswegen. Ich hab jetzt gerade Ihre Kollegen schon gesagt. Für mich war jetzt die Wahl zwischen... Entweder ich fahr zum Pier und Rumi in Eis. Ich fahr nochmal zum Friseur und lass meine Haare einfach mal nochmal verändern. Und einfach zu sagen, so, hier... Oder ich fahr shop... Und... Ne. Alle drei zusammen, sag ich dazu nur. Ja. Ja. Auf Modones hat ja heute nicht offen. Ja, boah, das nervt mich so. Ich möchte immer... Ich weiß, es ist Sonntag, aber ich möchte irgendwie... Am Sonntag hab ich immer diese große Shopping-Nust. Ja. Weil... Ja. Da fehlt irgendwie was. Ja, man möchte halt... Man möchte sich halt für die Woche irgendwie vorbereiten, ne? Ja. Man hat irgendwie Bock. Was Neues und... Ja. Manchmal sagt man sich ja auch am Wochenende gerade dann auch mal so... So, ich mach heute einen freien Tag oder sowas. Ja. Ja, das fehlt irgendwie. Ich versteh auch nicht, warum sie den Sonntag nicht mitnehmen. Ich glaube, das war sehr laborativ. Ja, und stattdessen irgendwie vielleicht mal einfach so... Weiß ich nicht, Donnerstag zu machen. Also Freitag, Samstag, Sonntag würde ich... Wenn das mein an wäre, würde ich die Tage auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Ja, auf jeden Fall. So, die Extensions sind schon mal drin. Dann muss ich nur noch den Zopf... Oh, mein Gott. Ja, ich verstehe das. Ich bin einfach unwärmt. Ich verstehe das. Ja, sie sind wirklich komplett unwärmt. Ach, danke. Perfekt. Ja. Das hab ich gebraucht. Ja. Ja. Ist auch mal schön, so ein bisschen frischen Wind zu haben, ne? Machen Sie sich keine Sorgen. Äh, Gerald, Gerald... Die Dame hat heute im Citydienst die Haare abgeschnitten bekommen. Ja. Oh nein, wirklich? Ja, und jetzt mache ich hier gerade Extensions rein. Ist das okay? Ich hab gesagt, die Extensions machen wir einfach aufs Haus. Ja. Ja, das war auch von... Ja, ja, alles klar. Alles ist gut. Wo liegen denn die Haare? Wir hätten die auch reinmachen können. Wir... Oh Gott, das wärs ja gewesen einfach. Ja, Tesafilm und ab dafür. Ja. Und dann immer mit dem Bügeleisen drüber. Ja, genau. Und so ein Bügelbrett aufbauen und dann... Irgendwie ganz komisch, dass jetzt hier... Die Polizei im Nahen steht. Ja, das ist auch überhaupt nicht irgendwie... Und ich bekunde hier mit meinen Männerleit und da stehen einfach... Ja, wilder Tag heute hier im Nahen. Ja. Wilder Tag. Ja, ja. Es wird... Es wird interessant auf jeden Fall. So. Wie lange sind Sie denn schon auf der Insel? Äh... Februar. Februar? Oh. Und Sie arbeiten beim DOL? Das ist so korrekt. Ah, cool. Ähm, tschüss. Oh, pardon. Hi. 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 Oh, Entschuldigung. Wir haben so viele neue Mitarbeiter. Jetzt war ich auch mal ganz kurz verwirrt. Ja. Komm. So. Dann einmal noch mal hinstellen, dann können wir noch mal gucken, ob das alles auch so passt. So, Dele. Hallo. Gleich. So, gefällt's? Ja. Ja. Perfekt. Dann trage ich das mal ganz kurz ins RDP ein und bin sofort wieder da. Und die Polizei ist weg. Oh, was? Ja, beruhigend. Ja. Genau. Ich kümmere mich noch kurz um die Kunde. So, ich trage das ganz kurz ins RDP ein. Oh Gott. Das sind normale Stellungen. Äh, nee. Ich glaube nur du, oder? Äh... Ariane war's... Wow. Ach so, ja. Das ist ja die Chefin. Die kann immer arbeiten. Und, äh, Geralt kann ja auch immer arbeiten. Ach ja. Ich habe die Chefin genannt. Oh, die bin ich ja gar nicht. Nö. Ich war bis eben in der Schokoladerie. Oh. Ja. Ich habe keine Daten. Ja. Mach das. Okay. Keine Daten verhangen. Okay. Neuer Eintrag. Äh... Styling? Hä? Geralt? Ja? Ähm... Ja? Ich glaube, es gibt ein Problem mit dem... Mit dem RDP... Mit was denn? Mit dem RDP... Warum? Mhm. Ich bin grad auf Bestellungen, ja? Ja. Und will hier grad, äh, um mich als... Ne? Hier Ariane Bahns und so eintragen, so wie immer. Ja. Ich steh nicht mehr im System. Und, äh, hier bei der Ware, wenn ich aufs... Achso. Oh, mein Gott. Alles gut. Du bist oben. Nein, nein, nein. Ich bin bei, weil ich brause drauf bin. Oh. Alles gut. Ich hab das jetzt nicht grad nicht verstanden. Ja. Das wär jetzt nicht gut gewesen. Okay. Alles gut. Äh, ne, dankeschön. Alles gut. Ne, ne, alles gut. Alles gut. Ich bin versorgt. Vielen Dank. Achso, über jeden kannst du es geben. Super, danke. Du ist schon von gestern. Oh, wow. Schon gut. So, das wär, äh, Styling und Färben, äh... Ja, ist schon gut, schon gut. Jetzt muss ich immer... 95 Dollar. Mhm. ATM ist um die Ecke? Ja, ATM ist um die Ecke. Super, super. Ah, okay, dann würde ich eben rüber. Okay, bis gleich. Gut. Ich kann aber trotzdem arbeiten, ne? Also alles gut. Ist schon gut. Also, die esse ich auch, aber... Ist ja das schon. Danke, okay. Ja, wir sollten gleich... Wir müssen gleich eh noch machen, ne? Ja, ich weiß. Ach ja. Aber ich hab diesen Detektives und so gesagt. Ja. Ja. Hallo, Ariane, das ist gut aus. Äh, hallo, ja, hallo. Ich... Entschuldigung, ich bin, äh... Ist im Fall hier gerade so viel los. Ja. Oh. So, 95 Dollar. Das ist korrekt. Genau, genau. Äh, eine Sekunde kurz, der... Der Kunde von gerade... Moment. Ja, ich bin im Salon immer noch. Wie lange sind wir denn noch da? Nicht mehr so lange. Äh, halbe Stunde noch. Okay, das schaff ich. Okay. Ich schaff das. Bis gleich. So, okay. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Oh, oh. Oh mein Gott. Äh, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Wenn man mir beim Auskotzen so zuhören muss, dann muss das bezahlt werden. Ja, dann kommen wir öfter zum... Also... Ja, ich komm... Komm, komm, öfter, ja. Auskotzen klappt ja eigentlich ganz gut. Das kannst du aber auch ohne Frisur machen. Kommen Sie einfach vorbei. Hm. Hm. Ne, vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich danke. So, jetzt muss ich nur den ganzen Kollegen wieder erklären, warum ich jetzt... Ja, oder einfach mal nichts sagen, vorbeigehen und mal gucken, ob jemand sagt, Entschuldigung, was machen Sie bitte hier? Ja, das ist dann... Ja, das passiert mir öfter. Ich habe eine PD-Freundin mal umgestylt und die hat das tatsächlich durchgezogen und die wurde so oft am Tag gefragt, Entschuldigung, dürfen Sie hier sein? Entschuldigung, was machen Sie bitte hier in Ihrem gesperrten Bereich? Also es ist immer ganz lustig, damit zu spielen. Also ich hab ähm... Ich war... Oh, das ist auch schön. Wie war ich denn? Ich glaube vor anderter Wochen war ich hier oben im Laden. Oh. Und hat mir so einen Dutt mit so einem schönen Pony machen lassen. Meine Chefin hat mich nicht erkannt. Oh, ich weiß genau, welche Frisur. Ja, ja, die sind so ein bisschen pikigen aus. An der Seite der Pony, der ist so ein bisschen verlängert, so ein relativ runder Schnitt am Pony mit dem Dutt. Aber auch eine Woche. So, das Problem ist, dieser Dutt unter dem Helm, der drückt. So. Ah, ja. Dann bin ich ja heute Morgen zu Ihrer Kollegin und dann kam ich auf Arbeit und dann kam mein Kollege und wusste gerade nicht, welche Kollegin er vor sich stehen hatte. Ähm, ja. Und deswegen, das wird morgen wird so ein bisschen neidisch. Ich wechsle mir die Haare so auf. Die kennen halt schon alle so meine Stammfrisur und meine Stammperrücken. Ich kann das gar nicht machen, sowas. Ja, bei uns sind die nicht so Friseur-affinen. Also da sind die Frisuren relativ lang anhaltig. Oh mein Gott. Also wenn, ähm, wenn sie dann irgendwann nochmal vorbeikommen, dann können wir tatsächlich, wir können machen ja auch Augenbrauen, Make-up und 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 und. Ähm, da können wir uns mal einen ganz witzigen erlauben. Damit sie keiner mehr erkennt. Oha. Muss ich dann immer den Dienstausweis vorzeigen. Auf jeden Fall. Bei der Security, die können sich das auch irgendwie nicht merken. Das ist auch ganz schlimm. Naja. Gut, wunderbar. Dann danke ich Ihnen recht herzlich. Dann viel Glück auf jeden Fall mit dem... Puls hat sich etwas gesenkt. Genau. Beruhigen Sie sich da am besten. Machen Sie am besten immer eine Nacht mal drüber schlafen und dann praktisch denken. Ja, ja. Ja, ich wollte aber jetzt eigentlich noch nicht ins Bett. Und deswegen bin ich halt jetzt gefrustet unterwegs und dass es dann halt immer kontraprodukt ist. Nee, ich mein, ich mein tatsächlich, ähm, wie man da weiter mit den Herren vorgeht. Ja. Ja. Auf jeden Fall nicht unglücklich machen lassen, aber natürlich auch nicht sofort aufgeben. Ja, denn dieser, 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 dieser Mittelweg ist halt irgendwo schwierig, ne? Also ähm, ja. Ja, aber es sollte sich auch nicht so in die Länge ziehen, wenn es dann doch nichts ist oder so. Ja, ja, muss man schauen. Das wird sich irgendwie zeigen. Ja. Ich danke Ihnen recht herzlich. Ich danke auch. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Genau. Ja. 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 Ich muss mal gucken, vielleicht ist er eine Stunde da. Ja, ich muss nicht. Und Larry hockt mich um 23 Uhr hier ab. Ja. Also ist kein Problem. Also die beiden sind ja eh, die beiden sind ja auch Friseure, die Lucian und Atkins, müssen wir machen. Luschen heißt das auch. Luschen? Aber ist Luschen neu? Luschen ist neu, aber der ist nur am Wochenende da. Unter der Woche ist der kein einziges Mal da. Nur Wochenende. Ah, okay. Genau. Wann arbeitet der denn bei uns? Habe ich den schon gesehen? Erst seit zwei Wochen. Ah, okay. Luschen. 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 Aber es ist halt... Ich weiß es nicht. Also... Boah, dass die aber auch Atkins noch beruhigen da, ne? Boah, das ist aber echt der Arschhochmulfer von Neon Maxx. Ich fand das ein bisschen komisch, dass er dann, dass sich alle entschieden haben, irgendwie rauszugehen. Dann ist da in dem Moment, wo sie alle rausgegangen sind, dieser rote Schiborek, weiß ich halt nicht. Und vor allem der Schiborek ist unten halt auch nicht mehr da von Barbara. Der ist weg. Ich fühle mich nicht mehr wohl bei der Sache gehört. Nee, also ich hab halt auch Angst. Ich hab grad das Gefühl mir, zieht jemand den Boden unter den Füßen weg? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich weiß... Ich weiß es halt auch nicht. Ich will es halt nicht wahrhaben. So, weißt du. Aber es wird halt immer schlimmer. So. Es ist gerade sehr schlimm. Atkins hat einfach Angst. Er hat auch einfach gesagt, er kann jetzt auch nicht mehr. Was genau ist DTU? DTU ist halt diese Detective Unit irgendwie so. Die vermittelt halt, glaub ich, irgendwie undercover oder irgendwie sowas. Ach du Scheiße. Das ist so wie FBI. Ich hab keine Ahnung. Hat der Gens denn jetzt gesagt, dass der David unter Verdacht hat? Ja. Ich mach da nichts. Ich halte für keinen hier den Kopf hin. Das mach ich nicht. Nee, aber... Weil wenn ihr nicht echt... Alter, aber... Aber das Problem... Das passt aber nicht. Weil ich glaub... Ich glaub halt, David. Max ist diejenige, die ich gerade im Verdacht hab. Ja, aber... Die wird uns das bestimmt nicht sagen. Und Barbara ist wahrscheinlich auch nicht... Aber ich will die Antwort von ihr. Ich will die Antwort von ihr. Wieso sieht das aus, sie ist ein Scheppereck. Ich will die Antwort von ihr. Ja, dann... Wir haben eine Zeugin. Wir nennen aber nicht ihren Namen, aber wir sagen, du wurdest gesehen. Wir haben mehrere Zeugen. Ja. Mehrere Zeugen. Warum bist du im Stadtpark aus dem roten Scheppereck ausgestiegen, wenn der noch von Barbara... Ich will das jetzt klären. Können wir das jetzt klären? Ja. Sollen wir mal... Warte mal. Ich hab sie mal alleine, ja? Oh, was? Hallo? 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 So. Willst du... Zu wem willst du? Zu Atkins oder zu Lucien? Obwohl, mit Atkins müssen wir kurz mal reden. Dann... Ja. Also eher zu Lucien. Okay. Hallo? 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 So. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Ein Wunderschön. Frau Barnes, was ist los? Waren Sie auf der Streckbank? Wieso auf der Streckbank? Ist egal. Haben Sie noch die hohen Schuhe gesehen? Wir sind... Haben Sie noch nie im Arschstecken gehabt, Herr Weißer? Wundere ich mich aber. Wir sind hier aus einem bestimmten Grund. Ich brauch gar keine Frisur. Wer denn? Sondern der Herr Kowalski. Die Enthaarung. Ja, mir wurde schon Bescheid gesagt. Ziehen Sie mal kurz das Oberteil aus, Herr Kowalski. Zeigen Sie mal ganz kurz den Rücken. Gehen Sie die Weste kurz zur Seite? Kannst du mir die Weste geben? Ja, schön. Na, Kowalski? Ja. Können Sie sich mal um, Kowalski? Um! Du mein... Oh mein Gott. Das erinnert mich an Helmut. Mit denen haben wir das mal gemacht. Was ist das? Ist das ein Muster? Juckt das? Nein. Passen Sie das nicht an? Das wird aber... Ich mein, wenn wir die jetzt wachsen, dann dauert das so ungefähr anderthalb Monate, bis sich da überhaupt was tut. Und da kann es sein, dass es ein bisschen juckt. Das müssen wir dann also nochmal machen. Das ist kein Problem. Das ist absolut kein Problem. Herr Weiß, hier im Laden wird nicht geraucht. Bitte die Zigarette ausmachen. Was? Hier im Laden wird nicht geraucht. Wir arbeiten hier mit Färbemitteln. Herr Weiß. Zigarette aus. Ja, ich verstehe. Zigarette aus. Ja. Ja, okay. Check. Ja, ich bin... Ja, check. Was haben Sie da, Frau Bahns? Ich hab das Akkus nicht verstanden. Entschuldigung. Zigarette aus. Jetzt lassen Sie mich doch am Ende rauen. Das ist doch nur zwei... Nein, Zigarette... Herr Weiß, wir arbeiten hier mit Färbemitteln. Zigarette aus. Na gut. So, wie läuft das denn jetzt hier mit dem Kowalski? Wie lange muss der denn jetzt hier bleiben? Och. Ich muss kurz ein bisschen Wachs erhitzen. Das haben wir ja für unsere Augenbrauen. Und äh... Sekunde, ich guck mal kurz, ob wir noch genug da haben. In zwei, drei Tagen wieder mehr. Augenbrauen können Sie auch. Geh rein. Komm her. Ja. Was denn? Wir haben auch hier das Augenbrauenwachs, ne? Ja. Kannst du von hinten vielleicht noch einen Pott holen? Ich brauch das. Ich brauch so viel, das den ganzen Rücken reicht. Äh, für was? Ja. Ach du Sche... Nicht dein Ernst. Doch, Herr Kowals, gewähne Rückeneinhaarung. Das machen wir. Ziehen wir hin. Warte. Ja. Okay, dann schön. Also wirklich, das reicht jetzt aber auch. Herr Kowalski, ähm, mein Chef holt gerade... Ach, hat er schon. Von drüben noch... Alles, was wir für Augenbrauen hier haben, an Wachs. Das heißt, wir haben... Können Sie auch seine Augenbrauen wegmachen? Nein. Und sein Bart? Ja, können wir, aber ich glaube nicht, dass Sie das möchten. Nein. Herr Kowalski, bitte. Hören Sie mir mal zu. Ich mache einen Deal mit Ihnen, okay? Nein, Barthaare... Also Barthaare wachsen wir nicht, weil da kann er ernsthaft bluten. Aber Sie können den ja rasieren. Herr Kowalski, hören Sie mir zu. Ich gebe Ihnen für zuhause den Insertion, wenn Sie zwei Tage lang ohne Augenbrauen... Also wenn Sie nachwachsen, wenn Sie sich das einmal wegrasieren. Bitte, Herr Kowalski, tun Sie mir den Gefallen. Eine Anweisung. Bart und Augenbrauen. Bart auch noch? Ja klar. Sie werden aussehen wie eine Bowlingkugel. Die mehr helfen, wenn Sie gar nicht mehr helfen. Herr Kowalski, was überlegst du noch da? Ich gehe mal kurz das Wachs vorbei. Wir dürfen Sie bei sich vor die Tür stellen. So, die wollen jetzt auch die Augenbrauen von Ihnen mit... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm... Gerhard, hilfst du mir dabei? Ja, ich helft, ja. Weil das muss man definitiv zu zweit machen. Was wollen die jetzt alles? Also, Herr Kowalski soll den Rücken in Tat bekommen. Der wollte aber schon länger einen Termin bei mir machen. Okay. Ja. Und äh... Oh mein Gott. Da muss er sich aber hier auf diese Bank legen, glaube ich. Ja, ja. Auf den Bauch, auf die Bank auf jeden Fall. Ach, das ist schade. Oh mein Gott. Herr, wie viel berechnen wir da überhaupt? Oh. Habe ich auch überlegt. Weißt du, versagst du 150? Ja. Ich glaube schon. Wenn er weiß bezahlt, machen wir 250, ja? Okay, wenn... Das ist dein Luxusbonus. Genau, genau. Gut. Ja, das ist interessant. Ja, ich... So, brauchen wir auch noch einen Rasierer oder einen Föhn oder Schere oder so? Ja, also wenn er die Augenbrauen gemacht kriegen wir im Gesicht, die können wir mit Wachs zupfen, aber beim Bad auf jeden Fall rasieren, weil sonst blutet der uns hier weg. Du hast keinen Rasierer, ne? Komm mal mit noch kurz nach hinten, dann lassen wir das noch ein bisschen aufwärmen. Okay. Schon wieder Ende des Katalogs. Oh Gott. Ja. Ach, der wollte schon einen Termin machen? Tja, jetzt hat... Ey... Das sind... Okay, warte mal, du kriegst was von mir. Mein Rasierer hat Max! Mein Rasierer hat Max auf jeden Fall. Ja, du kriegst jetzt... Oh. Max kriegt erstmal nichts. Oh! Was für ein cool... Wo... Wow. Ähm... Danke. Geht mal? Warte. Mit der Schere da bist du direkt gewillt, direkt loszuscheren. Ich sag's dir. Wow. Ja. Okay, super. Ähm... Dankeschön. Und... Dann machen wir das mal. Komm, Gerald. Wir... Wir enthaken jetzt einen Polizisten. Aber netten Polizisten. Ja. Das ist fast sehr so... Okay. Dann guck ich mal, wo war das nochmal. So, Herr Kowalski, dann legen Sie sich bitte einmal hier... Also warten Sie, Frau Bahns, ganz kurz. Ja. Kowalski kommt die Rückenenthaarung, Bartrasur und Augenbrauen. Alles. Warum lassen Sie das nützlich machen? Wer bezahlt denn? Äh... Dienstag ist bei mir immer sehr schlecht. Das ist schlecht. Ja. Morgen? Also hier ist auf jeden Fall immer jemand im Laden. Immer. Ja? Ja. Ah, da ist es gut. Okay. Also es ist immer jemand im Laden da, ja? Es ist immer jemand im Laden oder im Citydienst da. Einfach anrufen. Schön. Also wir haben... Gerald hat die Schichten so gelegt, dass immer jemand da ist. Das freut mich auf jeden Fall. Warten Sie mal. Wieso fragen Sie denn nach, Herr Kowalski? Bitte einmal... Bitte einmal hier frei machen. Oh Gott. Entschuldigung. Oh, ich will weg von der Haar-Enthaarungszone, meine Güte. Oh je, oh je. Jetzt reden Sie mal hin da, Herr Kowalski. Mein Gott. Wir fangen mit dem Gesicht an, würde ich sagen. Mit der Rasur. Mit der Rasur? Mit der Augenbrauen, ja. Mit der Rasur. Okay, dann kann er sich ja noch hinsetzen, würde ich mal sagen. Ja. Dann kann er sich mal... Oh. Rasur und Augenbrauen, ne, Herr Kowalski, haben wir ja gesagt. Okay, Herr Kowalski, dann... Aber lass es sich gut gehen. Hey. Bitte nicht erschrecken. Gerhard, gehst du mir ein bisschen zur Hand, während ich den Bart versehe? Ja, kann klar. Heißen Sie mal den Schädelfest von dem, da muss man ja das ja wie der Äquator... Da ist ja vorsichtig, ja. Oh nein. Wow. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Wissen Sie das eigentlich? Ja, ist super. Ich sehe aus wie ein Mondgesicht danach. Quatsch. Ja. Quatsch. Das sieht ja fantastisch aus. So jetzt wirklich die Augenbrauen noch? Ja. Sind Sie sich sicher? Ja. Sollen wir die Augenbrauen rasieren oder sollen wir die wachsen? Schaut schöner aus als der Vollmögliche. Ich würde rasieren. Ja. Wachsen, dann dauert das glaube ich eher länger, dass die nachwachsen. Haben wir doch gesagt, Kowalski, oder? Nee, nee, nee. Was? Nur den Rücken wachsen. Auf keinen Fall. Augen bauen. Okay. Haben Sie ein Bartwuchsmittel oder sowas? Kriegen wir alles hin. Wir haben sogar Topes dafür. Ja. Für den Bart oder für die Wurstbehaarung. Und wir haben so ein Puder, das wir drauf machen können. Bitte. Das stimmt alles. Haben Sie auch Make-up-weißes? Oh nein, aber keine Striche mit Make-up oder so. Nur mit so einer traurigen Zähne an der Seite. Nein. Stimmt, das haben wir wirklich. Das sieht schon gut aus. Ja, das sieht super aus. Ei. Ja. So. Gut. Das hätten wir auch. Alles in Ordnung geschehen. So. Dann einmal. Du. 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 Ja. Ich hol mal, das wachst. Genau. Hol mal, das wachst. Dann einmal bitte auf den Bauch legen, Herr Qualski. Am besten hier einmal drüber. Sie glitschen da vorn. Ja. 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 Haben Sie den Spiegel? Ja. Ja. Du kannst unterbleiben. Du schaust gut aus. Super. Hier einmal. Ich hole noch einen Pinsel. Danke schön. Auf den Boden? So, Gerhard, dann müssen wir auf jeden Fall beide ran, ne? Ja. Wo sind die Frau Collins? Draußen? Draußen. Dann knie ich mich mal hin. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Oh. Ein bisschen zu viel Angst. Ich beiß ein bisschen. Das ist... Ja. So. Sekündchen, bitte. Okay. Dann... Dann müssen wir mal gucken. Dann packe ich das einmal hier so... Oh genau. Am besten, am besten ohne Voranmeldung. Ja, ja, ja. Ich muss ja erstmal das Wachstauern machen. Ja. Ja. Na gut. Ähm. Gut. Oh, das ist schön warm. Oh, ne? Ja. Das ist angenehm, ja. Kriegt man bei Ihnen auch eine Kopfhautmassage oder sowas? Ich gehe da mal. Können wir natürlich auch machen. Ja. Wir machen alles hier. Alles, was das Herz begehrt. Alles, damit man sich wohlfühlt. Ich fühle mich hier auch richtig... Ich habe mich jetzt noch nicht gesehen. Wie sieht es aus? Also, Sie können es tragen. So viel kann ich Ihnen sagen. Ist nicht schlimm. Ohne Bart? Das fängt nach. Ohne Bart sehen Sie tatsächlich bedrohlicher aus. Ja. Irgendwie so. Ja. So. Ich bin fertig. Dann muss das jetzt erst mal ein bisschen, ne? Ja. Genau. Es muss ein bisschen einwirken. Ja, und dann wird es halt wild werden. Mhm. Herr Kowalski, es tut nur kurz weh. Achso, Gerard, haben wir vielleicht noch so ein pflegendes... Haben wir noch Arganöl? Ja, ich gehe mal kurz gucken. Okay, das ist super. So. Mal gucken. Ja, also Herr Kowalski, wir machen das dann... Wir werden Ihnen jetzt danach noch ein bisschen Arganöl auf die Haut streichen und dann ist das auch nicht so gereizt. Aber Sie sollten heute nicht über Schotter rutschen mit dem Rücken oder sowas. Ja, natürlich, man. Kein Problem. Das... Ja, und falls Sie vielleicht ein Körperpeeling benutzen, wenn Sie sich duschen, bitte auch drauf verzichten. Nee. Tatsächlich habe ich sowas nicht. Muss man sowas benutzen? Äh, ja, natürlich, damit sich die Haut besser, ähm, ja, ich sag immer, schälen kann. Damit man schneller die Babyhaut bekommt. Wissen Sie, wie ich meine? Ich finde, sie sehen sehr gut aus. Babyhaut? Genau, Babyhaut. Also ich denke mal, das ist ja... Und es ist ja irrelevant, ob das jetzt beim Mann oder Frau ist, oder? Muss man als... Das ist irrelevant. Ja, nö, ich finde, ein Mann kann natürlich auch weiche Babyhaut haben. Auch ein Babyhaut haben, ja. Ja, natürlich. Muss ja nicht jeder so rauchen laufen. Ist es nicht schon dafür zu spät? Nee, gar nicht. Also man kann immer damit anfangen. Garbencreme und Baldrianöl. Das sollte eigentlich auch klappen. Oh, perfekt. Das ist ja auch echt lindern ein bisschen. Dann gebe ich Ihnen das gleich mit. Und das eine tragen wir einfach erstmal auf. Das Öl und die Creme, die geben wir Ihnen dann mit. Aber Gerhard, warte mal. Ich hebe den mal ganz nah. Ja. Also die kleben schon ordentlich. Die kleben schon ordentlich. Einfach weg mit den Wurzeln. Wir haben jetzt zwei richtig dicke Streifen drauf gemacht. Mhm. Oh ja. Und das sind keine Plastikstreifen, sondern das ist extra so ein Leintuch. Also so ein sehr grobes. Das heißt, wir werden damit gut was runterkriegen. Ich glaube, mit einem Mal schaffen wir das. Dann weg damit. Aber das müssen wir nicht irgendwo am Auto anhängen, oder? Und losfahren? Nee. Wir können Sie gerne mitgehen, wenn Sie wollen. Ein Zug? Nee, aber geht das mit einem Zug? Oder wollen Sie da mehrere Ansätze? Das geht mit einem Zug, Gerhard. Okay. Sollen wir das so machen? Brauchst du noch Männerkraft? Dann kann ich noch die beiden anderen schnell dazu holen. Dann schaffen wir das. Ich glaube, wir schaffen das. Also ich würde... Wir haben das auch genauso beim Helmut gemacht. Ich würde das so machen. Ich halte die linke Seite fest. Okay. Okay. Und ich mach das von unten nach oben. Also gegen die Wuchsrichtung. Und du hältst das auf der rechten Seite fest. Und dann mach doch wieder drei, zwei, eins. Zieh es ab, ja? Okay. Ja. Ich halte es dann fest. Und du ziehst ab. Okay. Herr Kowalski, wir zählen an, ja? Damit Sie sich nicht zu sehr erschrecken. Mhm. Okay. Gerhard hältst du? Warte, ich... Ja, warte. Ich halte die kleine Ecke ab. Okay. So. Okay, Herr Kowalski, bereit? Ja. Drei. Zwei. Eins. Eiii. Ahhhh. Oh meine... Was ist das denn? Oh mein Gott, das habe ich noch nie... Oh Herr Kowalski, jetzt würde ich am liebsten mehr aufhängen im Laden. Meine Güte. Wow, jetzt haben Sie Ihren Fußabtreter für vorne. Hi. Gerhard, guck mal, hier bei mir. Guck mal. Guck mal. Oh mein Gott, das sieht ja aus, als hätte ich jetzt ein Haustier... Entschuldigung, Herr Kowalski. Oh meine Güte. Sieht wirklich wie eine überfahrene Katze aus, ja? Ja. Sekunde. Herr Kowalski, guck mal, die ganzen Haare hier dran. Eiii. 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 Oh mein Gott, Entschuldigung. Warte mal, ich lege das mal ganz kurz hier vorne hin. So dann... Machen wir da jetzt noch das Öl drauf. Das Öl auf jeden Fall, ja. Ja, das Öl. So. Wie geht's Ihnen, Herr Kowalski? Soll ich Hand halten? Sie sehen so alt aus ohne Bart. Dankeschön. Ich hab mich noch nicht gesehen. Ich halt ihn mal. Oh, kommen Sie mal her. Alles wird gut. Sie hatten da was im Haar, Frau Barnes. Was denn? Oh Gott, hatte ich was von den Haaren jetzt im Haar, oder? Ja, ja, ja. Ein Haar im Haar. Ein Haar im Haar. Ein kleines gekräuseltes Haar im Haar. So, okay. Gefühlt sich so, Herr Kowalski. Jünger. Das brennt auch nicht. Das beruhigt jetzt die Haut. Wie ein nasser Lachs, ja. So. Also hochkommen, das ist dann kein Problem. Da sehen Sie mal. Das muss... Aber das fühlt sich doch jetzt... Weiß nicht, äh... Das fühlt sich doch eigentlich ganz gut an, oder? Warum reiben Sie den eigentlich mit Öl ein? Weil die Haut dadurch... Weil die Haut ist gereizt nach dem Wachsen. Und bevor er da irgendwelche Pusteln kriegt, oder irgendwelche Pickel, oder... Das wär mal ein Jammer. Ja. Deswegen machen wir das mit dem Öl. Nach dem Dienst kann ich ja hier als Ampel arbeiten. Das wär auch schön. Als Ampel? Ich lege 10.000 Dollar drauf, wenn sie sich das Gesicht weich schminken lassen. Er überlegt. So. Okay. 10.000 Dollar, Kowalski. Nur für ein weißes Gesicht. Guck mal ganz kurz ins ADP. Moment. Was für ein weißes Gesicht? Ja, nur Make-up. Oder Gerald? 10.000 Dollar. Willst du das echt behalten? Ja, genau. Ich freue mich nicht. Auf jeden Fall würde ich dir eh eine Rungskiste tun. Okay. Das funktioniert in der Rungskiste. So, Gerald. Was ich jetzt abbrechne, ist einmal... Sekunde. Ich muss einmal ganz kurz auf die Bestellung gehen heute. Dankeschön. Schönen Abend noch. Adios. Ich auch. Adios. Also, ich würde hier einmal auf jeden Fall Augenbrauen, ne? Ja. Augenbrauen und Bart. Ja. Augenbrauen und Bart. Augenbrauen und Bart. Wir sind schon einmal 60 Dollar insgesamt. Ja, sie meinte, sie hat keinen Bock zu zahlen. Was? Ne? Aber ich zahl dir das keine Sonne. 60 Donner. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es mit der Enthaarung machen. Nein, nein, Spaß. Ja, schreib einfach... Ich mach einfach ein neues Dings rein. Okay. So. Darf ich schon aufstehen? Sie dürfen aufstehen. So. Und hier am besten einmal in den Spiegel gucken. Und ich kann Ihnen einmal... Um Gottes willen. Moment, wir haben hier so einen schönen Handspiegel. So. Haben Sie das Make-up schon draufgelegt? Nee, oder? Nein, 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 nein. Aber ich zeig Ihnen jetzt erstmal den Rücken hier im Handspiegel. Gucken Sie mal. Da sehen Sie. Mein Gott, sieht das gut aus. Da ist ein Ton auf den Muskeln. Stimmt tatsächlich. Also, Sie sind ja breit als ein Stier. Sekunde, ich muss mir mal ganz kurz eine Zwischensumme aufschreiben, sonst vergesse ich das gleich. Was kostet das bisher? Ich habe jetzt erstmal nur abgerechnet... Sekunde, Herr Weiß, warum steht. So. Ich habe jetzt erstmal abgerechnet Bart und Augenbrauen. Und das sind schon mal 60 Dollar. Und wir machen gerade einen Eintrag für die Haarentfernung. Und dann müsste ich dann noch... Wollen Sie wirklich Make-up? Nein. Ich will das nur mal sehen, wie es aussieht. Also, haben Sie so einen Katalog oder so? Ja, okay. Wir haben einen Katalog hier. Haben Sie einfach Mehl? Obwohl, gucken Sie... In Deutschland ist Mehl ja ganz besonders... Ich zeig Ihnen mal mein Handy. So, warten Sie mal. Ich geh das mal hier hin. Da haben wir nämlich eine App drauf. Ja. Und wir haben nämlich einen digitalen Katalog. Ja. So. Das wird dann ungefähr... Also, ähm... Das Make-up wäre halt sehr wild. Ja. Da müsste ich nur gucken... Ich scroll mal ein bisschen hier in der App rum. Naja. Ja. Ja. Ein bisschen verschlafen, würde ich sagen. Da hätten wir... Da hätten wir... Das wäre wirklich... Mutter! Hast du das? Haben Sie nicht das ganze Gesicht weit? Ne, das haben wir leider... Ja, so. Ne, leider nicht. Da sind wir im Ausland gerade noch ein bisschen dran. Das war's. Mehr geht nicht? Mehr geht nicht. Ne, das ist es. Ja. Haben Sie auch... Mehr geht nicht? Ne, wir... Ich denke mal, das ist mehr als mehr mehr. Also... Ruhschleppenstift und Nägel haben wir leider noch nicht. Herr Kaulitz. 10.000 Dollar. Nein. Er weiß jetzt aber genug jetzt. Ne, leg ich nicht, ha? Ich hab nicht so viel Geld wie Sie. Hab ich da eine Träne noch? Ja. Ja. Ist doch eine Träne. Wissen Sie, Sie können dann zu den Leuten im Knast sagen, get on my level. Oh, Mann, ich wollte gerade auch... Oh, Mann. Oh, Mann. Kowalski ist... Kowalski, tut mir so leid. Also, ich find's gut, Herr Kowalski. Ja. Schön. Nein, wir können ja noch mal... Wir können ja noch mal... Wir können ja noch mal weiter schauen. Hier zum Beispiel. Das wär mein Make-up. Dann hätten wir hier noch... Das ist... ... ein Paradies-Vorpel. Man könnte meinen, Sie wären der einsame Rächer von Paradieshausen. Ja, dann haben wir natürlich noch das hier. Das ist sehr dezent. Ja, das betont wirklich meine Augen. Ja. Sie haben aber schöne Augen. Ja, vielleicht. Und dann einfach nur die Träne, oder? Gott. Bitte. 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 Einfach für mich die Träne. So. Das signalisiert einfach... Was? Einfach diese Träne. Bitte. Die Situation. Ja. Das zeigt einfach, sie sind einfach angekommen im Leben. Bedeutet die nicht im Knast irgendwas, so eine Träne? Oder mache ich mich da einfach nichts machen? Ja, dass sie einmal die Seife hochgehoben haben. Ich habe gleich wirklich Tränen, ja. Aber das ist ein Muttermal, oder? So ein Pac-Man-Fleck. Ein bitte was, Herr? Ein Pac-Man-Fleck? Ein Pac-Man-Fleck? Ein Pac-Man-Fleck? Ein Pac-Man-Fleck? Ja. Ja, was denn? Pac-Man-Fleck? Noch mehr im Katalog hier. So. Ja. Oh mein Gott, Herr Kowalski. Oh, Kowalski? Oh. Die Frau Max-Queen hier, die wird aber... So, dann hätten wir noch sowas. Oh nein, jetzt sind sie abgerutscht mit der Farbe. Ja. Ja, das war's. Das war's. Ich bin für die Träne. Sie sind also für die Elf. Was sagen Sie, Kowalski? Ich meine, das macht sie auch stärker so. Sie sind halt... Oh Gott. Wie lang muss ich diese Träne denn drauf... Die wird ja für immer bleiben. Die tätowieren wir ja gleich. Wir tätowieren hier nicht, Herr Weiß. Nein. Ja, ich tätowier die nach. Nein. Schön. Wissen Sie, was ich mit Ihrem Kopf gleich mache, Herr Kowalski? Mit diesem wunderbaren Bowling-Kopf, warum wir das alles hier gemacht haben? Damit schmeiß ich alle Wallis-Brausedosen, die Sie auf Ihren Schreibkisch jedes Mal stapeln um! Das ist die... Das ist nicht mein Schreibtisch. Ach so. Ja, was sagen Sie, Kowalski? Das ist von der... Das ist von Fee. Äh... 1099, Balito Bay. Was? Ja, der Kowalski nimmt die Träne. Herr Kowalski, Sie entscheiden. Ja, meinen Sie, ich kann das entscheiden? Wirklich? Ja, ich weiß ja nicht, was Sie ausgefressen haben, was Sie das machen. Ich hab mir die Augenbrauen abrasieren lassen, weil der Chief mir gesagt hat und genauso... Und Sie sagen, ich hab ne Entscheidung? Ja, natürlich haben Sie die Entscheidung. Setzen Sie sich durch. Der Skinner würde sich machen so als neuer Chef vom SD so, finde ich. Ja, machen Sie die Träne, bitte. Herr Kowalski, jetzt kämpfen Sie doch gegen den Weiß an! Jetzt... Audi! Alle werden's nur noch sagen. Und überall hängen im SD... Haben Sie noch ne Träne auf der anderen Seite? Überall im SD hängen Poster von Ariane Barnes Regeln auf dem Auto. Oh mein Gott! Audis, Kowalski? Ich finde, Sie sollten sich die Tränen nicht machen, Herr Kowalski. Lassen Sie sich von ihm nichts einreden. Lassen Sie sich vor, Kowalski. Alle, alle, auch Sie, müssen alle Leute im Norden nur noch mit Haudi begrüßen. Ich begrüße Larry mit Haudi. Haudi, mein Körper. Ja, und das heißt schon was. Haudi, mein Körper. Ich kotze gleich in Ihrem Mund. Ich kotze gleich in Ihrem Mund, aber Ihnen gefällt das bestimmt. Sie sind doch bescheuert. Sie sind kacke. Sie sollten mal ein Buch schreiben über Ihr Leben. Das wäre ja so langweilig. Da würde nur eine Seite drin stehen. Sie, Weißblatt. Sie sind selber Weißblatt. Jetzt hören Sie doch mal aus, um zu zittern, meine Güte. Ich zittere doch gar nicht. Dann treten Sie doch mal einen Schritt vor. Sie stehen nämlich ganz am Ventilator. Sie vibrieren die ganze Zeit rum. Die kalte Brise. Ja, echt. Meine Güte. Also, Kowalski, was machen wir denn jetzt? Wollen Sie jetzt wirklich, dass ich Ihnen eine Träne da aufmale? Sieht scheiße aus. Ich seh ja jetzt schon scheiße aus. Wie lange soll das denn? Nein, keine Träne. Keine Träne? Okay. Schielen Sie? Nee. So, dann mach ich mal kurz die Rechnung fertig. Ich kann ja schon das Hemd wieder anziehen, oder? Ja. Dankeschön. Ich hab den Preis reingemacht. Ich hoffe, er nimmt nicht die Traurige Träne. Ich geh mal kurz auf Toilette. So. Ja, wo geht's zur Schule? Danke. So, Herr Weiß, das wäre insgesamt... Das ist eine Information an alle Kollegen. Tom Kowalski hat sich beurlaubt aus dem Dienst. Sein jüngerer Sohn, Jerry Kowalski, übernimmt nun den Dienst. PD99 Ende. Jerry. Herr Weiß, das wird einmal 250 Dollar machen. Wie viel? 250 Dollar. Was? Was? Ja, natürlich ist eine Rückenschmerkung. Was haben Sie denn für ein Öl benutzt? Haben Sie das einem Scheich aus der Hüfte gedrückt, oder was? Ich kann Ihnen das zeigen, das Öl. Nee. Kommen Sie. Kann ich das per Rechnung bezahlen? Lassen Sie mich raten, das Öl ist von der Rückenschmerkung. Draußen ist ein Automat. Liebes um die Ecke. Kowalski, alles Ihre Schuld. Ein Wunder, dass er diesmal überhaupt bezahlt. Wie viel macht das? Warten Sie doch, bis der Herr Weiß das Geld aufhebt. Ja. Dankeschön. Wieso sind da vier Scheine? Das ist doch alles so. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Kowalski. Jerry, meine ich natürlich. Es wird noch einen interessanten Dienstwitz. Das wird er. Er ist ja jetzt schon sehr, sehr interessant. Ja, dann flutschen Sie immer nicht aus Versehen rum, Herr Kowalski. Passen Sie ein bisschen auf den Rücken auf auf jeden Fall, ja? Ja. Ja. Wissen Sie was hier? Kommen Sie, ich geb Ihnen das mal mit. Haben Sie, haben Sie jetzt irgendwie so ein Bartwuchsmittel oder so? Hier, bitteschön. So. Äh, das, das kriegen wir schon hin. Kommen Sie einfach vorbei. Lassen Sie irgendwie zwei, drei Tage, einfach mal drei Tage Bart wachsen. 2, drei Tage? Ja. Ähm, alles, alles gut. Alles gut. Ja, kommen Sie doch her, Frau Bart. Sie wollen noch was Geld. Ja, ne, ist alles gut. Wie? Mancher wünschte ich, ich wäre ein bisschen scheiße. Wie ist alles gut? Ne, alles gut. Wurde schon bezahlt. Ja, aber ich hab noch Trinkgeld für Sie. Kommen Sie. Ja, okay, da soll ich natürlich nicht hinein. Doch, haben Sie noch... So scheiße, wissen Sie das? Mein Gott, ey. Hier, kaufen Sie sich was Anständiges. Oh, kommen Sie. Dankeschön. Danke. Schönen Sacken. Ach so. Ohuhuuu. Oh. Ich muss gleich mal Einzahlen gehen. Andere, die Antwort für dich jetzt im Vergleich besser. Bischdorf hat einfach mehr Trinker gegeben als der Mafiamann damals. Warum bezahlt ihr das? Also wir haben einmal heute, jetzt muss ich selber mal ganz kurz gucken, Moment. Ich will jetzt überweisen und natürlich auch einzahlen. Bestellungen Ariane Barnes. 345. Ja, 345 heute. 345. Ja. Ballon. Ja. Ja. Ballon. Äh, 0804. Hm, das stimmt nicht mal. 2, 6, 9, 2, 3, 5, 8, 6. 2, 6, 9, 2, 3, 5, 8, 6. 2, 6, 9, 2, 3, 5, 8, 6. 2, 6, 9, 2, 3, 5, 8, 6. Oh mein Gott. 658. Oh, du bist so dankbar gerade. 600. Oh, Bischdorf hat zu viel Geld gegeben. Das ist so lieb. Sowas sind wir ja hier gar nicht gewohnt. So, alles eingezahlt. Ich geh mal ganz kurz, äh, Pipi. Mach das. Ich muss kurz pinkeln gehen. So, Sekunde. Wasp. Ich muss kurz rein. Oh, ich puh. So. Komm schon mal. Oh, mein Gott. USB. Ich muss kurz rein. Wenn du bist so weit. Ja. Jetzt komm schon mal. Ich muss kurz rein. Wie ist es jetzt hier? So. Wie ist es? Und da, die Welt ist. Oh, ich muss da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die will ich mir aber nochmal angucken Oh, wie cool Sehr nice Mit Animation Sehr, sehr cool Also ich würde tatsächlich sagen, du kannst einfach mal was Neues probieren Und für diese Prinzessinnen-Frisur so gesehen gehen Boah, ja, sie steht hier aber in sehr, sehr gut Ja schon Aber wenn sie sich fühlen, dann lieber nicht Genau Okay, dann nochmal diese Prinzessinnen-Frisur Ja, Moment Die Geflochtene mit dem, diese etwas kürzere Was für war die nicht, ne? Ne, ne, ne Ich geh mal ein bisschen zurück Ja, ja Also wir haben drei Prinzessinnen Also drei Frisuren Oh, Gerhard, ich musste mal mit dir reden Ja Genau, das war die mit dem Spitzen Da haben wir aber noch eine gehabt Ich bin überrascht, dass die überhaupt gezahlt hat, der Walter Herr Büschloff hat gezahlt Und dann hat Nicht dein Ernst Fertig machen können Ja, und ich bin jetzt Jetzt haben wir mit Max nicht geredet Sie hat auch zu mir jetzt nichts gesagt Kein Hallo, gar nichts Lia auch nicht Ja, auch nicht Deswegen war ich da jetzt auch so Ja, okay, dann mach ich das auch nicht Ja, Lia hat gerade gesagt Ja, gerne, weil ich gerade gesagt habe Dass ich kurz mal Kurz mal Weil die die Tudor war Dann konnte ich nicht Sie anrufen Ich ruf sie mal kurz gleich an Mit Atkins Weiß ich nicht, ob wir mit dem noch reden sollten Weil der irgendwie so schon ein bisschen so fertig ist Oder fertig plagen Ja Weiß nicht, was machen wir dann jetzt Also mit der ganzen Situation Das ist halt Das ist halt super komisch Ja, ich möchte das zwischen mir und Max jetzt klären Weil da Das ist gerade Sie hat wahrscheinlich Sie hat mit Leuten zu tun In den Laden gerade Schaden Ja Soll Max wissen, dass die Also Soll man jetzt eben wem sagen Dass die DTU damit zu tun hat Ich würde es eher nicht Oder doch Sollen wir als Freundes sagen Ich weiß es nicht Also wir sollten das schon sagen Weil Ähm Ne, ich habe halt Angst Machen wir uns mit irgendwas strafbar oder so Ich Ja, wir machen uns eigentlich mit gar nicht strafbar So Aber das Problem ist halt Ne So Je länger das läuft Entweder es wird halt einfach Die Aktivität geschlossen Irgendwann Also Larry kommt um 23 Uhr vorbei Sollen wir das auf später verschieben? Ja Lass mal auf später verschieben Oder kannst du vielleicht mal Max fragen Wie lange sie heute unterwegs ist Dass du dringend mit ihr reden musst Ja Ob sie vielleicht später Zeit hat Ja Ich ruf sie mal an Was soll ich denn sagen Aber es kann sein Dass die dann wieder sehr sauber reagiert Später oder Dann auch sein Ja Aber die Tage Das ist halt immer das Problem Ja, nee, das ist auch doch Dann lieber später Ich ruf sie mal an Was soll ich denn sagen Dass wir mit ihr reden müssen Weil wir wollen Dinge aus der Welt schaffen Ja Was machen wir, wenn sie es zugibt? Reden, wie wir sie da rauskriegen Hi Max Äh Ich und Ariane Wir würden gerne mal mit dir reden Weil wir ein paar Sachen aus der Welt schaffen wollen Ja Die ganze Situation, die gerade so läuft Wir haben ja auch schon mit David einmal geredet Wir würden gerne einmal mit dir reden Und dann werden wir jetzt wahrscheinlich auch mal mit Barbara noch reden Ja, aber wir würden gerne mal einfach so alleine reden Ganz normal Ja, einfach so Also wenn sie nicht will Und dir die Freundschaft nichts bedeutet Dann ist das aber auch okay Ja, aber Ja, nee Wir wollen euch nicht beschuldigen Das ist euch schon klar Wir machen Ja, weil wir Wir müssen von allen Optionen halt Abwägen Wie wir das Interpretieren sollen Aber was Was hattest du Äh, was meinst du? Und Das spricht euch jetzt frei Dass ihr es nicht wahrt Ja, aber dann hast du Aber dann ist es ja kein Problem Wenn wir mit dir alleine reden Oder? Dann soll sie mit Barbara halt herkommen Ja, dann nimm Barbara mit Und komm hoch In den Laden Dann reden wir halt zu dritt Wie lange Wie lange ist sie? Ach, scheiße Sie hat gleich abgeholt Irgendeiner Therapie Mit David ist sie gerade Also Barbara Okay, ich ruf sie mal an, ja Bis gleich Ja, Max, genau so Wieso tun wir das? Wieso, ähm Verdächtigen wir sie? Und sie Ich hab mal Weil sie aus einer roten Haut Oh mein Gott Und sie, äh Wie heißt das? Sie hat, äh Ich hab gesagt Hast ja mitbekommen Dass ich gerne einfach mal Mit ihr alleine reden würde Ja, willst du versuchen Vernünftig zu sein? Nee, nee Sie will nicht alleine Mit uns reden Darauf hat sie keinen Bock Barbara muss Unbedingt dabei sein Wieso muss Okay, ist Max jetzt Fünf Jahre alt? Nee, weil sie sonst nicht weiß Was wir sie gefragt haben Und was wir Barbara fragen Ach so, damit sie sich absprechen können Ja Ist wahrscheinlich Leider macht es immer mehr Sinn Warum Ich wünschte wirklich Ich wünschte wirklich Das wäre gerade anders Ja, ich mach mir halt echt Sorgen Einfach so Warum Vor allem Sie hat jetzt gesagt Sie können es ja gar nicht gewesen sein Weil wo die Drohanrufe kamen Gegen Atkins heute Ähm Äh Waren sie ja alle zusammen Woher wussten die Wann die Drohanrufe waren? Ach so, die waren Ach so, die waren Warte mal Die waren mit Äh War Atkins auch in der Schokoladrie? Ja Und das komische war Das hat halt Atkins gesagt Ich hol mal Atkins raus Der kann ja das besser Warte, warte Ähm Kommen die denn jetzt Oder was habt ihr jetzt ausgemacht? Ich rufe jetzt Barbara an Ja komm, mach das mal bitte Weil ich muss gleich Ich bin gleich erstmal weg Die wird mich eh blocken Ja okay, dann ist er jetzt auf Funkstelle Aber wenn die das hat Ja, weißt du was? Dann lassen wir die TU einfach ihre Arbeit machen Also ernsthaft jetzt Wir müssen das Wir wissen nicht in was für einer Scheiße die stecken Nee Hallo 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 Oh Hi Äh Barbara, wir würden gerne mal mit dir reden Ich und Ariane Wir würden gerne was aus der Welt schaffen Und einfach mal Mit dir gerne oben im Laden reden Ja aber trotzdem Ja wäre super Nämlich Ariane ist später dann weg Da können wir dann nicht mehr Wirklich dann zusammen reden Also ich bin jetzt gleich weg Also um 23 Uhr Ja Ja Max wollte auch hochkommen dann noch Ja okay Ähm Also Gerald Ich bin in 8 Minuten schon weg jetzt Ja Ach scheiße Ja okay, dann machen wir es später Oder Machen wir das Was haben die denn jetzt gesagt? Achso, du bist noch am Telefonieren, Entschuldigung Nee, ich bin nicht mehr Achso Sind die jetzt unterwegs? Die sind unterwegs, glaube ich Dann müssen wir Wir müssen das machen Aber Da würde ich da noch Atkins noch mitnehmen Dass der das dann halt auch noch Ich weiß halt nicht, wie sehr wir jetzt blöffen sollen Und wir werden Also Ariane, ne Ich will halt gar nicht blöffen Ich will das eigentlich nur aus der Welt schaffen Und einfach Sie sollen es zugeben Es ist gut Sie sollen sich entschuldigen Und sich dann mal überlegen Was sie falsch gemacht haben Und vor allen Dingen Und vor allen Dingen einfach nur den Grund warum Sie sollen sich mal Genau warum Und sie sollen sich auch bitte bei Atkins entschuldigen Nämlich er hat jetzt schon den fünften Droh-Anruf bekommen Und das wird jetzt langsam nicht mehr witzig Einfach Das war nie witzig Wir mussten den Laden deswegen schließen Und Blanche hat halt Angst Wie gern würde ich ihr in Warnung geben Weißt du, damit sie keine Angst mehr Blanche, Entschuldigung Damit sie keine Angst mehr haben muss Und Gereth, was machen wir Wenn Max da mit drin hängt Wegen Kosi Oh, das ist doch scheiße Sie kann doch nicht Ihre eigenen Mitarbeiter Einfach so Fertig machen Naja, dann muss ich Sie erst mal runter degradieren Und das verstehe ich nicht Warum setzt sie das denn gerade aufs Spiel Ich verstehe es einfach nicht Also Ich glaube Sie Also sie muss Also Na, wenn sie es wirklich war Dann Wir müssen wir Wir müssen beraten Ob das tragbar ist Oder nicht Wenn sie einsichtig wäre Wäre das ja alles was anderes Ja, wenn sie sich Oder wenn sie sich entschuldigen würde Wer das war Und wer das war Mit welchen Leuten sie rumgehangen hat Ja Und Wenn sie es waren Dann Ich bin nicht Ich bin nicht so geschädigt Weißt du Der Laden Ist jetzt Nicht so Dass jetzt hier tausend Überfälle passieren Aber Atkins hat Angst Meine Mitarbeiter haben Angst Das ist das Blöde Die DTU ist da jetzt mit drin Wir müssen Eigentlich müssten wir jetzt Da hinlaufen Und sagen Nee Das war ein großes Missverständnis Aber dann Und dann müssten die sich da auch Ja Jay Ich wünschte halt wirklich Wir wünschen so ein bisschen Weil wir machen das eigentlich schon ganz gut Finde ich auch Jeder darf aber selber entscheiden Wir machen da gar nichts mehr Dann verläuft das halt im Sande Aber Es wird halt Weil wir kommen ja auch so entgegen Wir wollen ja auch das gerade noch retten Ariane Das ist immer Das ist immer Die Spirale immer weiter runter geht Ich will auch nicht Das wird immer schlimmer Ich will auch nicht Eigentlich Ich will nicht gegen meine eigenen Freunde aussagen Wenn die sind Zu kämpfen Ja ich auch nicht Und dann Vor allem so plötzlich Warum einfach Mich interessiert einfach nur Warum Mich interessiert es auch Warum Und wenn sie mir dann sagen Wenn sie vielleicht einen guten Grund haben Und sagen Ja wegen Atkins Dann setzen wir uns alle zusammen und reden Dann müssen wir das halt drehen Aber wenn es Weiß ich nicht Dann müssen sie aber auch bei den ganzen Mitarbeitern Entschuldigen Okay Nee Die müssen sich bei allen Mitarbeitern Entschuldigen Also das Das verlange ich auch von denen Einfach weil Jeder Von denen Macht sich halt auch Sorgen Weißt du Das wäre so als Würdest du angerufen werden Und dir wird gesagt David liegt im Krankenhaus Und sowas Das ist fast das gleiche Und dann würde mir jemand sagen Du kannst jetzt aber Ja du musst jetzt aber Erstmal darfst du jetzt nichts sagen Oder so Dann oh mein Gott Ich will Ich will einfach nur gerade Also David David will ich eigentlich da raushalten Weil ich Ja Ich bin mir so sicher Ja Den halten wir auch raus Ja Aber wenn David dann doch dabei Aber David Ich glaub's nicht Ich kann's mir nicht vorstellen Ich Ich auch nicht Das einzige was halt Atkins halt gesagt hat Dass er Angst hat Dass es halt gegen ihn geht Aber wieso Ja Deswegen hat David in meinen Augen Ja so viel Sinn gemacht Ja David ist halt ein kleinerer Bauke Aber Der wird mir doch nicht so dreckig Ins Gesicht lügen Ja Ich will halt einfach nicht Dass das so zwischen uns steht Aber So weißt du Ich find's halt auch komisch Hä unfair von Ari und Gerald Ihnen nicht mal was entgegen zu kommen Und sich Achso Hä Wie meinst du Für mich ist es Aber es ist schon unfair von Ari und Gerald Ihnen nicht mal entgegen zu kommen Und sich hundertprozentig unschuldig zu sehen Ja Das ist Das ist für mich halt unbegreiflich Ich bin grad Ich versteh grad nicht Weil es steht auch bloß eins Wie der Satz gemein ist Weil wenn er so ist wie der steht Macht ja gar keinen Sinn Ich nutze hier mein Meta-Wissen doch nicht Um dir entgegen zu kommen Also wie schmal einfach der Grad ist Dass es gefährlich wird So Und Das schlimmste für mich ist einfach Wenn Das schlimmste für mich gerade ist Einfach wenn irgendwas mit meinen Freunden Oder irgendwas mit Larry Ja Das ist das schlimmste einfach Ja das Und jetzt steht ihm auch vor Ja Und ich mag es einfach Dinge aus der Welt zu schaffen Einfach Dinge offen anzusprechen Und gerade bei einer Freundschaft Da muss man doch einfach Weißt du Wenn wir das jetzt aus der Welt schaffen Und wir könnten gemeinsam einfach gucken Wer war das Was ist passiert Und so Und wir setzen uns alle gemeinsam hin Aber selbst das passiert ja nicht Wir könnten das ja irgendwie auch So einfach aufrollen So weißt du Das ist ja nicht so Weißt du Ich glaub Wir beide sind nicht die Menschen Die einfach dann sagen Ja Du hast jetzt einen Fehler gemacht Ich hasse dich Oder so Da wo grad krass Meta betrieben Wir kennen dich schon so lange Bitte mehr als 600 Sekunden Dankeschön Entschuldigung Will ich es eigentlich nicht wahrhaben So weißt du Und das ist so Mir gefällt das Ganze nicht Nee Mir auch nicht Und ich find's halt auch Also was ich so schlimm find Ariane Ist einfach dieses Diese Karte auszuspielen Das sind meine besten Freunde Wir sind Familie Warum vertraut ihr uns nicht Und so Aber Sie vertrauen uns ja auch nicht So Aber ich will Ich hab so Angst Dass wir Jetzt stell dir vor Die sind das Oder Max Stell dir vor Max hat wirklich mit irgendwelchen Kriminellen zu tun Und sie sagt es uns einfach nicht Und dann stell dir vor Weiter verstrickt Ja Und stell dir vor Wir müssen aber irgendwann Genau Aber wir müssen irgendwann Dann gegen sie aussagen Warum tut sie uns so was an Warum hat Mit wem hat Max da zu tun Und vor allem so plötzlich Ich hab jetzt echt Länger keinen Kontakt zu ihr gehabt Also immer nur so ein bisschen sporadisch Deswegen Mit wem hat sie da Kontakt Ich versteh es nicht Das hat irgendwie Angst Was können wir noch abchecken Was uns ein bisschen Ein bisschen sicher Was kann man Mein Gott Das mit den Zeugen Ist halt jetzt schwierig Ich glaub wirklich Ich glaub Vielleicht ist Max Das große Mastermind dahinter Komm dass sie nicht mit mir geredet hat Ist schon so Max ist eigentlich jemand Die würde schon irgendwie kommen Und dann einfach sagen So hey Lass uns mal darüber reden Und sowas Oh Da ist Larry Gerald Ich Ich merke mich später Wenn hier etwas ist Dann ruf mich Nochmal an Ja Soll ich Soll ich mit Mit ihnen alleine reden Oder soll ich Erwarten Sag Sag erst mal Sag erst mal ab Besser ist Ja Mach ich Dann wünsche ich dir Trotzdem eine schöne Zeit Wie lange bist du noch unterwegs? Bin noch ein bisschen Unterwegs auf jeden Fall Ich muss ja hier Ein bisschen aufpassen Auf meine Leute noch Okay Dann sehen wir uns gleich Ja klar Okay Bis gleich Dann lass ich drücken Ja Scheiße Ich darf das irgendwie Okay Bis gleich Bis gleich Ja Bis gleich Hallo Hübsche Lady Hallo Na So viel Feierabend Was ist denn los? Und du hast ja auch noch hier Na pünktlich ist gelaufen hier Ja Oh mein Gott Wow siehst du gut aus Ja Farbe steht dir auch Und die Haare sind wieder so schön Du siehst auch gut aus Auch natürlich wie immer Oh Warte mal Nur für dich Ach Da steht ja noch jemand Ja das ist Geralt Ach so Der sieht immer anders aus Nimmst du nur für mich den Hut Okay Natürlich Audi Ja Audi Cowboy Na Wie war dein Tag heute Deine Abends Oh frag nicht Frag einfach nicht Ich will nur den Kopf irgendwie freikriegen gerade Ja dann helfe ich dir mal den Kopf reinzublasen So Ich? Ach so Ja okay Dann komm mal mit Darf ich dich äh Wohin fahren? Ähm Wir kommen früh genug wieder hierher Ich will einfach nur Ich will einfach nur den Kopf freikriegen Na dann setz dich mal in die Frisch reparierte Alley Hey Oh was ist es bei mir Ach schön Ist doch so schön sauber Hast du sie nochmal poliert? Das haben die gemacht Aber es ist schon wieder ein bisschen Dreck hingekommen Der Sand Oh schade Ich krieg vom heutigen Tag wirklich Kopfschmerzen Hast du viel zu tun gehabt? Ne es ist immer noch Die Sache mit Max Barbara Und Es sieht gerade einfach alles nicht so gut aus Und jetzt hat die DTU damit zu tun Entschuldigung Jetzt wollte ich schon Gerhard sagen Äh Larry das ist alles gerade nicht so gut Jetzt klär mich mal auf Ging es immer noch um diese Drohanrufe? Ja heute Heute ging es weiter Das rote Auto fuhr auf wieder rum Stand nicht mehr da Wo wir es gesehen haben Und äh Max wurde Von Zeugen von Alice Taxi Zwei Mitarbeiter Gesehen im Stadtpark Das weiß sie noch nicht Das werden wir ja später sagen Sie wurde gesehen Sie wurde gesehen Wie sie aus dem roten Chevrolet aussteigt Barbara hat einen Aber sie meint Sie hätte ihn seit Wochen Nicht mehr bewegt Oh je Und das wird gerade zum Problem Ich weiß nicht was ich machen will Hoffentlich wird dann nicht Ich meine man kann ja auch Oh je oh je Hoffentlich wird da auch nichts ausgelesen Im Auto Ich weiß ja nicht ob Mechanik Oder ob das Ding so eine Art Äh Weil das ist ja alles so elektrisch Ja mit Oh je Larry ich weiß halt nicht was ich machen soll Das sind meine Freunde Aber ich werde jetzt auch nicht Ich weiß auch nicht warum die das machen Ich weiß es einfach nicht Ja was machen die denn Ging das noch weiter? Die bedrohen die ganze Zeit Einen Mitarbeiter von unserem Laden Max ist Co-CEO Larry Vom Laden Ja aber was ist denn in sie gefahren? Was ist Was haben die denn gegen den? Ist das irgendwie Was ist denn da? Ich weiß es nicht Ich weiß nur dass David ein Problem mit ihm hatte Und da konnte ich sogar ein bisschen nachvollziehen Aber ich verstehe jetzt einfach nicht was das soll Das kann ich auch nicht nachvollziehen Das verstehe ich auch nicht Und jetzt wo Max gesehen wurde Was soll ich denn noch denken? Ich versuche mir das selber die ganze Zeit schön zu denken Aber Noch offensichtlicher geht es doch nicht oder? Oh und wie steht Wie steht er Wie heißt er nochmal? Gerald Gerald Ich dachte gerade einen anderen Namen Ja Äh Wie steht Wie steht der dazu? Der ist extrem am Boden zerstört Er weiß einfach nicht was er machen soll Er will es auch aus der Welt schaffen Aber Alles was wir von den beiden kriegen Sind halt nur Anfeindungen Wie wir die dann Verdächtigen können Was für schlechte Freunde wir wären Scheiße Ich muss mir neue Freunde suchen Nein das musst du Nein Ach Okay warte Mein Telefon klingelt Ja Ja Du wolltest reden? Ja Später mit Gerald zusammen Wieso können wir nicht einfach zu zweit reden Wieso konntest du nicht Äh Alleine rum zum Laden kommen Weil ihr da zu zweit seid Wie Die Mafia Ich war bei euch im Laden Niemand hat mir Hallo oder irgendwas gesagt Außer Busch Das ist ein Ding was aber auch den Laden betrifft Da sollten wir alle gemeinsam Du Barbara Ich geh halt Ja Okay und wann? Ähm Ich bin gerade noch mit Larry unterwegs Später Ich merke nicht bei euch Okay Okay bis später Tschüss Oh Gott das wird unangenehm werden Wer war das denn jetzt? Max wollte mit mir alleine reden aber Oh je Wie geht's dir? Ah ja Den Chatlag den du wohl gut vertragen hast Hab ich noch nicht so gut vertragen Schon mal Oh soll ich denn lieber fahren? Ja das von dem her geht das schon Du sollst ja mal den Kopf bisschen freimachen Ja Ja schwierig ne Naja jetzt Einfach mal an andere Dinge denken Die schöne Aussicht hier vor allen Dingen mal wieder gewesen Es gefällt dir doch hier oben Ja wir waren schon lange nicht mehr hier Mhm Hier steht der schwarze Kabelhut übrigens immer noch ganz toll Oh ich liebe den schwarzen Kabelhut Ich liebe ihn wirklich Ja ist so toll Danke Na Vielleicht kriegen wir irgendwann noch einen roten und einen blauen Keine Ahnung Ich glaub schwarz, beige und braun reicht oder? Ja weiß wäre noch Ja Aber einen weißen hast du da So ne Ne der ist beige So ein richtig strahlendes weiß So dass ich auch mal so einen richtig schönen weißen Anzug anziehen könnte dazu Okay ist gespeichert in meinem Kopf Aber das ist gar nicht so wichtig Hm stimmt ist der wirklich sehr beige der Rot? Ja Okay Ich hab Herr Kowalski den Rücken Oh mein Gott Larry ich erzähle dir was Ich hab Kowalski gerade gesehen Ach so du? Weil es sagt er er muss sich mit mir unbedingt treffen Er muss mir was zeigen Was hast du Was ist dem zugestoßen? Ich dachte Ich dachte Er hat Läuse Ja Er weiß Er weiß wollte das unbedingt Wir sollten ihm die Augenbrauen und den Bart abrasieren Ach du Scheiße Ja Und dann wollte Herr Weiß nicht zahlen auf Rechnung Und ich hab gesagt Nein nein Wenn dann jetzt Ich verstehe Und ähm Äh Larry Ja Ich glaub hier darf man nicht rein Oh doch Nein Ich Vertrau mir Ah ich muss nur gerade Warte Ich muss mich da rückwärts reinstellen Das ist ein bisschen besser Ich sperre ich gleich mal auf Und dann fahren wir da rein Ja Okay Kommst du da raus? Ja 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 Ich schlänge mich dadurch Ich kann mich doch winden wie ein Fisch Ja Du hast ja recht So Harry Ja Was willst du hier jetzt machen Ist unser kleines Abenteuer Okay Oh mein Gott Harry wir dürfen nicht Was drehst du hier? Sind hier Menschen? Komm mal mit Oh Gott Harry ich hab hohe Schuhe an Aha So warte Kannst du das Tor aufhalten Ich kann's auch noch reinfahren Oh Gott Ja Okay Vielen Dank. Das sind Kinder. Also erstmal diese Autofahrkünste. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt, wie so starke Arme du hast, dieses schwere Tor aufzureißen. Ja. Hä, ich trainiere auch ein bisschen. Ja, ich weiß. Müssen später mal Arm drücken, ich mach dich fertig. Können wir auch machen. Aber hey, weißt du was ich dann, ich hab ne Idee. Ja, was, oh Gott, ich hab so Angst hier zu sein. Ja, was denn? Ähm, ach guck mal. Schön, ne? Wunderschön. So, jetzt kommen wir mit zum Auto. Das wär mein, das wär mein Traum domiziliger. Äh, ja. Ähm, warte, warte. Nicht reingucken. So, hier, schau mal. Wir können Arm drücken machen, aber, aber, äh. Dann nehmen wir das hier. So, komm mal mit. Hä, da rutsch ich ja aus. Bist ja süß. Larry, äh, warte, warte, bitte ganz kurz. Was denn? Ähm, wir, wir haben uns was ähnliches mal gemacht mit unserer Gruppe, weißt du? Ja. Und dieses Haus hatte überall Kameras. Man konnte uns komplett beobachten. Und dann hätten wir beinahe richtig viel Ärger bekommen. Und dann sind wir ganz schnell da weggegangen. Weißt du? Das hier hat keine. Okay. Ich hab schon geguckt. Okay, okay. Ich seh ja keine. Mhm. Naja. Auf jeden Fall, ähm, ne? Wir müssen davon ja nicht erzählen. Das ist jetzt ein Abenteuer, das äh, anders Abenteuer ist. Okay. Wir müssen auf jeden Fall dann nicht davon erzählen. Okay? Ja, ja, ja. Ich werd's kein sagen. Gut. Außerdem kannte ich da noch jemanden. Ich weiß zwar nicht, ob das mittlerweile mit bei den anderen Maklern irgendwo mit in den Objekten drin ist, aber ich kannte da mal einen, äh, ja, der hat ein bisschen Connection, Silja. Mhm. Naja. So zögerlich heute. Ja. Ja. Oh, ich dachte, ich hab was gehört. Nö. Nö. Hau. Falsch. Wir müssen hier runter. Und wenn jemand kommt, müssen wir uns hier bücken, ja? Oder hinlegen. Ja, ja, ich bitte mich. Wenn irgendwer anruft, wir sind in den Weinberg. Okay. Soll ich mein Telefon auf den, auf den Flugmodus schalten? Das wär, glaub ich, ganz gut. Okay. Du sagst ja gar nichts. Ja, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich schalte mir hier ein bisschen ein. Guck mal. Oh mein Gott. Da könnte ich ja hier schön, könnte man jeden Morgen Golfbälle hier rausballern. In diese Richtung. Einfach ins Nirvana. Oh, das wär der Traum, ja. Ja. Das ist so schön hier. Jetzt mal ehrlich, das wär doch echt ein schönes Häuschen für uns, oder? Ja, Larry. In 20 Jahren vielleicht. Da unten ist ein Pool. Ja, ja, lass da runter gehen, komm. Aber ich... Ja. Alles gut. Was ist los, Lady? Keine. Ich hab voll Angst. Hat das jetzt ein RP-Hintergrund? Ist das so okay? Ich weiß es nicht. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab grad den Hint gegeben. Und dann. Wow. Larry? Larry, ist das da hinten? Der Pir hinter... Das ist, das ist der Pir... Das ist Chumash. Da hinten... Ja, das ist richtig geradeaus, ja, richtig. So, warte. Ich muss mir noch den anderen... Ich hol noch einen anderen Liegestirm. Ihr okay? Oh, ich glaube, ich nehme den linken. Boah, also hier, boah. Da muss ich mal gleich ein Foto machen. Nein, Ariane, guck mal bitte nochmal dahin. Du hast doch gerade dahin geguckt. Nein, 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 nein! Da, wo du gerade dahin geguckt hast, so. Nein! Oh, die hat doch gerade zur Seite geguckt. Ja? So. Äh, mhm. Jetzt baue ich hier noch ein bisschen was auf, warte. So, bitteschön, dann kannst du auch. Dann hab ich mal was mitgebracht. Oh mein Gott! Wo ist das denn her? Ah, so hier und da. Wow. Das ist aber viel Käse. Ja, und vor allem so unterschiedlich. Das ist wie eine Schnecke angeordnet. Oh, wow. Und du musst quasi von außen nach innen essen. Und genau so soll quasi dieses Geschmacksabenteuer dann auf sich genommen werden. Ja? Boah, das ist ja toll. Aha. Und dazu natürlich, wie es sich gehört bei einer Käseblatte. Natürlich auch genügend. Sprunk. Ja, ich hatte noch ein paar nachgekauft und hab mir dann aber selber noch ein paar genommen. Ah, okay. Ich verstehe. Ich muss den ganzen Kühlschrank mal damit füllen. Ich hab überlegt, ob ich mit Oma rede von Rainys und vielleicht mal frage, ob ich die vergünstigt bekomme, weißt du? Okay. Und dass du den ganzen Kühlschrank mal aufs Prunk haben dann. Also den halten. Aha. Okay. So. Das hier ist dein Platz. Da kannst du schön auf den Steeg gucken, okay? Ja. Ähm. Ja? Der hier? Ja. Ja. Der ist aber so ziemlich weit an der Kante, ne? Ähm. Okay. Dann rück ihn dir zurück. Ich hoffe, die sind wirklich fest. Äh, ja. Das, ähm. Könntest du mal kurz auf die Seite gehen? Ja, natürlich. Ah ja, gut. Wir können das doch auch auf den Boden setzen, weil das ist doch Glas. Wir können auch durch das Glas gucken. Ja, dann lass uns doch einfach vor dem Boden. Oh. So, warte mal. Mhm. So. Was? Oh. Hi. Hey. Na? Jetzt, ähm. Larry? Larry. Jetzt mal ganz kurz von dem Stress weg. Ja. Oh, hallo, Shannon. Hey. Wie geht's dir? Was geistert dir momentan so durch den Kopf? Hm. Ja, eigentlich nur dieser ganze Stress gerade. Okay. Die Grafiken, die ich noch nicht fertig hab, aber ansonsten läuft eigentlich alles gut. Das freut mich. Okay. Sehr gut sogar. Ja. Den empfinde ich auch so. Also, naja. Den Stress mit dem Grafiken, äh, den hab ich jetzt nicht, aber... Hm. Aber das Konto ist wieder aufgeführt und das war so, dass... Weißt du, wenn ich mal für längere Zeit weg bin, ich möchte einfach, dass die Miete gesichert ist und sowas alles. Ja. Ja. Ja, dienstlich. Ich bin jetzt momentan... Das war jetzt die letzten Tage. Es war schon ganz gut, dass ich hier ein bisschen was gemacht hab. Konnte ich das Konto zumindest auch mal ein bisschen auffrischen, aber ich muss natürlich auch einige Sachen. Jetzt hier die Reparaturen von Ellie. Unsere Unternehmung bei Woods. Aber hey... Hat es was gekostet? Ah, natürlich. Ja, ganz umsonst ist es natürlich nicht. Ach so. Aber das wusste ich gar nicht. Das, äh... Ja. Da regle ich noch. Okay. Weil die ursprüngliche Preisangabe entspricht nicht dem, was im Endeffekt in der Rechnung stand. Und, äh... Oh. Das ist fast das Doppelte gewesen. Deswegen, ähm... Ja, hab ich mit Woods, bin ich aber noch in Kontakt. Hab ihn geschrieben. Aber irgendwie ist ja genauso schwer zu erreichen, wie ich in letzter Zeit. Tja. Oh. Brauchst du Hilfe? Ich meine, ich hab doch auch davon profitiert. Ich kann ja was dazu geben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das war mein Abend für dich, Ari. Spontan, aber für dich. Ja, aber ich... Ari, lass mich doch was dazu legen. Bitte. Hm, nein. Du legst ja schon an das hier 30 hinzu. Du hast gesagt mit der Miete. Schau mal, eigentlich bin ich dir noch den März schuldig. Ja. Ja. Und den April muss ich dir jetzt... Dann gebe ich dir jetzt noch. Du kannst es körperlich abbezahlen. Wo ist das mal so schön? Nee, aber ähm... Du solltest trotzdem lernen, auf Sachen von mir anzunehmen. Ja, natürlich. Aber... Aber das... Verstehe... Das war ja eigentlich eine Überraschung für dich. Und da... Das war extra für mich. Das war extra so spontan von mir für dich. Und da... Bleib mal sitzen. Da will ich dir den Preis nicht nennen. Das ist so ein Ding, da will ich nicht übers Geld reden. Bleib ruhig sitzen. Bleib ruhig sitzen. Oh. Dann setze ich mich. Ach. Ich habe heute ein wenig, ähm... Hartschmerzen. Oh. Das kriege ich mit dem Massage leider nicht weg. Ja, ne. Aber ich hoffe, ich habe mich nicht allzu komisch an. Ne, ähm... Weil Chumas Spiel ist so schön von dir aus. So viele Erinnerungen. Ja. Ach, ich fand... Weißt du was? Was denn? Ich habe überlegt, wenn ich dir irgendwie geschäftlich helfen kann... Also wirklich helfen kann. Wo ich wirklich was machen kann. Ja. Vielleicht ungenutzte Talente schlummern. Boah, naja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber... Dann würde ich das tun. Und würde den Job aufgeben. Was? Nein. Nein, nein, nein. So, dass ich mit... So, dass ich mit dir zusammen hier irgendwas hochziehe. Nein. Das... Damit wir... Nein, aber... Nein. Damit wir hier mal so ein schönes Heim wie hier vielleicht mal haben können. Ein, ich fühle mich wohl... Verstehe mich nicht falsch. Ich fühle mich wohl im Esti. Und ich liebe es, die Uniform wiederzutragen. Aber das war einfach nur so mal... Naja, das solltest du wissen, wenn du irgendwas vorhast. Und wenn ich da wirklich tatkräftig unterstützen kann, dann mache ich das. Oh, Entschuldigung. Oh. Bisschen Muskelkater? Ja, streck dich. Ja, bisschen. Nein, der ist wirklich alles okay. Es... Nein. Außerdem guck doch mal. Jetzt nehmen wir mal an, das hier wird uns gehören, ja? Mhm. Mhm. Das ist das, was ich immer wollte, als ich hier hingekommen bin. Das weißt du ja. 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 Und dann? Wie und dann? Dann gibt's noch viele... Ich weiß nicht. Was passiert, wenn man alles hat, was man will? Ich glaube nicht, dass man alles hat, was man will. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich weiß nicht. Guck mal, ich liebe unsere Wohnung. Ja. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mit sowas zufrieden bin. Das Einzige, was ich möchte ist, ich wollte die ganze Zeit generell in Tapeten wechseln, weil ich mich gefühlt habe, als würde ich irgendwie auf die Stelle treten. Ich kann's nicht beschreiben. Ich brauchte irgendwas Neues. Ja. Verstehe ich. Naja, hab ich halt einen weißen Streifen auf mein Auto gemacht. Das reicht zum ersten Mal. Aber, ähm, keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte eine ganz seltsame Phase in der letzten Zeit. Okay. Ich wollte einfach irgendeine Veränderung haben. Ich verstehe. Naja, weißt du? Ich finde es eigentlich, ähm, seit unserem, äh, seit unserer Differenz, das, äh, finde ich harmoniert, das alles sehr gut. Ja, finde ich auch. Und ich fühle mich wirklich sehr wohl. Momentan habe ich manchmal ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil, naja, ich habe mir gedacht, weißt du, auf der einen Seite muss ich natürlich im Dienst auch wieder was machen, damit ich mir ein bisschen Geld verdiene, damit mein Konto wie sich auch da ein bisschen füllt. Auf der anderen Seite bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt. Ich würde gerne mit dir was machen. Und das meine ich jetzt so, wie ich das sage. Ja, also ich fühle mich nicht verpflichtet, äh, mit dir was zu machen, sondern ich würde gerne was mit dir machen. Aber, äh, das eine ist, ähm, naja, das eine und das andere ist, ne, ich versuche momentan so den, äh, eine vernünftige Gratwanderung zu machen. Und hoffe, dass ich dir damit, ähm, naja, nicht zu wenig da bin. Ich meine, okay, abgesehen davon, dass ich natürlich jetzt viel in, in, in Phoenix noch war, aber das soll ja kein Dauerzustand sein. Dann bin ich ja auch wieder oft hier. Dann bin ich ja, wie eigentlich meine Regelmäßigkeit, du solltest ja hier auch wieder bald da sein. Und, äh, dann wird das ja auch so oder so wieder ein bisschen besser. Alles gut, Larry, ich hab mir ja, ich hab mir doch ein Larry-Kissen gebaut. Oh, okay. Ja, du solltest nur die T-Shirts, die ich dafür nutze, wirklich, ähm, auch anziehen, weil das riecht natürlich gar nicht mehr nach dir, wenn die gewaschen sind. Ja, dann kannst du mir ja einen T-Shirt-Trageauftrag geben. Dann ziehe ich das immer an, nachts, äh, oder wenn ich ins Bett gehe, okay? Okay. Ist doch ein Deal. Ich wusste, worauf ich mich einlasse bei dir, Larry. Ich weiß ja, dass du wenig Zeit hast. Ich bin doch manchmal so ein bisschen weinerlich, ich weiß nicht. Wenn ich irgendwelche Sachen hab, die ich unbedingt mit dir teilen will, und ich weiß, dass ich dich nicht anrufen kann. Warte gerade im Dienstbus. Ah, das krieg ich schon noch hin. Ah, aber das kannst du ja, das kannst du ja mal, du kannst mich ja normalerweise anrufen, aber dann, so wie letztes Mal hab ich, dann hat's halt gerade, das war, es kommt vor, dann hat's gerade nicht gepasst, weil ich gerade nur im Gespräch war. Aber das sag ich dir ja dann. Aber ansonsten kannst du mich doch immer anrufen, das ist doch kein Problem. Oder auch anschreiben. Das kriegen wir doch hin. Wenn ich jetzt nicht gerade irgendwo in einem Gespräch bin dienstlich, dann, äh, bespricht nichts dagegen, dass man telefoniert. Ja, trotzdem. Du musst doch lernen zu sagen, wenn ich mich mal zurückhalten soll. Ich kann nämlich sehr anhänglich sein. Das weißt du. Ja, das weiß ich. Ich will dich manchmal ja gar nicht aus dem Haus lassen. Hm. Ah, manchmal will ich auch gar nicht aus dem Haus. Ja, und dann stell dich mir einfach vor, da ist irgendwo eine Frau, die wird vielleicht gerade irgendwo reingezogen, und du hättest an der Stelle sein können, an der du eher hilfst, und ich hab dich dann zu Hause gehalten. Das stell ich mir dann immer vor, und dann fällt es mir leichter, dich gehen zu lassen. Ach so. Ja. Hm. Das finde ich, äh... Ja, wenn dir diese Strategie so hilft. Ja. Okay. Harry? Harry? Wollen wir mal die schöne Aussicht hier weiter genießen, und wollen wir mal was essen? Ja. Mir knurrt schon der Magen. Gerne. Ähm... Hey, also pass auf. Ja. Die Käseplatte ist ja wie eine Schnecke aufgebaut, von außen nach innen. Von den mildesten Käsesorten geht es dann aber, je weiter wir nach innen essen, immer mehr zu den strengeren Sorten. Mhm. Hat ja den Grund, damit die strengeren Sorten nicht diesen tollen Geschmack der milderen dann übertünchen und man eben gar nichts mehr schmeckt. Ja. So. Jetzt ist die große Frage, ich hab mich da einfach mal in ein unbekanntes Gefilde gewagt. Magst du eigentlich Käse? Ja, ich mag Käse. Okay. Ich vertrage auch Käse. Okay. Okay. Ich liebe Käse. So, ja. Okay. Ah. Die ist nur so ein bisschen... Die nehmen wir dann einfach... Ja. Die kann man auf jeden Fall... Ich würd sagen, die... Weißt du, ich hab vor, dass wir die zu Hause... Also, ich hab ja auch eine mit, ja? Oh mein Gott. Okay, ja. Ja, ja. Ja, ja. Die nehm ich mir mit. Und dann, äh... Ich würd sagen, dann können wir die zu Hause dann nochmal schön probieren. Was hältst du davon? Ja, das klingt ganz gut. Ja. Und ich kann nicht mit den Weiträumen füllen. Dann geb ich mich jetzt erstmal mit das Prunk zufrieden, um dieses erste Hungergefühl wegzubekommen. Mhm. Mhm. Ja. Äh... Warum gibst du mir jetzt so eine von denen, die ich dir gegeben habe? Achso, ich dachte die... Oh, achso. Ich dachte die zwei wären vielleicht für uns. Nein. Zwei sind für dich. Für alle Fälle. Hey, auf dich. Ja, dann mal Prost. Prost. Auf uns, Harry. Mhm. Auf uns, Harry. Wie lange ist es jetzt schon? Wie lange sind wir jetzt zusammen? Über ein Jahr. Ja, dann überlegen. Das müsste ein Jahr... Und zwei Monate. Zwei Monate, ja. Wow. Ja, da hab ich da vorne gewartet. Auf noch viele weitere ein Jahr und zwei Monate, oder? Ja, auf noch viele weitere, äh... Fünf Monate mit dir, Harry Skinner. Ja. Ich dachte wirklich, du hast in dem Moment beschlossen, dass wir zusammenbleiben. Und ich hätte nichts mehr zu sagen. Naja, irgendwo, äh... Ja, macht man das nicht auch irgendwo? Also irgendwo fasst mir doch einen Entschluss, oder? Ja. Ich find's trotzdem witzig. Ja. Auf den Strauß werde ich auf jeden Fall aufpassen. Das ist eine lustige Erinnerung. Das ist schön. Und deswegen... Deswegen hab ich mein Auto auch nicht verkauft, weil ich denke... Ich hab mir das Auto geholt, weil ich so gefrustet war und unbedingt eine Veränderung wollte. Dann haben mich so viele Leute in Los Santos auf das Nummernschild angesprochen, weil gefühlt ganz los Santos meine kleine Hure schon gefahren hat. Äh... Wow. Entschuldigung, aber... Ich wurde so oft angesprochen, hey, das war mal mein Auto, das war mal mein Auto. Aha. Ähm... Naja, und dann hab ich angefangen mit dem Tuning. Und... Ich weiß nicht, jetzt wäre komisch, wenn ich's jetzt abgeben würde. Jetzt kann ich's nicht mehr. Macht richtig, ne? Macht sehr, sehr... Larry, ich muss dir was erzählen. Oh mein Gott, ich hab ein Foto gemacht. Ja. Und vielleicht steht's doch da. Können wir zum Mirror Park fahren? Ich muss dir was zeigen. Okay, machen wir. Da steht ein getunter Kalahari. Ein getunter Kalahari? Und der sieht so gut aus. Ja. Oh, okay. Na dann. Warum nicht? Lass uns den mal angucken gehen. Ja, dann machen wir das mal. Also willst du hier von dem schönen Platz wieder weg, ja? Der schönste Platz steht vor mir. Es ist egal, ob ich hier so ein großes Haus hab oder irgendwo in der Pampa stehen. Ahhhh. Ach. Ach ja... Ach ja. Ach ja. Komm mal unter dem Schirm, ja. Der war gut. Ja. 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 Gewisse... Gewisse Distanz schafft Sicherheit, richtig? Ich muss wirklich hier aufpassen, wegen meinen Schuhen. Die sind überall so Rillen. Die hängen bleiben nicht, das ist so abgerichtiger. Und die schönen Schuhe, die sehen auch teuer aus. Ja, die passen gut zum Oberteil. Okay. Findest du, es sollte mir noch ein Tattoo machen lassen? Oh, was? Du, ja? Auch so ein kleines wieder. Vielleicht irgendeins, was uns vielleicht ein bisschen verbindet. Ja, dann packe ich mir vielleicht was doch auf meinen rechten Arm. Ich habe noch einen Gutschein. Ich auch. Oh. Ich habe einen Gutschein bei 402 Dollar, warum auch immer. Warte mal. Blazing Tattoo oder wo hast du die? Genau, Blazing Tattoo. Ich habe hier 15% bei Ink Ink. Dann habe ich Blazing Tattoo 15%, Blazing Tattoo 15%. Ich habe noch 30%. Ja, das ist auch ein bisschen. Das wäre es, was? Ach Gott, und ich habe immer noch einen Unikas-Gutschein. Oh mein Gott. Irgendwann, Daryl, wenn wir kriminell sind. Wenn alle Strecke reißen. Ja, irgendwann. Ja, wenn alle Strecke reißen. Dann hole ich mir einfach eine Alley auf Papier. Du wolltest doch letztens wissen, was ich dir verheimlicht habe, oder? Ja. Also, ich habe dir nichts verheimlicht. Ich, ähm... Oh, hier müssen wir mal aufpassen. Ah, ja. Daryl, ich laufe müssen. Dann geh vor. Hier ist die Treppe. Gehst du nicht die Treppe runter? Ja, du bist so wahnsinnig. Ach, ja, ich bin immer noch sportlich hier. Ich habe keine zerbrechlichen Knochen. Außerdem habe ich mich ja abgestützt, ne? Ja, trotzdem. Ähm... Ja, wir haben in der Nacht und Leben Aktion Smiths Auto mit, ähm... Mit einem Brecheisen bearbeitet. Wir haben drauf eingeschraben. Smiths Auto? Ja. Behalts bitte für dich. Ist aber auch schon länger her. War zu heftig gesmüffelt. Ich verstehe das schon. War sehr heftig gesmüffelt. Ja, das konnte man nicht durchgehen lassen. Aber ist wirklich... Ist auch nicht aufgefallen. Alles gut. Geparkt oder was? Es war geparkt, ja. Warum habt ihr das gemacht? War Max sauer? Nein, weil er halt die Scheiße mit Max abgezogen hat. Und danach immer noch... Weißt du noch, du hast ja mit ihm geredet, ne? Hast du mit drauf gehauen? Ja, aber ich hab nichts getroffen. Also ihr... Ich hab nichts getroffen. Was? Zu Barbara, die dann wenigstens die Scheibe getroffen hat. Es war... Du erzählst mir jetzt gerade, dass ihr Sachbeschädigungen gemacht habt, ja? Ja, ich erzähl dir das jetzt, weil du gesagt hast, ich soll keine Geheimnisse bei dir haben. Hm, okay, also... Du wolltest es wissen. Ich hab dir gesagt, bist du sicher? Jetzt... Ach, es ist Smiths Auto. Scheiß drauf. Es ist echt lange her, Larry. Anderthalb Monate oder so. Der einzige Typ auf der Insel, dem ich sowas gönne. Ja. Du weißt, ich mach keinen großen Quatsch. Aber das Auto sei jetzt auch nicht wirklich viel beschädigt aus, weil wir einfach so dumm sind. Hey, Harry. Ja. Das wär doch ein Geschäftsmodell. Was denn? Es gibt doch für die gefrusteten Leute und so, gibt's doch extra solche... Na ja, so Hallen und Häuser, da kann man reingehen und dann gibt es Räume und dann gibt es dann irgendwelche Autos oder Fernseher oder irgendwelche Dinge, die man kaputt schlagen kann. Das kannst du beim ACLS machen. Kostet, glaube ich, 250 Dollar. Habe ich auch schon gemacht. Ach, stimmt. Ich hab's da... Ach, deswegen, ja. Das haben wir mit Fee gemacht, nachdem das mit Brian war. Stimmt, ja. Ach. Ja, vielleicht könnte man sowas selber mal... Ah ja, okay. Aber das geht bestimmt gut. Die Leute sind so unzufrieden. Es tat wirklich sehr gut. Also Fee meinte, sie konnte da wirklich viel Wut rauslassen. Das glaube ich. Hey. Guck mal, was ich noch gekauft habe im Handschuhfall. Oh, scheiße. Warum musst du... Ja, ich bin nur stolz, dass ich jetzt mal wieder einen gültigen habe. Ja, ich hatte auch einen gültigen, aber jetzt nicht mehr. Ja, kannst du mir noch mal das draufhalten? Obwohl du kommen kannst. Ich bin wirklich beeindruckt. Und so... So. Auf geht's! Hey, yo. Ab in den Mirror Park, ja? Ja, jetzt nicht. Dann setz mal deinen Marker hier. Okay. Äh, warte, lass mich mal kurz... Ähm... Warte, warte. So. Ah, ja, ja, ja. Da nehme ich einen Neuer. Ach, der hat ein neues Juwelier aufgemacht, da war ich heute. Aber die Exklusivstücke, die die da haben für Frauen, waren jetzt nicht so der Knaller. Okay. Mhm. Was hast du denn geguckt? Äh, nach Ketten einfach nur. Oh, okay. Okay. Ich wollte eigentlich wieder so ein Set haben, aber, ähm, ja. War auf jeden Fall brechenvoll da drin. Aber die haben für Männer auch ganz viele Exklusivstücke. Ja, und die haben zu Zeiten auch, wo man, äh, ja, wo man auch unter den Lebenden ist. Das war ganz gut. Und deswegen werde ich wahrscheinlich nochmal hingehen und eben silbernes Armband holen. Das war ganz okay. Okay. Ja, dann gönnst du dir sowas, ja? Ach, du magst, ja? Gibt's eigentlich irgendwie mittlerweile wieder neue Klamotten, wo du sagen musst, hey, da muss ich mal wieder zuschlagen? Also, mein Kontakt beim Aphrodonis hat mich vor ungefähr zwei Wochen schon darauf hingewiesen, dass es neue Kleider geben wird. Mit so Blumen an der Seite. Und das sollen so richtig, richtig tolle, schicke Kleider sein. Äh, darauf warte ich noch. Ansonsten bin ich selbst da. Ich bin im Grundstoß. Bittig. Okay. Weil irgendwie wundert mich das, dass der Schrank jetzt immer noch hält nach der alten Zeit. Ach so, ich hab aussortiert. Weil ich hab gesehen, wir treffen uns. Ähm, in zwei Regalen. Ja, langsam hart. Habe ich für Helping Hands schon mal Sachen zusammengepackt und hab geschafft, ein Regal noch freizupacken. Ach, okay. Und jetzt muss ich aber nochmal, ich muss aussortieren. Ja, ich glaube, ich kann aber auch so zwei, drei, vier Sachen auch aussortieren, weil irgendwie... Wer jetzt wirklich... Naja, zwei, drei, mehr nicht. Aber das Problem ist einfach... Ich weiß nicht, ich hab da letztes Mal, äh, hab ich mir schon gedacht, ob da wohl was von Motten zerfressen wurde, aber... Oh. Aber ich hab sonst keine entdeckt da drin, Gott sei Dank. Ziehst du irgendwann mal wieder für mich dieses Outfit an, das du im Stadtpark anhattest damals? Äh... Als ich dich das erste Mal ohne Hut gesehen hab. Äh, ich weiß, welches du meinst. Du hast das aus wie ein Krimineller. Da muss ich mal, äh, mit Kowalski sprechen. Äh, die Hose und so weiter, das gehörte zur Undercover-Ausstattung. Oh! Ah, das wusste ich nicht, Entschuldigung. Aber ich find das gut. Ich halt das schon gerne... Also ich hab sowas ähnliches... Naja, mal gucken, vielleicht finden wir sowas einfaches. Vielleicht finden wir die Klamotten auch, ähm... Ja, ich glaub, sowas ähnliches hast du auch, aber... Gibt es irgendwas, das du dir noch wünschst? Außer einen weißen Hut. Irgendwas, womit man dir eine Freude machen kann. Hm. Das ist eine gute Frage. Ich will Sandy Chance wieder. Nein. Ähm... Ja, heute hat Herr Weiß nämlich gesagt zu Herrn Kowalski, äh, wenn Sie sich diese Träne jetzt nicht ins Gesicht malen lassen, dann bekommt Herr Skinner, ähm, das ist die. Und dann hat er die ganze Zeit gesagt, und dann werden da überall von, äh, da habe ich erst nichts gesagt, da meinte er, da werden überall Bilder von Frau Banzink, wie sie sich, ähm, auf seinem Auto räkelt. Da hat er gesagt, ja, Herr Kowalski, Sie sollten sich auf keinen Fall diese Träne, also das sollten Sie wirklich nie machen. Hören Sie nicht auf den Herr Weiß. Naja. Ja, okay, ich verstehe schon, mhm. Also ich wäre dafür. Ach, ich mag Herr Kowalski, der macht das bestimmt schon alles gut. Ja, der macht das, ich mag Kowalski auch, und, ähm, er macht auch einen guten Job. Ja. Ha, wenn man es genau nimmt, er ging ja auch durch meine Hand, äh, ja. Ach, Leli. Aber dafür hast du doch jetzt weniger Stress, oder? Ja, das habe ich, das ist richtig. Und Kowalski macht wirklich, nein, aber ernsthaft, Kowalski macht einen guten Job. Und er ist auch, er ist einfach, er hat sich auch unglaublich entwickelt, also, ja, guter Mann. Ja, ist wirklich sehr lieb. Für den würde ich auch jederzeit, ja, da würde ich auch immer einspringen, wenn irgendwas sein sollte. Ach, ich glaube, ich muss noch ganz den pinken Lel. Scheiße, ich war schon weg. Hä? Was war das denn jetzt? Ghostwire Tokyo, yay. Ghostwire Tokyo. Boah, das Gespräch mit Max, ne? Ich habe so, ähm, ist genau heute so super, super süß zu Ariane, ne? So, jetzt hoffe ich, dass wir wieder rein... Ich sehe gerade aber nicht, das weiß, glaube ich, nur ich. Ich glaube, das war nur ich jetzt gerade. Ey, vernünftig Gang. Ariane ist immer noch Team vernünftig Gang. Guck, was sie für ihre Freunde macht, was sie für Max macht. Max, ey. Also, möchtest du richtig schön niedermachen im Chat? Damit ich gut, da stehe ich wieder. Nein. Äh, RP, da geht... Genau, genau. Ach, guck mal, meine Mods, ey. Es gibt ein Ausrufezeichen Lucky Five bei uns. Ich bin, ich bin wirklich, ich liebe meine Mods. Ganz toll, ganz toll. Und so, hier ist sogar noch der Katalog auf dem Handy. Auch wir müssen zum Anwalt. Ich muss mich gerade auch noch zum Anwalt. Und ja... Auf so einen RP freue ich mich tatsächlich auch, den Anwalt zu sagen, was wir brauchen. Und dann mal gucken, wie das dann umgesetzt wird. Und wie viel das am Ende dann kosten wird. Aber das sind nur zwei, drei Sätze. Das könnte man theoretisch auch selber schreiben, aber ja. Ah, genau, es gibt ein Clip-Command. Eloi loben, danke schön. Und Soramola loben, da habe ich es nämlich gesehen und fand das sehr gut. Auch nochmal Credits geben. Eloi, danke schön, vielen, vielen Dank. Du geile. Oh, genau. Hmmmm... Howdy? Howdy, ja ich musste bis zum Ende des Winewood-Bulvars laufen, äh, um eine Schlette zu finden, Entschuldigung, ich stehe hier bei diesem Pizzaladen. Ah, okay, dann komm ich, ja ich komm gleich hoch. Okay, bis gleich. Ja. Ich muss immer den Müll schenken, ich finde das immer voll interessant. Als sie diesen Müll bei uns entdeckt hat, diesen Riesenmüll, das war schon ganz cool. Ach, ich mag Ariane mit der Frisur. Mit der mag ich sie wirklich am allerliebsten, die steht hier einfach am besten. So, er versteht mich heute aber gut, auch wenn ich mit Ariane Stimme rede, ne, bin ich ja immer so ein bisschen leiser. Tino steht Ariane am besten, finde ich. Ey, wie ihr mittlerweile aber auch schon alle die Frisuren könnt, ne. Voll geil. Sag mal, hab ich das jetzt richtig gesagt, das Ende vom Winewood-Bulvar, ne, bei dem Pizzading? Da ist er ja. Ähm. Sag halt, aus, wie wir verfolgt werden. Ähm. 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 Hat er Ariane gesehen? Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen? Ähm. Ähm. Ach, er war gerade aber sehr süß zu dir. Zehre davon. Zehre davon. Zehre davon. Ähm. 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 ja du bist bei mir vorbeigefahren die gewunken hat auf der anderen straßenseite fahr den gleichen weg einfach nochmal zurück ich stehe hier ok ok ich wollte noch anfahren aber es ja ich wollte nur anfahren rechts ist aber gar nicht viel los also von dem her ja ich hätte jetzt was noch ein unfall gehabt hier beim zurückfahren ehrlich er vor mir vor ist somit mit ihm beziehungsweise nicht sie vor sondern ein männlicher fahrer und naja immer gegen den seinen blinkern nicht dann wollten die rechts ran von ich war auf der rechten spur dann fährt darüber und ich dann fremste und ich konnte gerade noch ich kann selbst gerade noch müssen ach du scheiße ja alles gut gegangen ja alles gut gegangen alles okay und bei dir ja alles gut gegangen der ist nichts in die hose gegangen jetzt hier rechts auf dem parkplatz da hat er steht da steht ja so cool auch die sitze und alles der hat sogar oben knopfe auf den man drücken kann echt aber die farbe oder es ist so vanille einfach was ist denn nicht also hinten die ladefläche ist aber noch mal anders ne das ist der schattenwurf okay weil die farbe ist aber hier ist also ich finde das gar nicht schlecht so obendrauf dann kann man noch mehr platz rausholen hinten im kofferraum ja aber die die sitze sind definitiv auch nicht so wie unsere oder oder bin ich mir gar nicht so sicher ich weiß es nicht ich mag das mit dem mit dem schwarz und mit diesem vanilleton das sieht wirklich ganz cool ja das sieht cool aus ja auch vorne so dieser dieser stoßfänge das ist wirklich cool dachte ich zeig dir das mal ich glaube ich muss wirklich mal mit einem mit zusi da hinfahren ja also keine harry ich weiß okay ja alles was du sagst nur die sachen die ich großzügig überhöre die merke ich mir nicht ist das so das ist so okay ja das ist aber echt eine gute idee das ist richtig cool ich muss dir recht geben das sieht echt gut aus auch die schwarzen spiegel noch ist immer so ein schöner kontrast also da hat sich auf jeden fall jemand dabei was gedacht also ja ich habe ja meine sachen alle bei hot rob machen lassen habe da jetzt nie probleme gehabt und die sind immer alle ganz nett weiß ich in der stadt das ist für alles so eher so modern weißt du und in palito die gefallen mir auf jeden fall besser ja deswegen ich mag den norden ein friß unkomplizierter ja das stimmt ja larry larry müde jetzt wo ich das digital den sie ja wir müssen unbedingt nächste woche ähm vielleicht oder übernächste woche wir müssen das mal angehen was denn ich muss den leuten mal mein fach müssen beibringen überhüte achso ja ähm gut ich habe nämlich auch schon den perfekten platz dafür damit da müsste ich nur kurz mit dem opi noch reden da ist nämlich ähm am eingang rechts ein großer kamin mit so einem richtig schwarzen geilen ledersessel ja den kenne ich und da setzt du dich dann mit dem whisky hin und erzählst das ist eine gute idee also das ist der perfekte platz ja du kennst das opi sowieso besser als ich wobei der mir vorher noch nie aufgefallen ist tatsächlich ja also es kann auch sein dass sie da was noch neu äh also interieur noch ein bisschen neu nach gesteuert haben aber ich glaube aber den gab es vorher meine ich auch schon ja und ey den keller den kennst du auch oder ja klar da habe ich dir gezeigt richtig äh ja ganz gut das kleine geheimnis im opi genau genau ja 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 schönemann ja 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 ich habe nur eine kleine hiebsbotschaft okay ich und danach sage ich ja danach wird es wieder besser okay hau raus ich werde morgen früh nochmal nach phoenix fliegen okay und ich bin dann am donnerstag wieder zurück am donnerstag ja da müsste ich auf jeden fall wieder zurück sein okay ja ja also ich werde ein paar tage nicht da sein ähm ja wir überlegen gerade naja meine ma sie war ja auch ich meine du warst ja auch da es ist ja noch die überlegung da ob er jetzt zumindest von den pferden ich meine die ranch soll bleiben und auch ein paar pferde sollen bleiben aber es sind echt zu viele mittlerweile und wir überlegen paar zu verkaufen naja da würde ich dann natürlich unterstützen und helfen ja macht das ich bin auch im überlegen ob ich vielleicht irgendwie ein paar tage einfach mal weg war du kannst ja mitkommen kannst ja mit und ich meine aber naja das müsste ich spontan entscheiden weil ich weiß jetzt nicht wie das mit max und gerard da was da jetzt gleich noch bei rauskommt weißt du ja das stimmt auch wieder und für den laden würde ich ja weißt du dass ich noch eine fette hotelrechnung im nachhinein bekommen habe wegen dein äh wegen den bauchschmerzen nein wegen der minibar die du geblündert hast in new york hotel ach das meinst du ja ich wollte mir einfach ein paar gedanken weg trinken und ein bisschen spaß haben ja den hatten wir oh ja den hatten wir und vor allem dort konntest du deinem steinen shopping gelisten wieder richtig ja frönen deswegen habe ich gefragt ob sie ja nicht mehr was es denn hier schon für updates gibt aber ich glaube jetzt hast du wahrscheinlich das zeug in da in new york schon gekauft das dauert erstmal das dauert erstmal hier hast du nicht zwei jahre bis diese klamotten hier ankommen und dann modern sind die hast du jetzt schon hast du nicht in den schrank geguckt siehst du da irgendwo die neuen klamotten ich habe die scheiß tüte im hotel vergessen ich habe auch schon angerufen aber ne hast du nicht keine tüte mehr da ne hast du nicht doch ich habe die klamotten nicht mitgenommen ich habe sie vergessen ja dann ruf ich da an dann sollen die das schicken wie kannst du wie kannst du deine tüte vergessen die ich weiß es nicht das sind klamotten ich war einfach die ganze zeit wie weiß ich nicht wie wie glücksgetrunken bist du eri ja bin ich mit der richtigen hallo ja entschuldigung ich hatte vielleicht nur augen für dich da waren mir sogar klamotten egal aber jetzt würdest du doch gerne wieder haben verdammt bist du gut das ist die einzige die aber ich bin sprachlos ja scheiße was ich kümmere mich drum ja bitte ja also das war dieses schwarze das war dieses schwarze Minikleid der kurze Jeansrock die Sportschuhe meine Manolo Blanis und dann dieser lange Mantel hinten der so ein bisschen die Schleppe hatte und dann dieses Kleid für 2500 Dollar das gleiche haben die im Afrodonis ich habe sie trotzdem aus New York geholt in schwarz ja ich glaube das war es ja vielleicht und was ist mit dem ganzen Accessoires ja stimmt die Armbänder die Schleife ja nein nein oh diese kleine ich habe eigentlich alle Ketten die es da gibt gefüllt okay wow was ist deine Lieblingsfarbe meine Lieblingsfarbe ja hey Sherry was ist meine Lieblingsfarbe scheiße wir haben die gleiche Lieblingsfarbe okay naja okay liebes du hä 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 presentliches Auto Auto reinbeißen. Das sieht so lecker aus. Fühlst du das auch? Ein Cookie-Auto? Sozusagen? So ein Vanilleshake. Ja, oder ein Cookie. Ich weiß es nicht. Das ist das leckerste Auto, das ich jemals in der Santa's gesehen habe. Ich glaube, ich muss wirklich... Aber das bringt mich wirklich auf Ideen. Da bin ich mal gespannt, was da noch so geht. Bin ich auch. Ich frage mich, ob man wirklich das Dach irgendwie abnehmen lassen kann. Na ja. Hey. Soll ich mich damit mal ausprobieren hier? Make-up? Nee, das würde ich niemals machen. Oh Gott. Ach, wieso so ein bisschen Kajal? Kann schon gut aussehen. Na ja, wenn Vlad wieder da ist, dann vielleicht. Hey. Ja? Ich würde gerne mit dir zusammen mal wieder irgendwo hingehen. Da, wo viele Leute sind. Einfach als Paar. Ja, klar. Das ist der Gegenverkehr, du Dödel. Ich meine, sehr gerne. Jederzeit. Irgendwie haben wir das gar nicht mehr gemacht. Und wir machen das nur super selten. Hä? Wir waren ja erst bei dem Event. Stimmt, das ja. Aber sonst... Und da musste ich mit laut... Da musste ich laut halt meine Gefühle rausschreien. Was ja erst ein bisschen peinlich war. Ich weiß, ich bin immer noch ein bisschen peinlich berührt. Ja. So schlimm, ja. Ich bin schon wieder pinken, Larry. Ja, dann kein Problem. Ich halte meine Hände. Was ist denn hier auf einmal los? Hey. Das sind die New Yorker mit denen. Ich denke so, hä? Aber Ariane hat ja gar keine Klamotten mitgebracht. Also das war, glaube ich, ganz gut gelöst. Oder? Ja, ich habe die Tasche da vergessen. So einfach so, hä? Scheiße, wie mache ich das jetzt? Oh, ich habe noch nichts gegessen. Zwei so Weinussstückchen und ein Y-Food. Ich glaube, ich koche noch irgendwie was. Moment. Boah, ich bin ansonsten was Kreativität angeht. Heute eigentlich nicht so gut. Wirklich nicht so gut. Die East-Zeit ist einfach voller Abstürzen. Ja, irgendwie. Das meinte Dennis ja mit dieser Brücke. Aber gerade das war ja Weinwood. Der Weinwood Boulevard. Easy peasy. Vielen, vielen Dank für vier Monate. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Geht ja immer ganz schnell. Ich sage euch Omega mit Skinner, aber ich kann es nicht streben. und er ist zu der Zeit nicht online. Das wäre aber cool. Ich hoffe, es ist ein zartes Bläschen. Ich hoffe, es ist die Blase und nicht mein Bauch. Oh je, ich wünsche dir das nicht. So, Larry, was ist denn jetzt, jetzt wirklich, aber dein Lieblingsessen? Was ist denn das Santa's am meisten? Tja, das ist eine Frage, wow. Eher gebacken? Also mein Lieblingsgetränk ist ja ein Whisky. Ich trinke gern, ja, Sprunk, aber so, ansonsten trinke ich ja gerne auch mal ein Whisky. Für die besonderen Momente. Ja, da haben wir es immer noch in dem Schrank, ja. Aber du weißt ja, er muss schön, äh... Torfig sein. Genau. Man soll irgendwie das Graben ausschmecken? Ich weiß es nicht. Ja, genau, man muss quasi, äh... Wie aus einem Graf. Okay, wie aus einem Graf. Ja. Beim Essen, na ja. Das ist schwierig manchmal, ich meine... Hm. Ich liebe Sparibs. Sparibs, okay. Und zwar im OP. Ich habe ja mal gelernt, die Dinger zu machen, aber... Naja, ob die jetzt noch so... Ich kriege die... Ich meine, ich habe die schon lange nicht mehr gemacht. Ob ich die jetzt noch mal so hinbekomme, ich weiß es nicht. Aber hey, pass auf. Wir können jetzt abends... Ja? Dieser Chili-Cheese. Ich liebe alles, was irgendwo Chili-Cheese hat und, äh... Calabangos. Okay, aber was ist, wenn du dann wieder deine Bauchschmerzen kriegst und ganz loszantos eine riesige Toilette wird? Naja, weißt du, ich, ich, ähm, vertrete die Ansicht, dass, ähm... Äh, wenn ich da schon eine Schwäche oder ein Leiden habe deswegen, dann muss ich das Ganze erst mal, ähm, ja, konfrontieren damit. Und, äh, so lange konfrontieren damit. Ja, bis der Magen sagt, okay, jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Okay, du willst ja so die Magensäure weg ätzen. Sozusagen. Okay, werde ich mir merken. Ja, vielleicht können wir wirklich irgendwann einfach ins Obi gehen. Mir ist jetzt da wieder gefallen, also ist eine sehr schöne Stimmung da drin. Ja, äh, wäre ich gern wieder da. Gibt's denn, wie ist Bronco immer noch da? Hast du die mal wieder gesehen? Äh, nee, da war eine Dame tatsächlich, aber ich glaube, sie hat nun bedient. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ja. Ob Fia noch da ist? Es sind irgendwie, habe ich das Gefühl, so viele Leute gegangen. Also Fia weiß ich nur, dass sie, äh, ich glaube, bei Rockford Hills, bei diesem Friseur, noch gearbeitet hat. Ich glaube, ihr gehört sogar in den Salonen. Ähm, ja, das kann sein, ja. Ja. Und, äh, bei den anderen, ich bin mir nicht sicher. Aber wenn das Obi auf hat, dann würde ich beim nächsten Mal sowieso noch mal einmal rüber gehen und vielleicht immer hin und her switchen. Die haben Kellner gesucht, da habe ich kurz überlegt, aber ich mache halt ein bisschen zu viel, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, ähm, du bist doch jetzt ganz gut ausgelastet mit deinen, äh, Projekten hier. Ja, bin ich. Ähm. Ja, aber du, Larry, du würdest deinen Job nicht für mich aufgeben, oder? Also wenn wir wirklich... Weil ich würde das niemals von dir verlangen und ich weiß nicht, wieso das gerade gesagt hast. Nein, ich habe, du, ich habe nicht gesagt, dass du irgendwas verlangst. Nein, ich habe, das kam aus freien Stücken, das meine ich so, wie ich sage. Nein, das habe ich auch so verstanden. Ich will nur nicht, dass, ich würde das nicht wollen. Ich sehe doch, wie du darin aufgehst. Wieder. Du bist nicht mehr so knauserig. Ist doch so, ja. Du warst eine ganze Zeit lang echt knauserig. Ich glaube, ich war ein bisschen verbittert einfach und nur mit der Situation... Naja, ganz ehrlich, ich kam lange nicht damit klar. Wieder als Rekrut so abgestempelt zu werden und dann... Auf der einen Seite war das für mich eine... Ich habe das immer als Demütigung empfunden. Kann ich nachvollziehen, ja. Aber du hast dich hochgekämpft. Ja. Wieder. Gott sei Dank, eigentlich mit guter Hilfe, dank dir. Dank Kowalski. Und dank den anderen alten Leuten hier. Johnson. Sogar Tanaka. Du hast eine große Familie hier. Ja, das stimmt irgendwo schon, ja. Eigentlich bin ich da schon sehr dankbar. Aber nichtsdestotrotz, wenn jetzt irgendwie ein cooler... Wenn jetzt wirklich du eine gute Idee hast und wenn ich dir da irgendwo behilflich sein könnte und ich mich da irgendwo auch einfinden könnte... Ideen habe ich immer. Ich würde es sofort tun. Aber die Frage ist, ob man das darf. Auch mit den Grafiken hatte ich ja erst dich gefragt und dann dachte ich, okay, ist halt doch ein bisschen problematisch, weil... Du müsstest das halt anmelden. Ich will das nicht am DOL vorbeimachen, weil da riskiere ich natürlich auch meinen Freelancer-Status. Nee, natürlich. Ich sag doch gerade, dann würde ich den Job aufgeben und würde mir am DOL das anmelden. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Außerdem, wenn, dann muss es Platt Uts sein. Ja. Dann sehe ich es. Dann gut, das wäre... Wow. Das wäre wirklich ein... Hm. Manchmal eine Option, die ich durchaus ziehen würde. Oh. Ach, das geht halt. Dann gibt es da hier ein paar unangenehme Gespräche. Ach, du bleibst noch hier, ja? Ähm, ja. So ein tolles Auto davon. Oh ja, oder? Schau mal. Komm, wir gehen deinen Nummer-Chill auch die Tage schwarz machen. Ich gebe dir einen aus. Okay. Würdest du das von mir annehmen? Ja, das würde ich von dir an. Okay, dann machen wir das. Damit ich nicht Eifer bekomme. Mhm. Kommst du noch mit? Ich komme doch mit und bring dich vor, ja. Danke. Gerade wenn wir so beikommen, dann... Alles gut, die, ähm, würden uns nie was tun. Ich weiß. Trotzdem gehe ich auf Nummer sicher. Harry, danke schön. Das war ein schöner... Schöner Abend. Zurück in die Höhle des Löwen, hm? Ja, mit unangenehmen Gesprächen ist gleich. Soll ich dir mal was sagen? Dann kommst du nachher einfach wieder. Nimmst das Öl, vergisst das Öl nicht. Mhm. Und dann? Ja. Weil dann, dann... Spätestens dann wirst du dir Vorwürfe machen, dass du nicht nur früher nach Hause gekommen bist. Da bin ich mal gespannt, Herr Skinner. Okay. Also dann... Kannst du vielleicht meine Käseplatte auch mitnehmen und auch in den Kühlschrank tun? Ja, klar. Ja. Ja. Dann... Bis nachher. Und, äh... Hey, Harry, hab einen schönen Abend. Ich versuche es. Hey. Ich warte auf. Bis gleich. Ja. Gute Nacht dann schon mal, aber ich erfahre vorsichtig, ja? Mach ich. Okay. Bis gleich, mein Volker. Hübsche Lady. Haudi. War es eine tolle Frau? Oh, ich hoffe, das haben Sie jetzt gehört. Wie nennt man das? Ja. Ja. Oh, tschuldigung. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Wir machen auch gleich zu. Ja. Oh. Ja, ich habe auch einen Anruf bekommen. Echt? Ja, von Max. Ja. Wegen gleich Treffen. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe gerade mit Lia geredet. Ja. Und es war auch ein sehr komisches Gespräch. Ja? Weil sie hat mich nicht ausreden lassen und hat die ganze Zeit gefragt, welche Beweise wir hätten und so. Ich verstehe nicht, was Lia damit zu tun hat. Und sie hat dann halt gesagt, also sie findet das richtig schlimm, also mir sollte bewusst sein, was ich aufs Spiel setze, wenn ich die jetzt beschuldige. Ja, man kann das ja alles aus der Welt schaffen, wenn man einfach nur redet. Dass ich später dann nicht meine Freunde dadurch verliere. Das ist ja wie Manipulation. Das hört sich richtig an, wie Manipulation. Dass ich aufhören soll, meine Familie da so gefühlt zu verraten. Was? Langsam werde ich aber ein bisschen wütend, Gerhard. Ja, ich soll aufhören, die zu beschuldigen und das würden die auch niemals tun. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe auch gesagt, ich will das nicht. So, weißt du, ich will es dir nicht. Ja, wir versuchen das ja gerade aus dem Weg zu schaffen alles. Und sie hat dann gesagt, ja, keine Ahnung, dass ich da halt drüber nachdenken soll und warum sollten sie das denn gewesen sein. Dann hat sie das nochmal gehighlightet, dass, wie heißt es, dass ja heute Barbara und Max mit ihrem Laden standen, während dieses rote Auto da bei der Schokoladarie vorbeigeflacht. Ja, aber warum sprechen die das denn auch so krass an, irgendwie? Ich weiß es nicht. Und weil es ja, das ist dann dieses... Nicht wundern, ich schreibe nur nebenbei ein bisschen. Weiß ich nicht, vielleicht Alibi oder ich weiß es nicht. Und Atkins hat halt auch gesagt, er wollte halt gar nicht darüber so reden. Und also Max und Lia, die waren total gechillt. Die waren so, wie waren die, Atkins erzählt, wo ich kenne das, kriege das nicht. Und was meinst du, ist das genau im Laden oder was? Ja, ja, bei Schokoladarie, so, was da so war. Ich hatte ja wieder diesen Anruf bekommen. Aber nee, die sind halt einfach rausgegangen, als ich irgendwie geschützt hatte. Ich hab geschrieben, danke für den schönen Abend, Harry. Trage bitte das beige T-Shirt zu schlafen, damit es noch nach dir riecht. Für Kissendary. Das rote Auto geht da und dann habe ich einen unbekannten Anruf bekommen. Also haben die dich also so gesehen rausgeholt aus der Schokoladarie auf die Straße oder wie? Ich weiß nicht, vielleicht wollte sie uns auch nur zeigen, wie sie es sich vorstellt. Sie hat uns auch gesagt, wie das Event aussehen würde und so. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal Max anrufen und sagen, dass die beiden mal vorbeikommen, dass wir da reden. Ich hoffe einfach, die sind das so nach. Ja, das hoffen wir alle, dass wir nämlich... Ja, eine Sekunde. Vielleicht kannst du mir auch verleihen. Ja, ähm, hättet ihr jetzt Zeit für ein kurzes Gespräch? Wir sind gerade am Stadtpark. Äh, du und Barbara, oder was? Ja. Äh, okay, dann kommen wir runter zum Stadtpark. Okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. Du weißt, ich möchte es ja genauso mal... Okay, Gerald, gehen wir zum Stadtpark? Die sind da. Gut machen wir gleich. Achso, und du wolltest noch was sagen, Atkins? Entschuldigung, Atkins. Achso, ja, nee, nee, nee. Mit dem Anruf halt, den Inhalt des Anrufs sagst, ja, dass ich in zwei bis drei Tagen mitgenommen werde. Ja, und hast du das, diesen Get You-Light? Ja, ja, aber die meinten halt, also ich verstehe es ja, die können nichts machen, das ist eine unbekannte Nummer. Die meinten halt, ich kann mich melden bei so einem Jo und einem Trampolet. Der hat mir auch schon mal geholfen. Mach das auf jeden Fall. Ja, ich weiß halt nicht, ich muss halt trotzdem... Wir müssen abhalten worden, also keine Ahnung. Ähm, Atkins, guck mal, hast du, hast du das Nummernschild sehen können heute? Nein, leider nicht, ich war so... Bring dich nicht in Gefahr, aber versuche trotzdem, wenn du zum Beispiel hinter einer Scheibe bist oder sonst was, versuche das Nummernschild irgendwie zu erkennen. Ja, ich versuche das auf jeden Fall. Oder vielleicht irgendwas am Wagen, was vielleicht so ein bisschen besonders aussieht, vielleicht Tuning oder da ist ein Licht kaputt oder sonst was, irgendwie sowas. Okay. Ich verstehe nicht, du hast doch nichts getan. Ich habe keine Feinde. Du stehst einfach nicht. Ich habe aber, ach ja, bei dem DTU habe ich auf jeden Fall das mit der Vermutung von, dass es vielleicht ein richtig kranker Scherz ist von David und so, habe ich erwähnt auf jeden Fall. Und die meinten halt, die können auch nichts machen, weil es halt erstens eine Vermutung ist und so, aber die meinten halt, ich könnte vielleicht so schon mal sagen, dass ich es bei der DTU erwähnt habe, vielleicht strecken sie ja zurück oder so, aber ich habe danach immer noch einen Anruf bekommen. Also, ganz zum Schluss, ganz zum Schluss, keine Ahnung, geht es halt zur Richterschaft und dann werde ich mal nachfragen, ob die halt auch abchecken können, unsere Telefone mit unseren Telefonlisten und danach abchecken können. Ja, genau, das ist nochmal eine Sache, das könnte man tatsächlich machen. Also, einfach, wenn die, genau, wenn die nichts zu verheimlichen haben, kann ja Max einfach darlegen, was sie gemacht haben. Ich habe mir exakt die Uhrzeiten aufgeschrieben, wann das passiert ist. Ja, aber lass das lieber über den behördlichen Weg gehen. Ja, ja, über den behördlichen Weg würde ich das dann halt gehen lassen. Ja, und damit kann man es ja dann aus der Welt schaffen. Dann sieht man ja, ah, okay, das war überhaupt gar nicht so. Dann ist es gewummt, dann würde ich mich entschuldigen, auf Knien würde ich mich entschuldigen dafür und erklären, wieso ich es so gedacht habe einfach. Jetzt machen die es, also, falls sie es wirklich waren, werden die immer kranker, finde ich so. Also, falls sie es sind. Also, fähle ich halt auch. Ich hatte gerade von jemandem gehört, dass man eventuell ja gucken könnte, wie weit das Auto wann bewegt wurde und sowas. Und da vielleicht nochmal das Auto irgendwie, aber ich weiß nicht, ob das... Nee, das ist schwierig, weil du brauchst den Konto, also... Ey, hat Dennis geradet? Den Meilenstand, oder so. Dennis, ey. Und das ist halt, das Auto ist ja verschwunden. Hallo von deinem Bruder, hey. Ich bin ja gar nicht mehr da. Hey, Rose. Ich glaube, da kommt ihr hier neue Fingers, aber... Ich warte immer noch. Oh, ich hab gar keinen Bock. Und das ist halt das Problem. Gerhard, sollen wir uns dann schon mal einfach nur in der Zeit jetzt schon mal aufmachen? Wir versuchen, was so gut es geht zu klären, ja? Wir lassen euch dann noch hier, ihr könnt dann schließen. Ja, machen wir. Wenn ihr wollt. Und ich hab euch lieb, ihr beide. Ja, ich hab mich lieb. Mache euch keine Sorgen, du hast es nicht verdient. Danke schön. Danke, danke, dass ihr trotzdem so, ja... Ja, natürlich, ich wollte dich ja schützen. Aber ich find gut, dass du da auch jetzt heute da nochmal... Du sagst ja die ganze Zeit die Wahrheit. Und mit der Wahrheit können wir halt auch eher weiter als wenn... Deswegen bin ich guter Dinge, dass sich das auflöst. Ja. Dann lass uns gehen. Ja, fahrt vorsichtig. Ja, machen wir. Das jetzt. Bis dann, ja? Tschüssi. Tschüssi. Schönen Abend auch. Auch so. Gerhard, ich fahre... Lass uns am besten mit einem Auto fahren. Mit... Dann fahren wir mit deinem. Genau, ich hab unten nämlich noch zwei. Von der ist die keine, die dann stehen. Achso, okay. Weil sonst hab ich nämlich gedacht, dass wir eventuell zu mir fahren beide. Und dann steig ich bei dir ein. Aber okay, machen wir so. Nee, wir müssen uns ja jetzt auch ein bisschen noch überlegen. Ja, wie wir das am besten machen. Also, Lia war sehr... Also, war sehr... Also, war sehr neugierig. Ich versteh nicht, was sie damit zu tun hat. Ich hab ihr natürlich jetzt nicht gesagt. Ich... Ja... Oder Wied vielleicht. Aber... Aber David, glaub ich... Einfach nichts. Ich mein, der will mich doch niemals so krass anlügen. Das... Das komische ist, ich hab noch Jo angerufen. Ja? Okay, ja. Und Jo hat mir gesagt, dass er es nicht mehr genau weiß. Aber sie ist aus dem roten Panto ausgestiegen im Stadtpark. Und ich hab mit Ava geredet. Und Ava hat mir zu hundertprozentig gesagt, das war ein Chiborek. Also lügt der auch. Oh nee, nicht Jo. Und wenn er lügt... Und wenn die jetzt... Was ist, wenn die jetzt Ava da mit reinziehen? Wir sagen nicht, dass Ava die gesehen hat, ne? Nee. Weil ich will nicht, dass die jetzt irgendwie da noch Ärger bekommen. Noch irgendwie Ärger bekommen. Aber weißt du dir die Judin, dass Max gesehen wurde da? Hm, nee. Wir müssen das natürlich auch von... Die Sache ist die. Wie soll ich das machen? Wir wissen nicht, ob es Max war. Es spricht aber alles dafür, Gerhard. Also fucking ernst jetzt, ja? Es spricht dafür. David, glaube ich, ist nicht schuldig. Barbara muss mit drin hängen, weil erst mal ihre Reaktion wegen dem Kennzeichen. Und dann waren die ja beide beim PD, wo ich die erwischt hab, wo die da irgendwie meinten, ja, kann der Chiborek eigentlich geklaut werden und so. Was komisch wäre, weil als sie den Chiborek gefunden haben, warum haben die denn dann nicht gesagt, oh gut, ihr habt ihn gefunden, dann können wir ja direkt zur Polizei gehen. Das war denen ja total egal. Ja, es war denen völlig egal. Also ich kann mir da kein... Ich denke, was soll ich... Was soll ich... Wie soll ich mir schönreden? Ich habe mich halt so komisch verhalten. Das ist so... Wie soll ich mir das schönreden? Und Lea hat mir so ein schlechtes Gewissen gemacht. Die hat gesagt, da steht so viel auf dem Spiel und du willst deine Freunde verlieren und das will ich halt auch nicht. Okay, dann werde ich mit Lea auf jeden Fall... Ja, dann werde ich mit Lea auf jeden Fall... Aber das ist wie eine Manipulation. Und ich werde mit Lea auf jeden Fall nicht reden. Ich möchte einfach nur, dass wir das aus der Welt schaffen. Und ich kann mir nicht selber irgendwelche Lügen die ganze Zeit einreden, nur um eine Freundschaft zu rechtfertigen. Es ist leider... Es ist leider nicht bisher vorhanden. Ich will einfach... Weißt du, ich will einfach... Aber ich habe gerade so eine komische... Kennst du das, wenn du jemanden in so einem völlig anderem Licht siehst? Ja. Also wie abgebrüht man einfach sein muss eigentlich. Weißt du was? Wenn die das waren. Ich glaube, ich würde jemanden nicht enttäuschen wollen. Ich würde Max und Barbara nicht enttäuschen wollen. Ich würde da auch irgendwie versuchen rauszukommen. Aber ich würde das nicht so machen, dass die Freundschaft... Weißt du... Es leidet so viel darunter. Es leidet so viel darunter. Es wird lange leiden. Und das will ich nicht. Ich habe halt mit meinen anderen Kollegen gesprochen. Und alle, die haben gesagt, wenn die das sind, brech den Kontakt auf, schmeiß die raus aus dem Laden. Also Freunde brauchst du nicht. Und das will ich nicht, Ariana. Nee, ich will das auch nicht. Aber wie soll man sich auf die Leute verlassen? Weißt du, das ist dann so angeknackst einfach. Und davor habe ich gerade Angst. Ich würde... Ich... Max Dinge verheimlicht. Aber nur, um sie zu schützen. Einfach. Weißt du? Ich finde, Freunde halten zusammen, egal was ist. Ja. Wieso? Wie will sie das alles erklären? Sie wird gleich sagen, ja, die Person lügt dann auch wieder. Was für Grund hätte Ava da zu lügen, Geralt? Nee, wir standen ja alle da. Wir standen ja... Ich stand da. Achso, du hast es auch gesehen. Ich war ja dabei. Ja, dann... Ariane, ich war dabei. Ich war mir nur nicht mehr sicher. Aber Ava hat mir zuhundertprozentig gesagt, das war ein roter Schieborek. Das ist mein Problem. Ich war oben, ich bin mit dem Taxi direkt oben, von Ava da aus, oben, nach oben gefahren. Ich habe die... Ich habe ja auch drei Personen gesehen. Ich bin ganz langsam mit dem Taxi auch. Okay, ich habe nur etwas Helles im Auto gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, ähm... Aber ich habe halt nicht gesehen, wer drin war. Ja, ich habe es aber... Warte, scheiße, wo war das denn? War das hier? Bei dieser... Wo du so links... Wo du von hier aus jetzt so links nach oben fährst, diese Tankstelle. Da bin ich losgefahren, auf mein Auto getankt, da habe ich es ja gesehen. Auf dem Highway. Ja, roter Schieborek. Und ich weiß aber nicht, wer da drin saß. Das konnte ich nicht sehen. Und ich finde das so komisch. Und wieso denn auch noch weitermachen? Das Weitermachen macht aber keinen Sinn. Ja. Das wäre ja einfach nur strutzen dumm. Ja, das heute, aber... Weil Lia hat sich das so angehört, das ist doch dieses Alibi. Wir waren doch alle da. Warum ist da, dass der trotzdem rotes Schieborek dann vorbeigefahren? Aber dann denke ich mir, warum sollte in dem Moment Atkins angerufen werden, plus ein roter Schieborek an der Schokoladerie vorbeifahren? Ja. So, der muss ja andauernd eigentlich gefühlt beobachtet worden sein. Und ich gehe nicht davon aus, dass er die ganze Zeit beobachtet wurde. Ich will meine Freundschaft zwischen uns... Ich will das nicht verlieren, aber es ist keine Freundschaft, wenn es ist... Das hier gerade ist keine Freundschaft. Vor allem dieses... Wir beide gehen uns sehr müde, das irgendwie jetzt auf der Welt zu schaffen. Und auf der anderen Seite wird geblockt und gebockt. Ja, so als wären wir jetzt die Schuldigen. Als wären wir die... David hat mich wenigstens noch angerufen heute, weil sie hat es versucht, mit mir zu klären. Er hat es getan. Nee. Und wir sind fein. Aber... Barbara ruft mich nie an. Max ruft mich auch nie an. So... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, langsam irgendwie so. Ich verstehe es auch nicht. Und... Ich... Ich bin einfach wirklich dieses... Dieses Ding... Es macht mir nicht... Also ich glaube, mir geht es gar nicht mehr darum, dass es irgendwie so ist. Es geht mir nur darum, dass sie es halt so... Es so weiter treiben. Fühle ich. Fühle ich. Ich wünsche dir... Ich wünsche es, es gäbe gleich einfach irgendeine Erklärung. Das wäre schön. Irgendeine Erklärung für die ganzen Sachen. Wo ich dann sag, ach... So kann so was. Ich glaube, sie lügen uns wieder an. Ich weiß es nicht. Ich habe da wirklich ein bisschen Angst vor. Ich habe da Angst vor. Ich auch. Und ich fahre wie scheiße gerade. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Nee. So, jetzt kommen wir hier wieder hoch. Wo sind wir denn gerade? Sind wir in Ost? Äh... I... Nee, ist... Äh... East, glaube ich... Southside vor der Southside. Ach du Scheiße. Ja, dann sind wir ja gleich da. Ja. Das ist alles so unnötig. Aber warum wollen die denn nicht alleine mit uns reden? Ich meine... Wovor haben die Angst? Max wollte alleine mit mir reden, tatsächlich. Auch dann? Sie wollte gerade alleine, da habe ich gesagt, nein, zusammen, weil... Wahrscheinlich ist das genauso wie der Gedanke, den ich gerade hatte. Wenn Max irgendwas sagt und ich irgendwas sage, sagt sie dann später, nee, das hat Ariane gar nicht gesagt. Ich schätze sie nicht so ein, weil das wäre so assi, dann müsste ich die Freundschaft auf ewig kündigen. Aber vielleicht hat sie Angst davor, dass das so bei uns ist. Aber wieso sollte ich auch? Mir liegt was an der Freundschaft, mir liegt was an der Frau. Sonst würde ich doch hier gar nicht mich die ganze Zeit so aufregen. Ja, vor allem aufregen und... Also, ich versuche halt einfach, es nur zu verstehen. So. Scheiße. Ich bin echt müde. Ich auch. Da sitzen wir beide. In der Ahnung. So, okay. Müsste reichen. Aber am besten ganz sachlich bleiben, nicht dass Barbara sich dann wieder angekürzt und fühlt. Aber wir müssen Max darauf ansprechen. Ja. Da denke ich auch. Hallöchen. Hallo. Ähm, ja, wir wollen, also wir sind hier, weil, wir wollen keinen Streit. Ich will nicht sehr viel an euch beiden. mehr als ihr sogar euch vorstellen könnt. Ich möchte nur, oder wir möchten nur, ein paar Sachen aus der Welt schaffen. Und ich habe wirklich ziemliche Bauchschmerzen heute. Ziemliche Bauchschmerzen. Und wir hätten eine, eine Frage. Und ich würde mir wünschen, von ganzem Herzen, dass wir einfach gegenseitig offen sein können. Denn das müssen wir gerade. Vertraut mir, das müssen wir jetzt. Ja. Gerard? Ja. Ja. Also, wir haben halt schon ein paar Sachen, die wir einfach ansprechen wollen. Und das ist, Barbara, du hast ja gesagt, dass du nicht mit dem roten Schieborek rumgefahren bist an dem Tag. Mehrere Wochen, oder? Ja. Bist du dir, Bist du dir hundertprozentig sicher, Barbara, dass du mehrere Wochen nicht mit diesem Schieborek gefahren bist? Ob es jetzt eine Woche war oder zwei, das kann ich wohl nicht sagen. Aber ich bin mir sehr sicher. Okay. Hast du jemanden den Schlüssel ausgeliehen? immer für mehrere Wochen weiß ich das nicht. Aber nicht in letzter Zeit. Also hast du den Schlüssel gerade? Ich habe den Schlüssel. Gibt es einen Zweitschlüssel zu diesem Wagen? Meiner Meinung nach weiß ich es nicht, aber der Wagen ist nicht auf mich gemeldet. Ja, man kann es bei Smarkis nachfragen. Ja. Da habe ich nicht nachgefragt. Ich weiß es nicht. Aber Robert, gar nicht so pampig zu sein. Ich versuche das hier gerade zu klären, dass wir alle irgendwie wieder miteinander nochmal umgehen können. Ich habe ganz normal die Antwort. Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ist das jetzt pampig? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Was passiert war, war die Entschuldigung. Direkt am Anfang. Okay, Gerard, es funktioniert. Nee, Gerard macht das. Also, und das Problem ist, dass du hast uns jetzt gesagt, dass du hundertprozentig sicher bist, aber Max ist hier aus dem roten Scheborek ausgestiegen, hier im Stadtpark und hat diese Sachen. Und du hast es schon, es gibt nur einen roten Panto. Ich bin da mit einem Freund hingefahren, weil ich mein Auto verkaufe. Scheborek, kein roter Scheborek. Kein Panto. Ja, wir sind da wohl mit dem Panto hingefahren. Danach sind Bami und ich mit. Das heißt, du warst in den roten Scheborek. Ich war aber nicht deshalb direkt daran beteiligt. Du bist aus dem roten Scheborek. Wer war da drin? Mit wem hast du getrunken? Einen Freund namens Hans. Soll ich euch vielleicht die Telefonnummer geben? Ja. Holt euer Handy raus, ruft ihn an. Und? Warte mal. Ich sehe keine Handys. Du hast uns das die ganze Zeit nicht gesagt. Warum? Warum? Weil es nicht relevant ist, weil wenn ich euch sage, ich war es nicht, dann solltet ihr mir glauben. Es geht ja darum, dass der Laden bedroht wird, in dem du Co-CEO bist. Und du hast kein Interesse daran, uns dabei zu helfen, zu gucken, wer unsere Mitarbeiter bedroht. Du bist aus einem roten Scheborek. da mit euch selber arbeiten. Du kennst jemanden Okay, wir bleiben alle ein bisschen ruhig. Wir müssen aber auch dazu sagen, dass wir angerufen wurden und wir wurden sofort mit einer Tonart beschuldigt. Da kann man ruhig mal solche Details vergessen. Barbara, nein. Ihr hättet die ganze Zeit die Zeit dafür wirklich gehabt. Und du hast dementsprechend reagiert bei dem Kennzeichen. Du hast bei dem Kennzeichen so, oh, wie die haben das Kennzeichen? Wie komisch. Das war super offensichtlich so. Wie komisch das auch ist. Weil wenn ihr das Kennzeichen gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass das ja mein Wagen sein muss. Und dann bin ich doch... Nein, aber wie... Nein, warte. Zu der Zeit war dein... Nein. Ich hab an deinem Wagen... Nein, bei unserem Telefonat ging es schon lange... Da ging es lange nicht um deinen Wagen. Ich hab die Info erst später gekriegt, dass du ja einen roten Scheborek hast. Ja, aber für mich lange so, wenn ihr gesehen habt, dass es mein Kennzeichen ist. Nein, es war nicht... Was soll ich denn sonst mit der Information, dass ihr das Kennzeichen habt? Nein, Barbara. Ja, dann tut mir leid. Ich dachte, ist ja auch egal. Ja, das tut doch eh nichts mehr. Ja, aber das ist so, dass dein Scheborek an dem Tag, wo das alles passiert ist, verschwunden ist. Ja, der war vielleicht auch schon vorher weg. Das weiß ich nicht. Nee. Warum warst du vorher nicht bei der Polizei und erst in dem Tag? habe ich ihn noch gesehen. Ja, weil ich... Vergiss nicht, ich war bei der Polizei und bin in dieses Gespräch reingeplatzt. Ja, weil ich gefragt habe, wie es sein kann, dass der Wagen weg ist, obwohl ich den Schlüssel noch habe. Ob da jemand einen Zweitschlüssel sich hätte machen können, ohne dass ich davon etwas weiß. Und warum? Aber da der Rad nicht auf mich gemeldet ist, geht das tatsächlich. Ob es das jetzt war, das weiß ich auch nicht. Der Wagen kann auch kurz geschlossen worden sein. Nee, kann er nicht. Er war verschlossen, Barbara. Jemand hat ihn verschlossen. Das kann tatsächlich nicht sein. Max, wenn du aus diesem roten Schäborek mit wem auch immer ausgestiegen bist, warum hilfst du nicht und sagst der Polizei das und sagst auch das Kennzeichen um wer der Fahrzeughalter ist? Weil ich das Kennzeichen nicht kenne? Ja, aber du kennst das nicht. Und die Polizei wollte auch bis jetzt ja das reichen. Das muss nicht automatisch dieser eine Schäborek sein. Es gibt hier tausend... Es ist eine Millionenstadt. Ein Schäborek muss gleich dieser Schäborek sein. Ja, und alle Autos sind gemeldet. Wir können ja schauen, wer einen roten Schäborek hat. Dann macht es. Vor allem, wir haben ja den Schäborek unten gefunden. Euch war das ein Feind... Max kann sich halt voll nicht mehr... Ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll, um ihm entgegenzukommen. Auf einmal war es nicht mehr relevant. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das Ding euch zu bauen hat auch gesagt, überleg ganz genau. Also wurde er bewegt, ja. Und? Ja, aber wenn ihn da jemand gefahren hat, dann ist es doch klar, dass er war bis. Ja, und dann frage ich mich, wer bewegt ihn? Ja, wissen wir halt nicht. Sonst hätten wir es euch schon gesagt. Das ist ja ganz cool. Aber dass die vorhin wieder Adkins Drohnenruf gegeben haben, wenn wir daneben standen, ist dann völlig egal. Ja, aber warum wird das schon wieder betont? Das habe ich nämlich gerade schon gehört. Warum wird das betont? Wir waren da. Weil es keine Beweise für uns gibt. Jetzt gibt es Beweise gegen uns. Wir sind es immer noch. Da muss man sich auch mal nach... Stell mal vor, stell mal vor, jemand sagt, ihr wart was. Und ein Freund von euch glaubt das sofort und führt euch dann richtig... Ich meine, wir stehen hier in einem Gericht. Ihr kommt, ihr werft uns was vor, wir müssen uns verteidigen. Nein, ich würde das gerne klären. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe euch jetzt die Möglichkeit gegeben, das zu klären. Ich habe euch jetzt so viele Lämmertchen hingeworfen. Nein. Max, wer ist Hans? Wen gehört ihn? Rutter Ceburek? Habe ich noch nie gehört. Wir sind beste Freundinnen. Wer ist das? Beste Freundinnen würden mich so beschuldigen. Hans ist ein Freund, den ich bei der Eindrater kennengelernt habe. Den habe ich angerufen. Okay, dann kannst du ihn ja vorerst stellen. Dann sag mir bitte, wie heißt der? Nein, Vor- und Nachname. Ich kenne den Nachnamen nicht. Ich kann dir die Telefonnummer geben. Nein, ich will die Telefonnummer nicht haben. Ich möchte entweder die Person sehen oder auch wenn schon das Profil sehen. Ja, ruf ihn an. Keine Ahnung. Wie keine Ahnung. Wenn das so ein guter Freund ist, Max, warum ist es keine Ahnung? Max, ist so relevant. Aber wie sagt, Okay, Max, ganz im Ernst, was denkst du, warum ich da gerade so hinterher bin? Um euch irgendwie zu schäden? Nein, hör mir zu. Warum? Nein, du hörst mir zu. Du bist meine beste Freundin und Barbara auch und mir liegt was an der Freundschaft. Denkst du wirklich, ich wäre jetzt so hinterher, wenn das jetzt irgendwie Pille-Palle wäre oder wenn das nicht gerade total am Eskalieren wäre und ich mir wirklich Sorgen um euch mache und ich wirklich hundertprozentig weiß, dass ihr das wart? Meinst du wirklich, ich würde mich dann hier noch so hinstellen? Gut, aber wenn das war, warum haben wir das gespielt? Ihr gebt uns Beweise, ihr redet euch da, ihr steigt euch da so hoch. Nein, machen wir nicht. Doch, lass mich jetzt mal ausreden. Ihr steigt euch da so hoch. Ich sag euch, wir waren das nicht. Ihr seid die besten Freunde und trotzdem ermittelt ihr gegen uns, obwohl wir euch mehrmals sagen, wir waren es nicht. Dann sagt ihr, sagt uns doch die Wahrheit. Wir sagen euch die Wahrheit. Ihr sagt, ihr lügt und dann sagen wir euch, wir waren sogar dabei und trotzdem sagt ihr, das wirkt mir ein bisschen krankhaft, ehrlich gesagt. Wenn wir sogar dabei waren, wer soll das sonst gewesen sein? Wir waren dabei, wer hätte den roten Schipfurek dann fahren können? Ich weiß ja, Hans vielleicht. Wer auch immer Hans ist. Weiß ich nicht. Jetzt wird sich darauf festgeritten. Wirklich? Nein, es wird sich darauf festgeritten. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich habe auch was sagen. Warum darf ich nicht sagen? Ich habe das Gefühl, als wenn ihr wollt, dass wir es sind. Ich habe das Gefühl, als wenn ihr wollt, dass wir es sind. Ja, wir waren es. Ja, aber wenn wir sagen, wir waren es nicht, dann ist das ja anscheinend nicht gut genug. Ja, eben. Anstatt uns zu vertrauen, wie es beste Freunde ein Jahr lang tun, es spricht nichts für uns. Vertraut ihr uns einfach nicht, weil ihr Beweis habt, wie das Kennzeichen oder dass wir da drin saßen, obwohl wir das gar nicht waren. Und Barbara hat ihr Auto vermisst. Aber als wir das Auto wiedergefunden haben und Barbara die Vermutung hatte, dass ihr Auto bei Bedrohungen von Mitarbeitern von unseren Laden, wo ihr arbeitet, wo du nämlich... Nein, schnau... Ruhig mal nicht. Oh mein Gott. Nein, schau gut. Schreit weiter. Wollten Sie was haben? Ich bekomme richtige Mockingjay. Ich bekomme richtige Mockingjay-Vibes. Bloß, dass ich die kleine Schwester bin und ihr seid die große Schwester und ihr meldet euch freiwillig um gegen uns zu ermitteln. Das hört sich so ungefähr an, Nein, ich würde mich freiwillig melden, um für dich... Nein, ich würde mich freiwillig... Einfach an dir! Ja, warum... Siehst du, es sind lächerliche, Max. Was soll das? So hört sich das an. Nein, jetzt reißt sich mal zusammen. Nein, jetzt reißt sich mal zusammen. Das ist einfach super ernst. Wirklich. Was, was kommt ihr mal an? Warum glaubt ihr uns dann nicht, wenn es so ernst ist? Warum, Barbara, hast du so gechillt reagiert? Ich weiß, was du sagen möchtest. Ja, ich dachte, du lügst mich an. Du sagst nämlich die ersten Anrufe, ich möchte es noch mal betonen, war sofort, ihr wart das. Du hast wirklich in einer Ernsthaftigkeit mit mir geredet. Ja, meine ich gerade auch. Ja, nee, mit einer Wut, mit einem Vorwurf in der Stimme. Ich wünschte, ich hätte es auch genommen. Es tut mir leid, ich mich nicht in der Männerdomäne manchmal durchsetzen. Deswegen habe ich auch eine gewisse Art entwickelt, damit ich gehört werde. So, und wenn du dann sagst, plötzlich, von jetzt auf gleich ganz nett, oh, Barbara, ich habe deinen Schiborek gefunden. Willst du den jetzt kommen und abholen? Was soll ich da denken? Ich dachte, du verarschst mich. Ich dachte, du willst mich ja lächerlich machen. Was für einen Grund hätte ich bitte, was für einen Grund hätte ich bitte, der zu sagen, wir haben deinen Schiborek. Barbara, das Ding wurde dazu benutzt, das Ding wurde dazu benutzt, Barbara, um Mitarbeiter von dem Laden zu bedrohen. Ja, ist derweil immer noch fraglich. Warum hast du also so reagiert und bist nicht direkt zur Polizei, um das eben abzuwenden? Ich bin zur Polizei gegangen, du kamst dazu. Nee, das verstehe ich. Nein, wirst du nicht. Wir brauchen und wir brauchen ein bisschen. Wir brauchen echt noch ein Männchen. Ja. Alles klar. Es sieht alle gut aus. Es ist auch gut aus. Es ist auch Barbara. Ach, ich schlag dich schlag. Nee, Barbara, du siehst wirklich sehr gut aus. Dankeschön, Sophie. Du weißt, was los ist, ne? Ja, das Top ist wirklich sehr schön. Plus die Schuhe. Du siehst sehr jung aus auf einmal. Dankeschön. Anfang 20. Danke. Ich bin auch, na gut bin ich nicht, aber gut. Okay, Sophie, du musst jetzt leider gehen. Ich gehe. Gut. Tschüss. Tschüsschen. Ich kann euch nur ins Gewissen reden, dass das gerade kein Spaß ist. Bitte. Das war von Anfang an schon kein Spaß. Wenn du so überzeugt bist, hast du dir auch schon gesagt. Dann ist das doch schon gegessen, oder? Das hat keinen Sinn zu reden, weil ihr habt sowieso das dabei belassen, dass wir das sind. Egal, was wir sagen, am Ende ist es doch wieder ein Beweis. Am Ende war es, das hört sich schon wieder so an. Es ist so auffällig, dass ihr daneben standet. Hört ihr euch selber? Ich möchte, dass du Hans jetzt herholst und mir das Venture-Profil von ihm sagst. Oh mein Gott. Ich ruf ihn an. Den Namen, wie er da heißt. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt da ist. Und er soll mit seinem roten Shaborek kommen. Aber heute, nicht morgen. Soll ich jetzt zaubern? Soll ich ihn herzaubern? Wenn er schläft, kann ich auch nichts machen. Nee, er geht nicht ran. Wir sollen euch also damit jetzt in Ruhe lassen und den Dingen einfach ihren Bauch lassen? Wäre vielleicht eine Idee. Das ist die allerletzte Chance, die ich euch gebe. Wirklich. Ich meine es wirklich nur gut. Vertraut mir einfach. Ja, ich verstehe, dass du uns irgendwas androhen möchtest. Nein, im Gegenteil. Ich will euch vor was bewahren, ihr Trottel. Ja, dann bewahr uns doch. Dann soll die Polizei kommen. Lass es doch einfach die Polizei machen. Es hat nicht mehr mit der Polizei zu tun, ihr Dödel. Sondern doch. Gerard, das bringt nichts. Ihr denkt, ich will euch drohen? Wieso mache ich mir überhaupt die Mühe hier? Wieso? Du willst uns warnen, hast du doch gerade gesagt. Ja, und ich glaube auch echt, ich habe langsam auch keinen Bock mehr. Wirklich, ganz im Ernst. Ich habe es jetzt wirklich im guten Versuch. Mir liegt was an unserer Freundschaft, aber euch ist es scheißegal. Ja, deshalb habe ich auch was für deinen Geburtstag geplant, aber das ist anscheinend egal, weil nach einem Jahr Freundschaft wollte ich dir endlich was bieten. Ja, Max, ist egal. Und wir haben vielleicht Smiths Auto kaputt geschlagen, weil mir was an unserer Freundschaft, was sollst du das hier werden? Soll das ein Bett werden? Ja, warum sollte ich dich dann anlügen? Warum sollte ich... Wenn ich für dich ein Feuerwerk buche, wenn ich für dich ein Restaurant buche... Ich will es überhaupt gar nicht wissen, Max. Was hat das denn damit jetzt zu tun? Was hat das damit zu tun? Vielleicht sollte die wissen, dass ich so eine Freundin bin, die nicht anlügt? Da bin ich mir nicht so sicher. Hans. Kann ich einmal ganz kurz wissen, was es für Beweise gibt? Max ist angeblich aus dem roten Schäboreng ausgestiegen und was auch? Okay, reicht es euch nicht, dass ich euch sage, dass ich ziemlich sicher bin? Reicht es nicht? Ja, es reicht ja auch nicht, dass wir sagen, wir waren es nicht. Also eigentlich nicht. Gibt es noch irgendwie? Das würde ich gerne mal wissen. Weil wenn man schon sagt, ihr wart das, dann hätte ich gerne den Wein. Ja, ihr schreitet doch alles ab. Ja, ihr schreitet doch auch. Irgendjemand hat das Auto geklaut. Irgendjemand fährt mit dem Auto. Ja, das Auto verschwindet an dem Tag, wo mein Laden und mein Mitarbeiter hier einfach bedroht wird. Ja, komisch. Der Motor ist noch warm. Wer sollte es denn gefahren haben, der liebe Gott? Ja, jemand, der das auch... Ich will halt auch nicht... Ich lese mich schon auf, das stimmt jeder. Das ist ja mit diesem Schäboreng, das ist ja alles so offensichtlich. Das ist dein Auto. Dann sag mir, wie es geklaut werden soll. Kurzgeschlossen wurde es nicht, das habe ich nämlich gecheckt. Du brauchst nicht hysterisch werden. Ich beantworte dir das auch ganz ruhig. Du brauchst nicht hysterisch, er ist einfach nur verzweifeln, weil ich es einfach nicht verstehe. Ja, ich verstehe es auch nicht. Das ist das Problem, ne? Und trotzdem kann ich ruhig bleiben. Sehr gut. Ich habe es echt versucht, wirklich. Ja, ich auch. Ich auch. Aber ich kann nichts machen, ne? Ich habe nichts irgendwie versucht, euch da jetzt irgendwie... Ich würde es verstehen, wenn ich mich jetzt... Barbara, ich weiß auch gar nicht, ob du da mit drin hängst. Ach. Ich weiß nur, dass Max aus diesem scheiß Auto ausgeschehen ist, und dass Adkins gesagt hat, es war eine menschliche Stimme. Oh mein Gott. Und wie willst du mir das dann erklären, wer das Auto vorhin gefahren hat? Hans, mit wem auch immer du da Kontakt hast, der einen roten Schemorrück hat. Ja. Sind ein paar Zufälle auf einmal, oder? Gut, dann geht zum Anwalt. Es macht keinen Sinn. Ich wünschte, wir könnten damit noch zum Anwalt gehen. Max, kriegst du Probleme, wenn du sagst, wer das war? Ich weiß, ich habe nicht gesagt, ich kann sagen. Ich weiß nicht. Okay, gut, dann möchte ich es auch nicht wissen. Egal. Ich versuchte das mit der Stimme. Können wir nichts machen, ne? Aber ich will das gar nicht. Ich weiß aber nicht, wie wir das aufbauen. Ja, dann gehen wir halt zum Anwalt und dann für Jay und dann gucken wir mal. Genau, dann gucken wir mal. Ihr seid echt dumm. Jetzt wird auf unsere Intelligenz abgespielt. Okay. Ihr seid dumm. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ihr macht gerade was kaputt, was auf ewig kaputt bleiben wird. Und ich hätte mich vor einen Zug für euch geschmissen. Wenn ich überlebt hätte, dann auch. Davida hat mich angerufen und hat geweint. Ich weiß, dass Davida nicht mit drin hängt. Und dem vertraue ich auch hundertprozentig. Der würde mich niemals bemühen. Dafür haben wir zu viel durchgemacht zusammen. Und wir nicht. Okay, ich glaube, ich muss jetzt gehen, ne? Ja. Dann geh halt. Wir sehen es aber noch nicht an. Nein. Nein. Hast du denn das mit Hans abgekauft? Nee. Wer ist Hans? Warten, vor allem die Infokammel zu plötzlich. Und sie hat sich blablabla Hans. Blablabla Hans. Wollen wir noch mal Jo und so fragen? Jo ist doch mit... Ich kann Ava noch mal fragen. Ja. Mir ist einfach nur schlecht. Mir auch. Hätte ich es jetzt schon gegeben, hätten wir das noch irgendwie abwenden können. Ja. Das ist ja das Problem. Wo ist denn... Ja, mach das mal. Also diese Infos, die wir heute jetzt gekriegen haben, dass Max dabei gesehen wurde und so und dass sie sich da jetzt halt so mega verlabert hat und so, das ist halt... Was willst du jetzt machen? Wie sollen die denn Roller? Oh Gott. Ich glaube, sie schläft schon. Also so... Ich kann es IC Ariane, kann ich nicht. Also ich habe ja gesagt, kein Problem damit, wenn wir verlieren, wenn die das gut machen. Das heißt nicht, dass sie das nicht gut gemacht haben. Die bleiben halt dabei. Aber... Ich glaube, die schläft schon. Wie willst du das jetzt... Wie willst du das jetzt noch... Was willst du da machen, ne? Ich mal... Ja, sonst... Wollen wir Jun mal auch fragen. Vielleicht ist der noch wach. Wo ist er dann? Ach, meinst du nicht, Barbara, wir den bearbeiten? Ja, ich denke auch. Die haben nicht mal irgendwas getan um ihre... Die haben es halt schon wieder nur noch Stimmer gemacht. Ja, die haben eigentlich... Wir haben uns eigentlich quasi gesagt, wir sind schuld daran, dass jetzt diese Freundschaft zerbricht. Ja, sie meint ja. Ja, und nachdem ich aus dem Schäfer geht, habe ich gestiegen. Hä? Sie hat... Oh Gott. Ganz ehrlich, dieser Hans. So... Ja, und sie konnte mir das Wenden dem vollen Namen nicht sagen? Nee, so unrelevant einfach. Ich weiß es von dem Hans, wir sind best friends, ich verstehe es nicht. Wer ist denn jetzt Hans? Wetten wir, wir werden in ein paar Tagen Hans kennenlernen. Was machen wir jetzt? So, ich... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich brauche einen Kaffee. Ich brauche einen Kaffee. Ich brauche einen Kaffee. Oh, geil. Nein. Expresso, kein Kaffee, aber... Oh, danke schön. Du hast mir zwei gegeben? Ja. Kannst du trinken. Oh, das kriege ich keine Herzkaste. Nee, erst ab drei. Fühlt. Aber wenn wir jetzt wirklich den Weg über das DOJ gehen und sowas, dann gibt es gar kein Zurück mehr. Ich weiß nicht, ob ich morgen unterwegs bin. Ähm... Ja. Das ist ja gerade schwieriger. Ähm... Aber wenn, dann würde ich dich anrufen, ja? Ja. Aber ich warte dann erst mal, dass wir das zusammen machen. Hast du ein Auto, das keiner kennt? Oder hast du ein schwarzes Motorrad? Schwarzes Motorrad habe ich, ja. Wo ist das denn? Bei mir zu Hause. Wenn ich mir meinen schwarzen Helm hole, können wir dann mal gleich kurz nochmal ein Stückchen rumfahren? Ähm... Nein, ja, mal zum Auto. Ich müsste nur kurz nochmal nach Hause. Ja. Ich werde morgen auf jeden Fall Ava noch fragen. Ja. So. Ich dachte eigentlich, ich hätte nur New York ein bisschen abgenommen. Aber irgendwie, ähm... Habe ich das in Shen doch nicht. Wenn der DTU jetzt mit drin hängt. Ich verstehe die beiden nicht. Nee, ich auch nicht. Mann, das gerade hat mir eigentlich noch mehr gezeigt, dass die... Hm. Ich würde mich anders verhalten, wenn jemand mich wirklich... Ich meine, David... Ich... Ne? Da... Was... Was ist das denn? Hm? Was denn? Spire Time? Was steht da? Warte? Wo? Was? Oh. Hast du das gerade gesehen? Den Karten? Diesen Raben? Ja. Ja. Vielleicht neues Getränk oder sowas. Ich würde mich einfach nur noch vergraben, wirklich. Ja, ich auch. Aber das Auto ist halt jetzt komplett verschwunden. Hm. So. Aber... Ja. Ja. Ich meine, Barbara kann doch... Das sind übrigens so Sachen, die ich halt wirklich nicht nachvollziehen kann. Barbara kann zu Smartkey gehen und nach Fragen irgendwie. Okay, sie ist nicht die Halterin des Autos, aber... Mein Gott, man kann alle belabern. Weißt du, wie ich meine? Ja. Vor allem, sie hätte... Weißt du... Sie kannst doch zu dir bringen, du kannst das bestimmt auch alles nachschauen. Ja, klar. Aber sie hat ja gar keine Anstalten gemacht, mit mir überhaupt zu reden. Und ich habe sie nicht angeschrien oder nicht angekackt, sondern ich habe sie ganz normal gefragt. So. Ja. Aber das ist natürlich dann wieder so... Weiß ich nicht. So. Und... Ja. Schwierig. Aber... Schlussendlich kriegen wir es halt auch nicht raus, so. Weißt du, das ist so frustrierend einfach. Das ist nicht nur frustrierend, das ist halt... Sollen wir den Ding jetzt wirklich in den Lauf lassen? Weiß es nicht. Also für mich... Ach, ich habe eine Nachricht gekriegt. Ich habe jetzt schon richtig Bock, die zu lesen. Ist einfach... Aber... Merkst du, ein paar Wochen verplappern sich gern. So, ich habe gerade gemerkt. So, ich gehe nur ganz schnell hoch, ziehe mir schwarze Ton an. Ja, mach das. Und dann jetzt weiter. Ja, muss ich dann auch noch machen. So, bis gleich. Bis gleich. Ich habe im Gespräch noch versucht, ob man da irgendwie so einen Ausweg nochmal finden könnte, aber... Hm. Gerade gewinnt hier überhaupt gar keiner. Das macht alles nur noch viel schlimmer. So. Das muss man natürlich leise sein. So, warte. Ich muss den Schrank auf. Boah, Alter, ey. Warum ist das denn so ruckelig in letzter Zeit? Ich verstehe es einfach nicht. Ähm. 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 Nee, richtig kann man denen... Da geht es ja auch gerade nicht um Recht oder so. Keiner will ja irgendwie das da... Das wollen wir ja verhindern. Ähm. Aber es ist... Komm, ich muss dir wirklich sagen, es ist halt super offensichtlich jetzt gewesen. Mit Hans und sowas alles. ist da, was willst du da jetzt machen? Wie soll ich, wie dumm soll ich Ariane spielen, weißt du? Sowas ist, oh, oh, Lavendel und Rose haben wir jetzt, warte mal, mach das hier mal weg, das hier rein, ähm, oh, und haben jetzt unsere, oh, wow, wir haben jetzt erstmal ein richtiges Problem, scheiße, und ich brauch meinen Helm noch. Also es müsste sich jemand opfern für die beiden, das wäre doch ein Ausweg, das die machen könnte, das könnten die noch machen, einfach jemanden vorschicken und der nimmt dann die ganze Schuld auf sich, man sieht die beiden fein raus, Ariane muss sich entschuldigen, let's go, so würde ich das wahrscheinlich machen, jemandem Geld geben dafür, oh, das wäre schon übel einfach, das wäre einfach die Idee, kommst du rein raus, so, oh, 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 das muss ich noch aufmachen. Warte kurz. Ich glaube, das war aber so ein Mützen-Jumbo. Kacke, habe ich das gerade übersehen? Hans, wieso kommt Nico auf Hans? Oh Gott. Alles nur IC, Leute. Oh, es macht leider sehr viel Spaß. Aber ich finde es eigentlich auch furchtbar. Aber es macht auch Spaß. So, nochmal. Mega strange. Geh rein. Geh rein. Ich muss mal ganz kurz was schauen. Okay, ich glaube, das gelbe Motorrad müsste noch bei euch sein, oder? Ja, ich glaube auch. Dann lass mal ein Taxi da hinrufen. Dann kann ich mit dem Motorrad zurück. Weil ich glaube, da ist auch der Helm drin. Und ich habe mich einfach so verarschen. Ja. Ich weiß langsam wirklich nicht mehr. Das mit diesem Hand, das hat mich einfach so... Es hat mich auch nichts davon beruhigt, dass ich sagen kann, okay, die sind es halt auf keinen Fall. Nichts davon hat mich beruhigt. Ich dachte, jetzt komme ich irgendwie voll die mega Argumente. Ich hätte es mir so sehr gewünscht. Und dann nur so, ja, ihr habt ja keine Beweise, so... Ja, wir haben Alibi heute. Ihr ermittelt gegen euch. Ich bin aus dem roten Schäborek bei irgendeiner Person, die ihr nicht kennt, ausgestiegen. Aber hey, wir haben heute in den Schäborek nicht gefahren. Hä? Entschuldigung. Habe ich gerade angehört, wie weit er weiß. Es hat... Ich weiß nicht. Willst du kurz Taxi rufen? Du, äh... Arbeitest ja da. Ah, warte. Scheiße, das war Mittwoch. Ah, hattest du mir nicht aufgeschrieben? Ja, doch, habe ich. Hallo, Lamy. Kannst du uns bei Little... Oh, danke. Oh, danke, Will. Da, wo Ariano wohnt. Ja, aber 2 noch steht noch. 2 noch steht noch. 3 noch. Tschüss. Ja, kommt, Lamy? Ja, Lamy kommt. Okay. Ja. Ja. Gerhard, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich bin, ähm... Warum messen die das denn mit den Sachen, die vorbereitet werden? Ich verstehe das auch nicht. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich habe auch... Es wird direkt auf eine ganz andere Schiene gelenkt. Also, es geht ja um das Wesentliche und nicht darum, wer macht die besten Freundschaftsdienste und wer macht dann die besten Geschenke und so. Und das habe ich jetzt auch wirklich überhaupt gar nicht verstanden, weil... Ist doch kein Wettrennen, oder? Ich würde das doch Max auch nicht sagen, hey, äh, ich habe das und das und das für dich getan, deswegen muss ich mir jetzt alles glauben, was ich dir sage. Warte, ich habe noch ein Nachricht gekriegt von David. Oh, eine längere. Salute, Schwesterchen, ich habe mitbekommen, was heute für ein Scheißen passiert ist und ich hoffe, es geht dich gut. Wenn du willst, können wir in den Tagen nochmal allein drüber reden. Ich habe schon von Seiten von Max und Barbara mitbekommen und glaub mir, ich habe bei den beiden noch nie so schlimm am Boden zerstört gesehen. Das kam mir gerade aber nicht so vor. Nee, kam mir auch nicht so vor. Du bedeutest den zwei in echt den Well. Ich weiß zwar nicht, wieso man noch denkt, dass die beiden das waren mit den roten Outen. Ja, weil... Aber... Aber ich... Er ist halt einfach so naiv, weißt du. Aber ich glaube, ich glaube denen, dass sie das nicht waren. Sie haben eine Familie und Freunde, ich vertraue denen und hoffe, du kannst... Ich hoffe, du kriegst das von mir wieder hin. Ich rufe ihn mal an. Aber er schreibt genau das, was Lia auch die ganze Zeit sagt. Ja. Hallo. Hallo, David. Ich habe deine Nachricht gerade gelesen. Du willst nur jetzt reden, weil ich wollte nicht schlafen gehen eigentlich. Ach so. Ja, nee, dann komm, dann geh mal schlafen. Dann geh mal schlafen, ja. Ja, aber es kann sein, ich weiß noch nicht, ich glaube, ja, Mittwoch vielleicht, ja. Okay, okay, dann machen wir den Mittwoch, okay? Okay, aber ich habe meine Gründe. Alles gut, ich habe meine Gründe. Aber deswegen will ich auch mit dir schreden so und... Okay. Wie gesagt, alles gut. Nies noch mal den letzten Teil von den SMS. Alles gut. Geh du erst mal schlafen, ja? Okay. Bis dann. Ich habe dich lieb, du weißt den, oder? Ich weiß, mach dir doch keine Sorgen, ich habe dich nicht unter Verdacht, keine Sorge. Aber die beiden haben sich gerade ganz schön verplappert. Aber ich habe halt Angst, dass du mich halt nicht mehr hörst. Nein, du bist mein Bruder und ich... Oder siehst du das auch so. Und ich werde dir... Nein, David, mach dir keine Sorgen und ich finde es gut, dass du da aufpassen willst. Halt ihn da raus. Aber ja, ich halte dich komplett daraus. Und ganz kurz, du kennst Hans aber nicht, oder? Hans? Hans, ja, mit den roten Schäporek. Ich kenne Hannes. Hannes? Ne, Hans. Hans. Hannes. Hannes hat er noch nicht. Okay. Aber keine Ahnung, erst noch nicht. Okay, bis dann, ja? Bis dann, dann. Tschüss. Er kennt einen Hannes, er kennt keinen Hans. Er kennt also keinen Hans mit roten Schäporek. Ach, David ist schon süßer. Den würde ich wirklich... Den würde ich immer beschützen. Ist wirklich... Weiß ich nicht. Manchmal... Als Volk sind wir wirklich flutverwandt. Keine Bede-Buder. Aber dass die so... So, wie heißt das? So... Weiß ich nicht. Kam mir jetzt eigentlich nicht so vor, dass die jetzt wirklich sehr traurig waren darüber. Sondern eher... Fickt euch, gefühlt. Ja, also richtig pumpig auch. Und guck mal. David hat mich angerufen und war im Wein. Weißt du? So, David hat zwar Ariane genau richtig gemacht. Obwohl der eigentlich das Razzio von allem ist. Hatte Edkins recht und wir lassen das einfach ruhen. Nur dann würde ich mich immer schlecht fühlen. Irgendwie, weiß ich nicht. Boah, scheiße. Ich hab Hunger. Gerhard, ich bin sofort wieder da, ja? Ja, mach das. Also David einfach der Mast, da meinte der einen. Aber er hat's halt so gut gemacht, dass ich halt mit Ariane jetzt nicht sagen konnte, nee, ich glaubte nicht. Deswegen, sie glaubt, also sie vertraut David 100%. 100%. Als ich die Nachricht im falschen Chat geschrieben hab. Oh Mann, nee. So. Brötchen auf keinen Fall. Die halten gar nicht satt. Das ist echt ätzend. Ätzend ist das. Ätzend immer. Hä? Nein. Oh mein Gott, die sind wirklich nur Geschwister. Da ist gar nichts mit... Ne. David und Ariane sind einfach nur Geschwister. Mittlerweile ist es egal, ob nicht Blutsverwandt oder sonst was. Das ist für Ariane irgendwie... Es ist einfach das Gleiche. Es ist halt ihr Bruder. Es war am Anfang noch alles so witzig und so, aber er ist halt Arianes Bruder. Fertig aus. Ich hab mir ganz kurz was zwischen dich ge... Boah, das dauert aber lange heute, ne? Ja. Ich hab auch keine Ahnung. Oder sollen wir das... ...auf Mittwoch verschieben? Vielleicht auf Mittwoch verschieben, aber ich weiß nicht, was ich überhaupt machen soll, so. Ich auch nicht. Ich versuch... Weißt du was, ich kann ja... Ich bin halt gespannt, ob die sich überhaupt melden. Ich glaub nicht, dass die sich melden. Gerhard, ich schau... Ich werd mich ein bisschen einmummeln zu Hause. Und ich werd aber immer mal wieder auf mein Handy gucken, okay? Falls irgendwas ist. Ich schreib dir dann auf jeden Fall. Okay, ich warte aber trotzdem noch, bis das Taxi hier... Ja, warte. Ja, warte. Ja, Lamy. Äh, bei dem Quastenburg da... Äh, was ist das? Ne, nicht wo ich wohne, sondern bei dem... Von dem anderen Quastenburg, dem großen Quastenburg. Da bei Sallys. Okay, bis gleich. Aber ich, was... Ja, keine Ahnung. Ich glaub, am schlimmsten trifft's Atkins, weil er jetzt noch mehr an der Backe hat mit dieser ganzen Scheiße. Ja, und sich jetzt damit auch noch rumschlagen muss. Und ich hab' ihn halt noch nie so fertig gesehen, weißt du? Und... Weißt du, wenn man jetzt noch interveniert hätte und jetzt noch gesagt hätte, hey... Stopp, dann... Wir hätten das eben wieder hinbekommen, selbst jetzt noch, aber es wird langsam nicht nur schwierig, sondern auch eher gefährlich. Und die... Ja, ich will die nicht verlieren. Gerade Max war es auf jeden Fall. Überleg da mal, wie sie gerade reagiert hat. Ja, äh, haben wir... Ja, die hätten die Information mit diesem roten Schebrek, um sich selber eben zu entlasten und die ganze Zeit jetzt sagen können. Einfach richtig, äh, verarscht, ne? Ja. Okay, gerade dann... Schlaf gut, ne? Tschüss. Und ich schreib dir, ja. Tschüss. Ich geh jetzt umküffeln. Mach das. Bis dann, mach dir nicht so viel Sorgen, ja? Bis dann. Bis dann. Ja. Ah. Mit Skipper? Skinder? Ja, sind sie noch. Nura. Ziemlich krass lange einfach, ist das so heftig. Ja. Kacki, ne? Max noch eine SMS schreiben. Max alleine nochmal ins Gewissen reden. Wird nicht funktionieren. Ich werde die nicht... Ich werde da... Also, so von unserer Seite aus, ne, weil ich immer so ein bisschen Angst habe, dass, ähm, gesagt wird, hey, die beiden können es doch gar nicht wissen. Wie viel brauchen wir noch? Wie viel brauchen wir noch? Es ist so, wie dumm muss ich Ariane spielen, um das nicht zu sehen, wisst ihr? Ich spiele die nicht mehr so strunzendämlich. Die ist bei vielen Sachen immer noch so echt und sowas alles, ne? Aber bei solchen Sachen jetzt, ne? Achso, ich dachte jetzt, hä, hä, was, 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 was habe ich da geschrieben? Vor allem bist du ja draufgekommen, bevor du das Meta wirst. Ja, ja, das sowieso, aber, ähm, ja, das sind die halt, das sind die halt bei der Polizei dann da, ne? Und die Reaktion von Barbara mit dem Nummernschild war halt auch, und das, das muss ich... Was soll ich denn machen? Ich will das ja alles auch nicht. Ich will da ja ganz schnell rauskommen, aber ich kann, ich kann dann trotzdem nicht das RP so lenken. Das ist irgendwie... Und es macht ja auch Spaß, aber ich muss... Ich hab trotzdem im Hinterkopf so... Das könnte halt... Ah, so die Nachwirkungen sind halt so blöd, ne? Achso, wegen den Jenkins-Panzen. Sorry, wann das so gemeint wird? Achso, so. Ähm. Warum hat sich Ari noch mal umgezogen? Ja, ich wollte eigentlich, aber ich hab grad gesehen, wie spät es ist. Es ist wirklich krass spät. Ich muss das fertig machen. Ich habe ein White-Food heute gegessen, also getrunken, und zwei Walnüsse. Aber, also eine Walnuss, zwei Walnuss-Helfen, das ist zu wenig. Ich muss da immer irgendwas essen. Vor allem war die dann, ja, alle drei, die kurze Zeit nicht erreichbar. Es war, es war zu viel. Es waren zu viele Zufälle einfach. Es war zu vieles komisches Verhalten und sowas alles. Und regulär würden die ja eher mit uns zusammen dann mithelfen, dass irgendwie... Weißt du, so würde ich das machen. Ariane würde sofort sich reinstürzen und sagen, komm, wir gucken jetzt, wer das hier wirklich war und so. Und der Laden, und der Laden ist ja super wichtig. Das ist ja unser Laden und sowas alles, weißt du. Und das kam halt so überhaupt gar nicht von denen. Gar nicht. Aber das Verhalten von den beiden Spiegels, ja, das Verhalten von vielen Lügnern wieder. Sauer sein, wenn man beschuldigt wird. Also, ja. Meine Schwester war immer so, die ist immer mit Lügen durchgekommen. Immer. Immer. Ich hasse es so. Und selbst auch gerade mit den... Ich denke mir so, sagst du jetzt, dass der Büschloch schon was gegeben hat oder nicht? Und ich kann einfach... Also, ich kann schon lügen im RP. Das kriege ich ja schon irgendwo noch hin, wenn ich will, ne? Aber es ist mir so unglaublich schwer. Weil auch irgendwie... Lügen ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Das Allerschlimmste, ey. Aber hier im Erbuch ist das halt echt immer ganz witzig. Aber, ja. Aber es stimmt, das ist wirklich so. Die Leute werden immer sauer. Na dieses, ich hab was für deine Geburtstag geplant? Ja. Also, wie gesagt, kein Charakter-Hate gegen Max und Barbara. Die werden ihre Gründe haben, wieso die das immer noch so machen, ne? Und die halten echt ganz krass daran fest. Aber dann müssen die mit den Konsequenzen jetzt bald leben. Und da meine ich nicht die Ari-Konsequenzen, sondern wenn sich das echt so hochschaukelt und die nochmal irgendwie rumfahren und dann erwischt werden, ist halt scheiße, ne? Das ist Kacke. Die beiden einfach. Das sind mir welche. Ach, ich liebe Sora und Nico. Ich liebe unseren RP-Chat. Ich liebe das alles. Und ich würde es auch lieben, wenn wir wieder zusammenspielen können. Das können wir gerade leider nicht. Oh, wir waren heute nicht bei der Jubiläeröffnung zusammen. Oh, Szen, es kickt. So. Okay, dann gute Nacht auf YouTube. Und bis dann. Tschüss.